heute beendet. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1, das ist die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19 983. Gesetzentwurf zur Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes und des Berliner Straßengesetzes. Ich eröffne die erste Lesung des Gesetzesantrags. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kappek, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vor nicht einmal vier Wochen besiegelten CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag. Darin steht folgende Vereinbarung. Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis würde ich gern daraus zitieren. Die Koalition schafft für den Wirtschaftsverkehr, die Logistikbranche und die Mikrolastenverkehre gute Bedingungen. Das parlamentarische Verfahren zum Entwurf des sechsten und siebten Teils des Mobilitätsgesetzes zum Wirtschaftsverkehr und neuer Mobilität werden zügig zum Abschluss gebracht. Das parlamentarische Verfahren zügig zum Abschluss bringen. Hört, hört. Aber nicht einmal zwei Wochen, nachdem Sie diesen Koalitionsvertrag mit ach so viel Drama beschlossen haben, brechen Sie ihn auch schon wieder. Und damit all Ihre Versprechungen gegenüber der Berliner Wirtschaft. Am 9. Mai verkündeten Sie, Senatorin Schreiner, dass Sie den vom Senat eingebrachten Gesetzesentwurf über die versprochenen Kapitel 5 und 6 für den Wirtschaftsverkehr und die neue Mobilität zurückziehen. Bäm! Wir alle wurden Zeugen des ersten Verkehrswende-Crash der schwarz-roten Koalition. Ihre Vollbremsung verursacht aber ernsthaften Blechschaden für die Berliner Wirtschaft. Und genau dieser Schaden, liebe Frau Senatorin, der wäre vermeidbar gewesen. Denn es lag ein mit allen Senatsverwaltungen, mit allen Bezirken und vor allem mit allen Wirtschaftsverbänden und der Zivilgesellschaft abgestimmter Gesetzesentwurf vor. Sie hätten dann im darauf folgenden parlamentarischen Verfahren jede erdenkliche Änderung mit Ihrer neuen Schwerpunktsetzung einbringen können. Und es wäre nicht nur deutlich vernünftiger gewesen, es wäre auch schneller gewesen. Denn Ihr Rückzieher wird uns mindestens ein Jahr, wenn nicht länger, im Prozess zurückwerfen. So etwas Zerstörerisches kann man sich wirklich nicht ausdenken, meine Damen und Herren. Deshalb stellen wir uns doch mehr als verwundert genau eine Frage. Warum, bitte schön, Frau Senatorin, machen Sie das? Eigentlich gibt es auf diese Frage nur zwei mögliche Antworten. Beide sind nicht schön. Entweder Sie sind komplett ahnungslos, was es überhaupt bedeutet, einen Senatsentwurf komplett neu einzubringen. Alleine, was es an Zeit kostet, das mit Ihrem eigenen Haus, geschweige denn mit allen anderen Häusern abzustimmen. Und dann noch mit den Wirtschaftsverbänden der Zivilgesellschaft, den Bezirken und diesem Haus. Das alleine dauert Monate. Oder Ihr Wahlversprechen, Berlin sei für alle da, auch für Autofahrer, bedeutet in Wahrheit eigentlich, die CDU ist jetzt da, aber nur noch für privaten Autoverkehr. Kann es also sein, dass Sie dieses Gesetz in Wahrheit überhaupt nicht wollen und es deshalb mit aller Kraft blockieren? Wenn Sie mich fragen, wäre das jedoch mutwilliger Wortbruch und ein politischer Skandal. Denn damit lassen Sie diejenigen, die in Berlin wirklich aufs Auto angewiesen sind, am Ende im Regen stehen. Applaus Das eine ist leider nicht weniger peinlich als das andere. Und ich muss sagen, ich bin entsetzt, dass nach dem Auftakt hier vor vier Wochen, in dem die Koalition als Totalschaden mit drei Akten startete, jetzt offensichtlich nicht mal das Papier, auf dem der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, etwas wert ist. Und um uns das zu beweisen, haben Sie auch keine 100 Tage gebraucht. Das haben Sie schon in zehn geschafft. Herzlichen Glückwunsch, liebe Koalitionäre. Applaus Machen Sie das mit Ihrer Koalition aus. Ihre eigene Antwort, Frau Schreiner, ist, dass Sie das Gesetz noch einmal im Sinne des Gemeinwohls der Stadt weiterentwickeln wollen. Tja, die Frage, die ich mir stelle, ist nur, wessen Gemeinwohl ist denn hier wohl gemeint? Ganz sicher nicht, dass derer, die jeden Tag für uns in Berlin den Müll abholen. Und auch nicht derer, die uns Pakete, Lebensmittel oder Medikamente liefern. Ihnen würde dieses Mobilitätsgesetz nämlich tatsächlich helfen, schneller und auch verlässlicher durch unsere Stadt zu kommen. So oder so, die Wirtschaft fühlt sich jedenfalls vollkommen zu Recht von Ihnen ordentlich hinter die Fichte geführt. Das haben Sie in den letzten Tagen auch lautstark zum Ausdruck gebracht. Und ich hoffe ernsthaft, Sie haben Ihnen zugehört. Denn Sie warten ungeduldig darauf, dass der Wirtschaftsverkehr wie geplant mit dem Umweltverbund auf eine Stufe gehoben wird. Ihre Verzögerungstaktik kostet der Wirtschaft real Geld. Und das ist nun alles andere als ein neues Miteinander. Und mit Sicherheit, meine Damen und Herren, ist das nicht das Beste für Berlin. Dabei hätte heute sogar ein Tag zum Feiern sein können. Denn vor ziemlich genau fünf Jahren wurde das bundesweit erste Berliner Mobilitätsgesetz beschlossen. Mit der Einführung durch Sie, der beiden fehlenden Kapitel zu diesem Jubiläum, hätten Sie dann gleich Ihr Wahlversprechen einlösen können. Wobei ich sagen möchte, die Betonung liegt übrigens auf zwei Kapiteln. Denn, meine Damen und Herren, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Im Kapitel Wirtschaftsverkehr geht es um Zielsetzung und Routen in dem Kapitel neue Mobilität, aber um die nötigen Instrumente, um diese Ziele umzusetzen. Sie gehören also zusammen. Das heißt, ganz konkret, egal ob ich ein Unzugsunternehmen besitze, ein Pflegedienst, ein Malerbetrieb, alle diese brauchen Liefer- und Ladezonen und zuverlässige Stellplätze. Und um diese zu erhalten, müssen sie gesetzlich verankert werden, damit man sie systematisch ausweisen kann, genau wie ein smartes Parkraummanagement. Damit ist es aber jetzt erst einmal vorbei. Zum Glück gibt es aber eine Lösung, denn wir haben heute hier den bereits fertig abgestimmten Senatsentwurf als ein parlamentarisches Gesetz wieder eingebracht. Grüne und Linke kehren damit die Scherben ihrer eigenen Havarie auf. Aber keine Angst, sie haben die Koalitionsmehrheit. Und das bedeutet, sie können diese nutzen. In Ausschüssen und auch im Parlament nutzen sie diese doch für ihre Änderungen. Das wäre nicht nur schneller und effizienter, das würde auch Respekt gegenüber unserem Hause zeigen, statt dieses fortzuführen. Und jetzt mal ganz ehrlich, jenseits von allem politischen Geplänkel, Berlin braucht das komplette Mobilitätsgesetz. Nehmen Sie also bitte das Angebot der Opposition an und lassen Sie uns gemeinsam ein starkes Zeichen dafür setzen, dass es tatsächlich ein neues Miteinander gibt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre nämlich tatsächlich das Beste für Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion hat nun der Kollege Kraft das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist ja schon ein ungewöhnlicher Vorgang, den wir hier vor uns haben. Sie machen sich eine Vorlage Ihres alten Senats zu eigen. Und dieser Senat ist der Senat, der vor kurzem abgewählt wurde. Und zwar insbesondere auch wegen Ihrer Ideologie aufgeladenen Verkehrspolitik. Und da glauben Sie im Ernst, dass wir in der neuen Koalition aus CDU und SPD das, was Sie da niedergeschrieben haben, in Ihrem Haus eins zu eins so in den parlamentarischen Betrieb geben. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Denn im Gegensatz zu Ihnen stehen wir für eine Verkehrspolitik, die Angebote machen möchte und nicht immer nur durch Verbote Leute drangsaliert. Wir wollen die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Und wir denken ganzhaltig und nachhaltig. Und wenn Sie sich mal anschauen, was mit Ihren bisherigen Maßnahmen aus dem Mobilitätsgesetz passiert ist, dann glaube ich, wissen Sie selbst, was ich meine. Rechtswidrige Anordnung über die Friedrichstraße haben wir heute schon gesprochen. Wir wollen die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs ausbauen. Das betrifft die Zuverlässigkeit, die Pünktlichkeit und auch die Sicherheit. Wir wollen aber auch die Leistungsfähigkeit erhöhen. Und zwar für alle Verkehrsteilnehmer und nicht nur für einzelne Gruppen, die Sie immer in den Vordergrund gestellt haben. Verkehrssicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der übrigens auch im Bereich des Wirtschaftsverkehrs eine Rolle spielen sollte. Davon findet sich in dem, was Sie vorgelegt haben, überhaupt nichts. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ronneburg? Ja, bitte. Bitte schön. Einen Moment, jetzt. Ja, am falschen Platz, aber genau. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Nachfrage zulassen. Ich gehe jetzt etwas zurück zum Anfang Ihrer Rede. Da haben Sie gesagt, es sei ja jetzt kein Wunder, dass der Senat, dass die vierzigen Fraktionen Grüne und Linke jetzt diesen Entwurf wieder einbringen. Die alte Koalition sei aber abgewählt worden. Und das sei mal wieder ein Beweis dafür, für eine ideologiegetriebene Politik. Herr sehr geschätzter Kollege, Sie waren in der letzten Wahlperiode noch nicht Mitglied des Abgeordnetenhauses. Haben Sie sich eigentlich auch die Protokolle der Ausschusssitzungen zur Beratung des Mobilitätsgesetzes angeschaut und haben Sie daran auch festgestellt, wie auch die anderen Kolleginnen und Kollegen seinerzeit auch überparteilich, dass der Entwurf unisono von allen Wirtschaftsverbänden gelobt worden ist für seine Inhalte und für seine wegweisenden Weichenstellungen für die Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs in unserer Stadt? Vielen Dank für die Frage, Kollege Roddeburg. Selbstverständlich haben wir darüber gesprochen. Selbstverständlich habe ich mir das angeschaut. Aber wenn die Wirtschaftsverbände und die sind ja wichtige Akteure in dieser Stadt, aber nicht die einzigen Akteure, wenn die Wirtschaftsverbände sagen, das ist alles in Ordnung, das ist ein wichtiger Punkt und ich sage ja nicht, dass das komplette Gesetz keinen Sinn macht. Da sind viele richtige und wichtige gute Punkte drin. Vor allem auch in dem zweiten Teil, der hier heute besprochen wird, nämlich die neue Mobilität. Aber es gibt eben auch viele, viele Punkte, mit denen wir so nicht mitgehen können. Ich komme gleich noch dazu, ich komme gleich noch dazu, dann wird es vielleicht deutlich, wo wir die größeren Probleme sehen. Ich würde jetzt aber ganz gerne weitermachen und will nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wofür wir stehen, wofür diese Koalition steht. Ich habe schon vieles gesagt. Einen wichtigen Punkt, den habe ich noch nicht genannt. Wir stehen für den Blick auf die gesamte Stadt und auf das Umland. Und auch das ist wieder etwas, was hier in diesem Teil des Mobilitätsgesetzes fehlt. Fakt ist, Mobilität verändert sich. Technische Innovationen verändern Attraktivität und Leistungsfähigkeit von verschiedenen Verkehrsträgern. Auch das ist völlig klar. Aber neue Lösungen, neue Technologien, egal ob für den Wirtschaftsverkehr oder für andere Verkehrsbereiche, brauchen natürlich Akzeptanz bei Anwohnerinnen und Anwohnern, bei Nutzern und all denen, die betroffen sind. Herr Kollege, gestatten Sie auch eine Zwischenfrage der Kollegin Kappek? Ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne erst mal ein Stückchen weitermachen und dann können Sie gerne nochmal drücken. Das heißt, wir müssen auch die Öffentlichkeit beteiligen bei dem, was wir hier beschließen. Das gilt eben insbesondere auch für den Wirtschaftsverkehr. Und schauen wir uns mal an, was Sie hier vorgelegt haben. Das Mobilitätsgesetz generell, da gibt es viele gute Ansätze. Ich habe es eben schon gesagt. Und wir haben im Koalitionsvertrag gesagt, wir bauen auf diesem Mobilitätsgesetz auf und wir werden es überarbeiten und weiterentwickeln. Im allgemeinen Teil, und das hat jetzt wirklich nichts mit dem Wirtschaftsverkehr zu tun, aber das scheint Ihnen ja besonders wichtig zu sein, weil Sie haben es ja auch nochmal hervorgehoben, Frau Kappek, da finden sich wieder viele, viele Phrasen und viele Absätze, die die deutliche Sprache sprechen. Wir rufen den Kampf gegen das Auto, gegen den motorisierten Individualverkehr aus. Und das eben genau, verehrte Kolleginnen und Kollegen, geht mit dieser Koalition und mit der CDU insbesondere eben nicht. Wenn wir über den Wirtschaftsverkehr sprechen, dann sehen wir auch hier wieder eine einseitige Fixierung auf Maßnahmen gegen das Auto. Sie bauen da unnötige Bürokratiehürden auf. Da gibt es auch viele Dinge, die zum Beispiel Bauvorhaben verhindern. Wenn Sie sich das mal genau anschauen oder in der Lage sind, sie zu verhindern. Sie vergessen zum Beispiel komplett die Bedürfnisse und Anforderungen von Handwerkern und Pflegekräften. Stattdessen schreiben Sie, jetzt muss ich mal gucken, im Paragraf 60 Ihres Entwurfs auf, der Personenwirtschaftsverkehr, also das ist der Handwerker, der zur Baustelle fährt, nutzt nach Möglichkeit primär die Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Jetzt erklären Sie mal bitte dem Handwerker, der in seinem Auto eine kleine Werkstatt hat oder Materialien zu transportieren hat, wie er das tun soll, in einer S-Bahn, Straßenbahn oder in einem vollen Bus. Ich glaube, das ist totaler Quatsch und da müssen wir eben genau rangehen. Auf der anderen Seite wollen Sie so lustige Sachen einführen wie im Paragraf 64. Markenzeichen. Sie wollen irgendwie auf irgendwelche LKWs vermutlich irgendwelche Aufkleber kleben und wollen sagen, das ist eine besonders effiziente und umweltfreundliche Geschichte, wie hier Logistik passiert. Also da gibt es, glaube ich, viele Punkte, über die man reden muss. Und was ich überhaupt nicht finde, auch ein ganz wichtiger Punkt, Sie sprechen überhaupt nicht über neue Straßenverkehrsinfrastruktur, denn natürlich braucht auch Wirtschaftsverkehr neue Straßen und neue Infrastruktur. Ich mache mal nur ein Beispiel, die TVO, darüber haben wir in diesem Hause ja schon häufig gesprochen. Und im Bereich neue Mobilität, ich habe es vorhin gesagt, gibt es viele gute Punkte, aber gestatten Sie mir eins, und das ist jetzt überhaupt kein Bashing gegen irgendwen. Aber wenn ich in einem Satz lese, dass eine Verwaltung Innovationen bringen soll, Innovationen liefern soll, und das schreiben Sie ja da so auf, da sollen Strukturen gebaut werden, da soll Personal aufgebaut werden, da sollen Datenbanken gemacht werden und so weiter und so fort, mit Verlaub, dann habe ich da ehrlicherweise eine große Skepsis, ob das funktioniert. Denn das genau ist die Aufgabe der Hochschulen und der privaten Wirtschaft. Die können innovieren, und was wir machen werden und was wir können, wir werden die vernünftigen Rahmenbedingungen setzen, damit die eine Chance haben, auch innovative Ideen hier zu entwickeln. Und natürlich werden wir sie auch mit Pilotprojekten dann betreuen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kraft. Ganz offensichtlich haben Sie ja schon eine klare Vorstellung davon, was Sie ändern wollen. Ich bin jetzt doch ein bisschen verwundert, dass Sie scheinbar die Macht der eigenen Mehrheit in der Regierungsverantwortung so unterschätzen. Denn all das, was Sie gerade vortragen, hätten Sie ja im parlamentarischen oder können Sie auch immer noch im parlamentarischen Verfahren innerhalb von zwei Wochen einbringen. Kein Problem. Ich möchte Sie trotzdem fragen, ist Ihnen bewusst, dass erstens Sie im Koalitionsvertrag versprochen haben, zügig parlamentarisch und nicht im Senat, nicht exekutiv, sondern legislativ, diese beiden Kapitel zu beschließen? Und ist Ihnen zweitens bewusst, dass all das, was da steht, von der Wirtschaft gewollt wird? Vielen Dank für die Frage, Frau Kappeck. Die Antwort ist ja. Und vielleicht darf ich ergänzend noch hinzufügen, Sie werden sich wundern, wie zeitnah wir da eine neue Vorlage haben werden und wie zeitnah wir sie dann auch durch dieses Haus bringen werden. Und übrigens geht es nicht nur um einzelne Punkte, die ich jetzt fachlich gerade angesprochen habe. Wenn Sie sich mal die Gesetzesvorlage anschauen, dann werden Sie sehen, dass da viele Dinge drin sind, die eigentlich selbstverständlich sind, die man nicht gesetzlich regeln muss. Also da gibt es auch, was das Handwerkszeug angeht, noch einiges, was nachzubessern ist. Und dasselbe gilt übrigens für das Berliner Straßengesetz. Das, was Sie da aufgeschrieben haben an Änderungen, hat nichts mit dem Wirtschaftsverkehr zu tun. Das braucht der Wirtschaftsverkehrsteil überhaupt nicht. Insofern wird es auch da eine grundlegende und wohlüberlegte Überarbeitung geben. Und ich sage es nochmal, Sie haben vorhin die Frage schon gestellt, die Senatsverwaltung arbeitet mit Hochdruck, ich schaue mal unsere Senatorin, meine Herr Schreiner an, arbeitet mit Hochdruck daran, zusammen mit den anderen Senatsverwaltungen, aber auch dann hier im Hause die Vorlage zu überarbeiten. Wichtig ist uns eins, kein Schnellschuss. Denn was mit Schnellschüssen passiert, haben wir erlebt. Wir nehmen die Friedrichstraße, nehmen Sie die illegale Busspur in der Klee-Allee, nehmen Sie verschiedene andere Dinge, die Sie gemacht haben und die dann entweder von Gerichten oder von anderen Stellen wieder kassiert wurden. Es muss gut gemacht werden, denn das Ganze muss rechtssicher sein und es muss natürlich auch für die Zukunft gedacht sein. Und Berlin ist, Frau Jarasch, gestatten Sie mir diese Worte, Berlin ist eben nicht Augsburg. Berlin besteht aus zwölf Bezirken und jeder dieser zwölf Bezirke hat nahezu oder mehr Einwohner als die Stadt Augsburg. Wir müssen größer denken, wir müssen das gesamte Mobilitätsgesetz da im Blick haben. Wir brauchen natürlich neue Lösungen, innovative Lösungen für den Wirtschaftsverkehr. Und ich kann es nur nochmal sagen, gastgenau hat sich die Koalition aus CDU und SPD auf die Fahne geschrieben. Daran arbeiten wir und in Kürze werden Sie die Vorlage dazu haben. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun der Kollege Ronneburg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen und die Linksfraktion haben die Novellierung des Mobilitätsgesetzes mit den Abschnitten zum Wirtschaftsverkehr und zur neuen Mobilität aus drei Gründen wieder in das Plenum eingebracht. Gesetzgeber in Berlin ist das Abgeordnetenhaus von Berlin. Das sind die gewählten Mitglieder dieses Hauses, die über Gesetze befinden, darüber in den Ausschüssen diskutieren, Änderungsanträge stellen und letztlich im Plenum mit einer Mehrheit einen Beschluss herbeiführen. Dass einen erst vor wenigen Monaten, nach jahrelangen Beratungen, ich will mal betonen, jahrelangen Beratungen, wer hier von Schnellschüssen spricht, der war etwas unaufmerksam in den letzten Jahren. Nachdem endlich also ein geeigneter Entwurf des Senats für die Fortschreibung des Gesetzes vorlag, offiziell auch die Überweisung eines Abgeordnetenhaus erfolgte und nach der Wiederholungswahl vom neuen Senat dieser zurückgezogen worden ist, obwohl diesem neuen Senat eine Partei angehört, die bereits in beiden Vorgängerregierungen unmittelbar an der Entwicklung des Gesetzes beteiligt war, das ist ein denkbar schlechter Staat für diese neue Koalition, die sich in ihrem Vertrag sogar auf das parlamentarische Verfahren bezogen hat. Das zeugt nicht von viel Vertrauen dieses Senates in seine eigenen Abgeordneten, meine Damen und Herren. Und Herr Kraft und auch die Kollegen von der SPD-Fraktion und auch der Senat hätten in der letzten Plenarsitzung jede Gelegenheit gehabt, mit uns darüber zu debattieren. Und sie hätten die Gelegenheit gehabt, sofort im Ausschuss mit uns darüber zu sprechen. Nach der Sommerpause hätten wir ein verändertes Gesetz beschließen können. Stattdessen kündigt der Senat in seiner großen Güte an, dass er bald einen neuen Entwurf präsentieren wird. Aber wenn ich Herrn Kraft verstanden habe, dann wird möglicherweise noch viel Wasser die Spree runterfließen, denn ich glaube, sie müssten sich erstmal grundsätzlich über das Mobilitätsgesetz verständigen. Das höre ich so als Zwischenton hier heraus, meine Damen und Herren. Und ich hoffe nicht, dass das auch ein Vorbot ist, für das Verständnis des neuen Senats mit dem Parlament umzugehen. Augenhöhe ist das nicht. Und ich möchte als zweites darauf hinweisen, die Berliner Wirtschaft wartet nun seit Jahren darauf, dass das Mobilitätsgesetz um den Teil zum Wirtschaftsverkehr ergänzt wird. Wir sind das schuldig, endlich auch zu liefern. Wenn manche Vertreter der Wirtschaft jetzt den Optimismus haben, dass das Gesetz noch besser werde, wenn es jetzt zum dritten Mal, ich wiederhole, zum dritten Mal im Senat behandelt wird, dann kann ich diesen Optimismus explizit nicht teilen. Im Übrigen, Herr Kraft, Sie haben gerade eben von öffentlicher Beteiligung gesprochen, die stattfinden müsse. Es hat eine langwierige öffentliche Beteiligung gegeben zu diesem Gesetzesvorhaben. Insofern braucht sich da der Senat und auch die Vorgängerkoalition diesen Schuh nicht anziehen. Also, Sie hätten Änderungsvorschläge schon stellen können. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, beispielsweise Sie ja auch als Koalition über den Senat auch das in das Verfahren einzustreuen. Das möchten Sie jetzt nicht. Wir müssen aber ins Handeln kommen. Und wir müssen vor allem ein Versprechen einlösen, dass dieses Mobilitätsgesetz endlich zu einem stimmigen Ganzen komplett zusammengefügt wird. Ich will mal darauf hinweisen, in der letzten Legislatur gab es da leider am Ende nur noch Blockade. Und ich will mal voranstellen, vor allem von einer Fraktion, weil es da vor allem um Semantik ging. Und man wollte vielleicht dem einen oder anderen auch nichts mehr gönnen. Das ist Geschichte. Aber nach diesem Handeln des neuen Senats ist diese ganze Geschichte nur noch eine einzige große Farce, meine Damen und Herren. Das ist völlig unwürdig, sich mit diesem Gesetzesentwurf so auseinanderzusetzen. Denn ich kenne eigentlich kein Vorhaben aus den letzten sechseinhalb Jahren, ich berichte jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung im Verkehrsbereich, das so durchweg befürwortet worden ist. Und ich stelle fest, Herr Kraft, Sie hegen jetzt also auch große Zweifel an der Kompetenz und an der Einschätzung der Wirtschaftsverbände zu diesem Gesetzesentwurf. Das ist meine Aussage. Dankeschön dafür. Ich empfehle allen Kolleginnen und Kollegen nur noch einmal Blicke auch in die Protokolle der vergangenen Ausschüsse aus der letzten Wahlperiode dazu. Ich möchte mit Erlaubnis der Präsidentin zitieren aus dem Protokoll des Wirtschaftsausschusses vom 3. Mai 2021. Ich zitiere Herrn Kaden von der IHK. Deswegen wäre mein Plädoyer, diesen Teil möglichst schnell zu beschließen, damit der Wirtschaftsverkehr, dessen Bedeutung für die Stadt ja eigentlich nicht geringer zu bewerten ist als ÖPNV oder Radverkehr, wieder auf Augenhöhe kommt und in den konkreten Planungen den gleichen Stellenwert bekommt, indem nämlich die Anforderungen, die Aufgaben explizit festgeschrieben sind. Dieses Plädoyer von Herrn Kaden, das ist offensichtlich noch nicht bei allen angekommen. Schade ist es. Wir erwarten als Fraktion nun Folgendes. Erstens, dass die Koalition jetzt ihr neues Wort hält und uns zeitnah einen neuen Entwurf präsentiert. Spätestens direkt nach der Sommerpause sollte uns der Senat einen neuen Entwurf vorlegen. Sonst wären alle Ankündigungen hier in diesem Hause nur Gerede. Zweitens, dass die Koalition viele und vor allem echte Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Der Senat hat jetzt durch diesen Rückzieher eine gewisse Fallhöhe und Sie müssen jetzt dieses Versprechen, dass alles noch besser wird, einlösen. Da können wir gespannt sein. Und drittens und zuletzt erwarten wir, dass uns als Parlament auch wieder beide Teile, Wirtschaftsverkehr und neue Mobilität erreichen werden und dass Sie keine Abstriche zum Beispiel bei der neuen Mobilität machen. Ich vernehme es, da gibt es eine gewisse Fortschrittsfeindlichkeit bei der CDU-Fraktion, wenn ich Herrn Kraft richtig verstanden habe. Diese Digitalisierungsprojekte, die wir darin fest sozusagen auch aufgenommen haben in das Gesetz, da wären wir gut beraten, diese Projekte wie zum Beispiel eine öffentliche Plattform für verkehrsrelevante Daten anzugehen, damit wir nicht weiter hinter anderen Metropolen der Welt hinterherhinken. Aber da habe ich kein Vertrauen in eine Koalition, die sich lieber um Symbolpolitik kümmert und um 500 Meter Straße. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion spricht nun der Kollege Schopf. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle verblüfft. Nachdem die Grünen in den letzten beiden Jahren auf den Teufel komm raus gebremst haben, entdecken sie plötzlich ihre Energie und ihren Gestaltungswillen. Und da stellt sich mir die Frage, wo waren diese Tugenden, bitteschön, als sie Teil dieser Regierung waren? Wo waren sie? Nirgendwo. Sie vergessen, dass es absolut legitim ist, dass sich der Senat zu Beginn seiner neuen Amtszeit den Entwurf noch einmal vornimmt und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Insofern ist die Strategie hinter Ihrem Antrag offensichtlich. Und Frau Kappeck, aber auch Herr, ja, bitte? Ach, Frau Kappeck, gestatten Sie mir einfach mal eine kurze Rückschau. In der Koalition haben Ihre Senatsmitglieder bei der Weiterentwicklung des Mobilitätsgesetzes entweder auf ihren vier Buchstaben gesessen oder aber die Bremse getreten. Wäre es nämlich anders gewesen, würden wir diese Diskussion, diese Debatte hier heute gar nicht führen, sondern wir wären mit dem Mobilitätsgesetz schon längst durch. Am 16. August 2021 hat Rot-Rot-Grün gemeinsam das Kapitel Wirtschaftsverkehr mit Änderungen im Wirtschaftsausschuss beschlossen. Dem vorausgegangen, das hat der Kollege eben gerade gesagt, dem vorausgegangen war eine Anhörung im Ausschuss am 3. Mai 2021, also vor mehr als zwei Jahren, in der das Parlament gemeinsam mit den Vertretern der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer über diesen Senatentwurf diskutiert hat. Und das Kapitel Wirtschaftsverkehr, von dem hier immer so schön geredet wird, war zur Einbringung in das Parlament bereit. Und so wäre es auch geschehen, wenn, ja, wenn die damalige grüne Verkehrssenatorin Regine Günther nicht darauf bestanden hätte, dass das Kapitel Wirtschaftsverkehr unbedingt zusammen mit dem Kapitel neue Mobilität in einer gemeinsamen Drucksache beschlossen werden muss. Denn im Kapitel neue Mobilität versteckte sich die City-Maut. Im Kapitel war die Rede von, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin aus dem damaligen Gesetzentwurf, Maßnahmen zur Steuerung des fließenden und ruhenden Verkehrs über Preismechanismen. Und da geht ein Bienchen an die Abteilung für kreatives Schreiben. Die grüne Verkehrsverwaltung, die grüne Verkehrsverwaltung hat also den Wirtschaftsverkehr in Geiselhaft genommen, um die City-Maut durch die Hintertür durchzudrücken. Dass das mit der SPD, aber auch damals mit den Linken nicht machbar war, das haben wir Ihnen mehr als einmal gesagt. So viel mal zu diesen Themen Verlässlichkeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Wortbruch. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, keine Zwischenfrage. Dann in der rot-grün-roten Koalition 2021. Da dauerte es noch mal bis Ende Januar 2023, bis die grüne Verkehrsverwaltung bereit war, bereit war, das Kapitel Wirtschaftsverkehr mit den Erkenntnissen aus der Anhörung mit IHK und Handwerkskammer wieder einzubringen. Denn die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch wollte zunächst die Version ohne die Überarbeitungen des Wirtschaftsausschusses einbringen. So war es. Und damit sind wir im Heute angekommen. Schwarz-Rot ist jetzt vier Wochen im Amt. Und wer heute das Verschleppen des Mobilitätsgesetzes über mehr als zwei Jahre dieser Koalition anlastet, also ganz ehrlich, der startet hier ganz klar ein Ablenkungsmanöver. Und auch das Schreck des Spens, was hier wegen der Überprüfung gezeichnet wird, versenkt nicht. Dem Wirtschaftsverkehr kommt die Bedeutung zu, die er verdient. Und für die knapp 180.000 Unternehmen in Berlin und die 3,6 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind eine funktionierende Logistik und eine zuverlässige Versorgung lebensnotwendig. Und darüber und dafür macht sich diese Koalition CDU, SPD stark. Und das Herzblut und diese Dynamik, die Sie, Frau Kappig, jetzt an den Tag legen, das hätte ich mir damals gewünscht. Das hätten wir damals gut gebrauchen können. Dann würden wir diese Debatte heute nicht mehr führen. Und heute schieben Sie diesen Entwurf zur Anpassung hier ins Plenum, anstatt die neue Senatsvorlage abzuwarten und diese dann im Ausschuss zu besprechen. Da steht Ihnen natürlich frei, selbstredend. Aber ich sage Ihnen auch, Frau Kappig, das Mobilitätsgesetz ist kein Therapiesofa zur Bewältigung Ihres Koalitionstraumas. Herzlichen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Wiedenhaupt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, was erwartet eigentlich der Bürger von Politik? Er erwartet, dass Politik funktioniert. Er erwartet, dass die Politik es schafft, dass diese Stadt wieder funktioniert. Das war übrigens der Grund der Wahlergebnisse vom 12. Februar. Und wenn wir das Thema Mobilität haben, dann erwartet er, dass Mobilität wieder funktioniert, dass Berlin mobiler wird, dass die Berliner wieder beweglicher werden, Blockaden gelöst werden und endlich wieder funktioniert. Und wenn wir uns überlegen, welche Maßnahmen dafür richtig sind und wichtig sind, dann schauen wir doch mal kurz so in die Problemlagen hinein. Da haben wir einen Individual- und Wirtschaftsverkehr, der bewusst ausgebremst wird. Dauerbaustellen, auf denen kaum arbeitende Menschen zu sehen sind. Verkehrsflussbehindernde Ampelschaltungen, weil man grüne Wellen zurückgebaut hat. Temporäre Sommer-, Herbst-, Winter-, Mondwände- und Straßen, die künstlichen Umgehungsverkehr produzieren. Da haben wir Lieferanten, Handwerker und Pflegedienste, die nicht mehr arbeiten können, weil man ihr dringend benötigtes Fahrzeug das Auto nicht parken lässt, weil entweder Parkplätze abgeordnet worden sind oder durch überdimensionierte Fahrradanlagen vernichtet worden sind. Da haben wir Elektrofahrzeuge wie E-Roller, die durch Nichthandeln der Verwaltung zu gefährlichen Werkzeugen für Fußgänger werden. Und wir haben eine künstliche Reduzierung der Fahrtgeschwindigkeiten, weil beispielsweise längst überholte Tempo-30-Strecken nicht abmontiert werden. Das heißt, ein guter Antrag zur Mobilität muss diese Probleme aufgreifen, die Situation verbessern und künstlich geschaffene Blockaden beseitigen. Und dann schauen wir doch mal in Ihren Antrag rein und Ihre Begründung. Die vorgeschlagenen Veränderungen zur Nummer 4, Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs, hört sich ja noch ganz nett an. Es ist doch nichts anderes gemeint, als dass Autofahren weiter behindert werden soll, dass Autofahrer noch weiter gegängelt werden soll. Was tun Sie also? Sie sehen Probleme beim Autoverkehr und wollen Sie dadurch beseitigen, dass Sie noch weitere Probleme für den Autoverkehr schaffen. Man könnte sich das so vorstellen, Sie haben einen Baum, der kränkelt, weil er zu wenig Wasser bekommt und dann hauen Sie ihm auch noch die Wurzeln ab. Sie formulieren zu § 63 den Vorrang des Wirtschaftsverkehrs bei der Planung und Einrichtung von Liefer- und Ladezonen. Das heißt, Parkplätze der Anwohner werden nebensächlich und können für den Wirtschaftsverkehr einfach mal weggenommen werden. Das ist doch die typische grüne Ideologie, die Menschen gegeneinander ausspielt. Ja, wir haben ein Problem bei den Handwerkern, die teilweise in bestimmten Kiezen keine Aufträge mehr annehmen können, weil sie nicht mit ihrem notwendigen Fahrzeug dort parken können. Und wir haben Pflegedienste, die ihre Kunden nicht vollständig besuchen können, weil die Suche nach Parkplätzen zu viel Zeit kostet und Supermärkte, die nicht angemessen beliefert werden können. Aber, meine Damen und Herren, das müssen wir doch mit den Anwohnern zusammen und nicht der Wirtschaftsverkehr gegen den Anwohnerbereich ausgespielt werden. Und das wirkliche Problem, das wirkliche Problem des fehlenden Parkraums ist doch, dass wir den Mangel verwalten. Sie wollen einen Mangel verwalten, die Gruppen gegeneinander ausspielen, anstatt neue Parkmöglichkeiten zu schaffen. Wir brauchen genügend Fläche für den ruhenden Verkehr, für den privaten wie für den Wirtschaftsverkehr. Ihre Forderung zu den Paragraphen 67, 72, Entwicklung neuer Mobilität. Ja, wir müssen schauen, welche neuen Mobilitätsmöglichkeiten uns auch neue technische Möglichkeiten geben. Und beispielsweise sind Sharing-Angebote, so sie berlinweit angeboten werden, ja auch positiv. Wenn aber die Verkehrsverwaltung es verabsäumt, beispielsweise für E-Roller vernünftige Regeln aufzustellen, die Menschen gefährdet, dann wird das nicht zur Zukunft der Mobilität führen, sondern zum Mobilitätsfiasko. Sie schreiben über das Thema Parkraumbewirtschaftung. Ja, es gibt Parkraumbewirtschaftung, die Sinn macht, weil die Parkzeit verringert wird und dadurch mehr Verkehrsteilnehmer einen Parkraum finden. Aber das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Rot-Grün-Seite, was Sie an Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der Vergangenheit beschlossen haben und mit diesem Antrag weiterführen wollen, ist Wegelagerei. Das ist Abzocke des arbeitenden Berliners. Und dass Sie da drin zu stehen haben, die Schaffung der Möglichkeiten, Straßen schneller zu entwidmen, setzt ja noch die Krone auf. Also wir haben ja alle gesehen und mussten es spüren, als Ihre selbst verliebte ehemalige Verkehrssenatorin als Wahlkampfgeg mal eine der traditionellsten Wirtschaftsstraßen, die Friedrichstraße in einem Handstreich lahmgelegt hat, 500 Meter weggenommen hat, sprich entwidmet hat. Nun, die heutige Redezeit ist begrenzt. Lassen Sie mich daher noch zwei Sachen sagen. Sie haben einen Antrag eingebracht unter falscher Flagge. Sie fahren unter einer Überschrift Wirtschaftsverkehr. In Wirklichkeit haben Sie aber diverse, diverse Punkte und Paragrafen dabei, die genau die eben geschilderten und noch weitere negative Auswirkungen auf den gesamten Verkehr haben werden. Und deshalb möchte ich noch eines sagen. Wenn ich mir den Antrag so ansehe, dann ist der irgendwie aus der Zeit gefallen. Er passt mir so in diese vergangene Zeit, als die rot-grüne Wolke diese Stadt zu ersticken drohte, die Mobilität zusammengedrückt wurde. Aber diese Wolke haben wir hinter uns gelassen. Wir können wieder nach vorne schauen. Wir können auch wieder in die Zukunft der Mobilität schauen. Und ich bin mir sicher, sehr verehrte Frau Verkehrssenatorin, dass wir auch mit Ihnen vielleicht kritische Punkte diskutieren werden. Aber in diese rot-grüne Zeit will niemand mehr zurück. Und diesen aus dieser Zeit stammenden Antrag dürfen wir hier auch nicht zulassen. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird Überweisung des Gesetzesantrags federführend an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr sowie mitberatend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe und an den Hauptausschuss. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.2. Das ist die Priorität der Fraktion Die Linke mit dem Tagesordnungspunkt 24. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke Drucksache 19 985. Kindergrundsicherung endlich umsetzen. Bundesratsinitiative starten. In der Beratung beginnt die Fraktion der Linke. Frau Seidel, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen, die in der Bundesrepublik in armen Familien aufwachsen, ist ein Skandal. Bundesweit lebt ein Fünftel aller Minderjährigen in Haushalten mit Transferleistungsbezug. In Berlin ist es sogar ein Drittel, nicht ein Viertel, Herr Wegner. Dass die bestehenden sozialen Sicherungssysteme nicht gut funktionieren, ist schon lange in der Debatte. Der Paradigmenwechsel weg vom unübersichtlichen Flickenteppich familienpolitischer Leistungen mit hohen Hürden und Bedürftigkeitsnachweis hin zu einer unkomplizierten Lösung für alle ebenfalls. Hier setzt das Konzept der Kindergrundsicherung an. Seit vielen Jahren viel diskutiert und tatsächlich fand das Vorhaben Einzug in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Das war 2021 und wurde von Verbänden, Gewerkschaften und natürlich auch von Parteien, meine Partei Die Linke fordert schon lange, diesen Weg einzuschlagen, mit großer Hoffnung aufgenommen. Im Januar diesen Jahres entblickte nun ein Eckpunktepapier das Licht der Welt, das einige wesentliche Punkte für eine Kindergrundsicherung wie folgt beschreibt. Alle jungen Menschen erhalten Altersgestaffelt einen Garantiebetrag sowie ergänzende Zuschläge, die abhängig vom Elterneinkommen sind. Bei Eltern mit Bürgergeldbezug greift automatisch der maximale Zuschlagsbetrag. Der Garantiebetrag wird, insbesondere bei Bezug von Bürgergeld, nicht mehr auf den Bedarf anderer Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Er ist alleinige Leistung für das Kind. Die Umsetzung soll verwaltungseinfach und bürgernah sein. Bestehende Leistungen wie beispielsweise Kindergeld, Asylbewerberleistungen oder Teile vom Bildungs- und Teilhabepaket sollen in der Kindergrundsicherung aufgehen. Die Stigmatisierung aufgrund des Bezuges von Sozialleistungen soll abgebaut werden. Das sind gute und wichtige Ansätze, die wir in unserem Antrag ja auch aufgenommen haben. Allein seitdem ist nicht mehr viel zu vernehmen. Nur medial ausgetragenes Gerangel um virtuelle, nicht nachvollziehbare Summen. Der Finanzminister redet von 3 Milliarden Euro, die Familienministerin von 12 Milliarden Euro. Unklar ist, auf welcher Grundlage die Summen ermittelt sind und es ist Unsinn, über Summen zu streiten, bevor nicht die Parameter geklärt sind. Wir brauchen ein Konzept. Die Befürchtungen sind groß, dass das ganz sicher sehr komplexe Vorhaben der Kindergrundsicherung in einer Sackgasse landet, wofür es leider deutliche Anzeichen gibt. Mit einem Scheitern der Kindergrundsicherung würde der Bund die Länder und Kommunen bei der Bekämpfung der Kinder- und Familienarmut weiterhin allein lassen. Deshalb fordern wir in unserem Antrag den Senat auf, hier initiativ zu werden. Wir wollen, dass der Bundesrat gegenüber der Bundesregierung aktiv wird und das schnell. Der Zeitplan ist ambitioniert. In 2025 soll die Kindergrundsicherung bereits umgesetzt werden. Hier braucht es Rückenwind aus dem Bundesrat. Denn es darf nicht bleiben, wie es ist. Auch die Einführung des Bürgergeldes Anfang dieses Jahres bleibt Armut per Gesetz. Hier wurden nicht etwa die Regelsätze bedarfsgerecht erhöht, sondern nur ein bisschen an die Inflation angepasst, an eine Inflation, die ungebremst fortschreitet. Dazu kommt, familienpolitische Leistungen erreichen die armen Familien oft nicht. Zum Beispiel das Kindergeld, weil es mit anderen Leistungen wie dem Bürgergeld verrechnet wird, bekommen arme Familien das nicht. Zum Beispiel der Kinderzuschlag oder die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Weil die bürokratischen Hürden zu hoch sind, werden sie nur minimal in Anspruch genommen. Unberücksichtigt bleiben ebenfalls die jungen Menschen, deren Familieneinkommen ein paar Euro über der Anspruchsgrenze auf staatliche Unterstützung liegt. Es fallen also sehr viele aus ihrem Rechtsanspruch heraus. Dass junge Menschen, die in Armut aufwachsen, materiellen Verzicht erleben, ist das eine. Das andere, vielleicht viel einschneidendere, ist, dass ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur eingeschränkt möglich ist. Das wissen wir alle. Die Länder sind auch auf diesem Gebiet nicht untätig. Berlin hat hier unter Rot-Rot-Grün und Rot-Grün-Rot bereits Meilensteine gesetzt. Im Jahr 2017 wurde die Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut etabliert, die seitdem strategisch, ressortübergreifend, rechtskreisübergreifend arbeitet. Es gibt eine gesamtstädtische Strategie, die in allen Bezirken wirkt. Wir haben Familien finanziell entlastet mit dem kostenlosen Schülerticket, den gebührenfreien Kita- und Hortjahren, dem kostenlosen Mittagessen und der Lernmittelfreiheit an Grundschulen. Das sind nur wenige Beispiele. Auch Hilfe- und Beratungssysteme mit den Familienservicebüros, Familienzentren und Erziehungs- und Familienberatungsstellen wurden ausgebaut und finanziert. Das sind gute und hilfreiche Rahmenbedingungen. Bei der bedarfsgerechten materiellen Versorgung ist aber der Bund in der Pflicht rechtlich und politisch. Meine Damen und Herren, ich hoffe auf breite Zustimmung zu diesem Antrag in diesem Hause. CDU und SPD haben sich ja in ihrem Koalitionsvertrag hierzu durchaus aufgeschlossen und zustimmend geäußert. Was gut ist, gerade Berlin braucht eine Kindergrundsicherung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht nun der Kollege Simon. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute diskutieren wir den von den bisherigen Berliner Regierungsparteien Linke und Grüne eingebrachten Antrag Kindergrundsicherung endlich umsetzen. Bundesratsinitiative starten. Die Grünen, im Bund, ja weiterhin Regierungspartei, wollen, dass der Senat, dem sie bis zum 27. April angehört haben, eine Initiative in der Länderkammer ergreift. Die Linken wollen das auch. Die Frage ist doch, was hat sich eigentlich seit dem 27. April getan. Wieso jetzt und wieso trauen Sie Ihrer grünen Bundesfamilienministerin nicht zu, den von ihr angekündigten Plan umzusetzen, nach der Sommerpause 2023 das Gesetzgebungsverfahren zur Einführung einer Kindergrundsicherung zu beginnen? Sie haben ja in Ihrem Antrag auch genannt das Eckpunktepapier. Und in dem Eckpunktepapier vom Januar steht ja gerade drin, nach der Sommerpause 2023 soll das Gesetzgebungsverfahren beginnen. Ich verstehe sehr gut, dass die Linke skeptisch ist, ob die Grünen gute Familienpolitik auf Bundesebene gebacken bekommen. Das sind einige. Denn gleichzeitig stellen die Grünen auf Bundesebene ja gerade unter Beweis, dass sie gerade keine gute Politik für Familien machen, außer für die Familie Greichen. Da hat Robert Habeck, da haben die Grünen auf Bundesebene Familienpolitik ganz, ganz falsch verstanden. Keine gute Familienpolitik deshalb, da die Grünen diejenigen sind, die mit dem Heizungsgesetz gerade für alle Familien richtig, richtig dicke Rechnungen drucken. Für die Familien, die zur Miete wohnen, und das sind die allermeisten in Berlin, eine dicke Rechnung Monat für Monat mit der Miete. Für die Familien, die in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus wohnen, eine einmalige dicke Rechnung. Einige sagen, aus meiner Sicht zu Recht, auch eine kalte Enteignung. Gute Familienpolitik geht anders, meine Damen und Herren. Wie sieht es in Berlin aus? Frau Helm, ich freue mich, dass Sie es kaum erwarten konnten. Jedenfalls haben Sie das in Ihrem Debattenbeitrag zur Regierungserklärung, das Beste für Berlin ja deutlich gemacht, was wir als Koalition gegen Kinderarmut unternehmen wollen. Frau Seidel hat ja auch einiges, was in der Vergangenheit gegen Kinderarmut unternommen worden ist, herausgestellt. Und es ist richtig, dass wir im Koalitionsvertrag der Bekämpfung der Kinderarmut, der Familienarmut, Sie haben völlig recht, Frau Kollegin, der Familienarmut, einen großen Stellenwert beimessen. Also, wir sagen, die bisherige Berliner Armutsstrategie zur Bekämpfung der Kinder- und Familienarmut ist eine gute Grundlage. Wir sagen, die Landeskommission zur Bekämpfung und für die Prävention von Kinder- und Familienarmut soll weiterarbeiten. Auch die hatten Sie ja genannt, Frau Kollegin. Antragsverfahren sollen erleichtert werden. Beratungsangebote und Leistungserbringungen sollen gebündelt werden, auch im Land Berlin. Wir wollen Präventionsketten stärken. Deshalb sollen Brüche in den Übergängen von Kita, Schule und Ausbildung vermieden werden. Dazu werden wir die Kita und Sozialarbeit stärken. Wir werden den automatisierten Datenaustausch zwischen Einrichtungen und Ämtern vorantreiben. Das entlastet Familien. Wir werden einen digitalen Berliner Chancenpass für alle Kinder einführen. Denn wir wollen einen unbürokratischen Zugang zu Bildung und sozialer Teilhabe für alle Kinder. Die Berliner Koalition von CDU und SPD hat im Koalitionsvertrag in zwei Kapiteln die Kindergrundsicherung explizit als eine mögliche Lösung festgeschrieben. Im Kapitel zur Kinder-, Jugend- und Familienpolitik steht richtigerweise, dass wir uns im Bund für eine wirksame Reform der staatlichen Transferleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern einsetzen. Diese Reform soll nach unserer Vorstellung durch eine Bündelung und einen verbesserten Zugang die Teilhabe an diesen Leistungen erleichtern. Das ist entscheidend. Die Teilhabe soll erleichtert werden. Beispielsweise, und so steht es ausdrücklich im Koalitionsvertrag, beispielsweise durch eine eigenständige Kindergrundsicherung. Im Kapitel Soziales haben wir in etwa wortgleich auch das noch einmal deutlich gemacht. Auch dort mit den Worten beispielsweise durch eine eigenständige Kindergrundsicherung unterstrichen. Die Kindergrundsicherung ist für uns als Koalition ein möglicher Weg. Wir sind aufgeschlossen der Kindergrundsicherung gegenüber. Es kommt auf die Ausgestaltung darauf an. Und es kommt darauf an, ob eine Bundesratsinitiative dafür der richtige Weg ist. Das werden wir im Ausschuss miteinander beraten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Bukat-Eulitz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon schwer, so rumzureden, wenn man eigentlich dem zustimmen will, aber dann doch nicht kann und dann irgendwie abweicht. Es gibt hier ja Leute im Saal, die auch der Koalition angehören, die da eindeutiger sind. Da sitzt auch ein Staatssekretär, der sich bei Twitter zur Kindergrundsicherung da auch sehr bekennt. Vielen Dank, Assis, dass du da immer mit bei der Sache bist. Klar ist, Kinderarmut ist eines der skandalösesten Probleme in diesem Land. 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind in Deutschland von Armut gefährdet. In Berlin liegt die Armutsquote mindestens bei 23,3 Prozent. Das ist jedes vierte oder auch dritte Kind. Die monetären Leistungen des Staates für Kinder sind zu niedrig. Das ist ein Fakt seit Jahren. Die bürokratischen Hürden sind zu hoch. Die Chancen in unserem Land sind nicht fair verteilt. Das wissen wir alle seit vielen Jahren. Die Lebenschancen eines Kindes in Deutschland sind abhängig vom Geldbeutel seiner Eltern wie in kaum einem anderen Land Europas. Dafür müssen wir uns alle schämen. In der aktuellen IGLO-Studie, die Mitte Mai vorgestellt wurde, bestätigt sich erneut. Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien weisen starke Kompetenzrückstände im Lesen auf. Das hat mit ihrer Armutssituation zu tun. Als sich die Ampel, die Einführung der Kindergrundsicherung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, waren wir alle froh. Endlich! Das größte Projekt der Armutsbekämpfung dieser Legislaturperiode. Mit der Kindergrundsicherung hätte jedes Kind, jeder Jugendliche die Chance, das eigene Leben freier und selbstbestimmter zu gestalten, unabhängiger von der Einkommenssituation der Eltern. Mit ihrer finanziellen Absicherung hat soziale Teilhabe dann auch endlich eine Chance. Die grüne Familienministerin kämpft gegen eine chaotisierende und populistische FDP für Familien und Kinder, nicht gegen sie. Warum die FDP nicht mehr hier in diesem Parlament sitzt, beweist sie auf Bundesebene auch bei ihrem Widerstand gegen die Kindergrundsicherung. Ich bin der Meinung, die SPD ist noch zu zurückhaltend. Liebe SPD, redet doch bitte noch einmal intensiver mit eurem Bundeskanzler. Der soll Lisa Paus mehr unterstützen. Wir tun dies mit diesem Antrag. Herr Heil, der Bundesarbeitsminister muss endlich die Berechnung für das Existenzminimum für Kinder liefern. Das ist der einzige Grund, warum diese Zahlen so weit auseinandergehen. Damit es weitergehen kann, diese sollen allen Kindern und Jugendlichen einen monatlichen Grundbetrag zuweisen. Der Grundbetrag wiederum soll um einen monatlichen altersgestaffelten Zuschlag ergänzt werden. Dieser muss höher sein, je niedriger das Familieneinkommen ist. Das wäre kein neues Instrument, denn die Düsseldorfer Tabelle und der Unterhaltsvorschuss arbeiten bereits damit. Mit der Kindergrundsicherung soll eine Leistung des Kindes, des Jugendlichen etabliert werden, die weder beim Bezug von Sozialleistungen noch innerhalb des Steuerrechts als Einkommen der Eltern angerechnet wird. Das ist neu und absolut wichtig. Die Gegenwart von Kindern ist jetzt. Ihre Bedürfnisse zählen jetzt. Geld, das in die Zukunft, in die Zukunft unserer Kinder investieren. Und dafür ist jeder Cent genau richtig angelegt. Unsere Kinder brauchen Zukunftschancen. Ergreifen Sie die Initiative. Stimmen Sie diesem Antrag zu. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Freier-Winterwerb das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Zunächst einmal möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Grünen und der Linken dafür bedanken, dass sie die Frage, wie wir materieller Kinder- und Familienarmut begegnen wollen, heute so prominent auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen, die wir parallel bearbeiten. Sei es die Herausforderungen rund um die vorangegangene Corona-Pandemie und ihre sozialen Folgen, die Folgen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehende Inflation und vieles mehr. Gerade für Kinder und Jugendliche und Familien bedeutet all das enorme ökonomische Belastungen, wie auch der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung und dessen Begleitforschung zeigt. Gerade in der Metropole Berlin mit all ihren Facetten ist Kinder- und Familienarmut eine riesige Herausforderung, die wir mit Entlastung und Entbürokratisierung begegnen. Unter langjähriger SPD-Führung der Bildungsverwaltung ist es gelungen, den weit überwiegenden Teil der Bildungsangebote von der Kita bis zur Hochschule kostenfrei und inklusiv zu gestalten. Als große Koalition werden wir diesen Weg fortentwickeln. Denn wir wissen, obwohl viele Verbesserungen der letzten Jahre bereits spürbar sind oder dabei sind, spürbar zu werden, es braucht mehr davon. Der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte Schritt der Einführung einer Kindergrundsicherung steht beispielhaft für eine längst überfällige Maßnahme. Denn die Kindergrundsicherung wird ein nutzbringendes Instrument der Armutsprävention und Armutsbekämpfung sein. Sie soll aus einem einkommensunabhängigen Garantiebeitrag und aus einem einkommensabhängigen Zusatzbeitrag zusammensetzen, sich so an den Bedürfnissen der Kinder und Familien orientieren und einen Gießkannen-Effekt vermeiden. Leistungen werden gebündelt und unbürokratischer gemacht. Durch Zusatzbeiträge kommen wir zu noch mehr Chancengleichheit. Für uns ist deswegen klar, dass die Kindergrundsicherung kommen muss. Und auch für die neue Koalition auf Landesebene ist klar, dass sie sich für eine Reform der staatlichen Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Kindern einsetzen wird. Und so haben wir es im Koalitionsvertrag auch vereinbart. Und wir freuen uns dementsprechend, diesen Antrag im Ausschuss auch miteinander zu besprechen. Und ich würde mal vermuten, dass wir uns über das Anliegen und die Notwendigkeit der Kindergrundsicherung generell ganz schnell einig werden. Aber wir intensiv über den Weg sprechen müssen, wie das Ganze denn hilfreich ist. Zuständige Bundesministerin ist Frau Paus, die auch für Bündnis 90 Die Grünen und für unsere Stadt im Bundestag sitzt. Angekündigt hat Ministerin Paus eine Initiative zur Einführung der Kindergrundsicherung ab Herbst diesen Jahres. Und ich sage mal so, einen Referentenentwurf vorzulegen ist an sich gar kein Problem. Man muss es nur machen und hat dann auf jeden Fall die Debatte in der Öffentlichkeit, glaube ich, bei einem so wichtigen Thema, was auch schon so weit geeint ist, auf seiner Seite. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Burkhard-Eulitz? Ich würde es mal versuchen. Bitteschön, Frau Burkhard-Eulitz. Sie dürfen es versuchen. Jetzt kann ich. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie wissen, wer in der Bundesregierung dafür zuständig ist, die Existenzminimum-Berechnung zu machen. Vielleicht können Sie uns ja da weiterhelfen, welches Ministerium und in welcher Farbe wer dafür zuständig ist. Vielen Dank. Also ich beantworte Ihnen gerne die Frage, welche Ministerin gesagt hat, dass die Kindergrundsicherung ihr zentrales sozialpolitisches Element und Instrument ist, was Sie dringend durchsetzen wollen. Das ist Lisa Paus und über Lisa Paus sprechen wir an der Stelle. So. Und selbstverständlich ist mir völlig klar, dass da auch noch andere Ministerien daran mitarbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist es die Aufgabe von Lisa Paus hier in die Vorleistung zu gehen, einen Referentenentwurf einzubringen, der dann diskutiert und weiterentwickelt wird. Das ist Fakt. So funktioniert das auf der Bundesebene. Und wenn Sie da Unterstützung brauchen, auch noch mal mit Frau Paus zu sprechen, ich vermute, ich kann da Kontakt herstellen. Sie scheinen ja nicht zu reden. Und ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte eigentlich viel verbindender heute sein, aber das hat mich jetzt doch rausgefordert. Und übrigens auch noch mal, um festzustellen, wie die schwarz-rote Landesregierung hier agieren wird. Sie wird nämlich den Prozess, so wie es die rot-rot-grüne Landesregierung gemacht hat, produktiv und nach vorne gerichtet und unterstützend auch begleiten. Habe ich schon wieder eine Nachfrage? Nein. Gut. Genau. Und wird diesem Prozess entsprechend... Ach, Redezeitende. Entschuldigung. Ah, genau. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dementsprechend freuen wir uns sehr, über den Antrag im Ausschuss zu sprechen, um zu schauen, welches der richtige Weg ist, um die Kindergrundsicherung nach vorne zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Tabor. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Berliner Familien. Als Fürsprecher traditioneller Familienwerte begrüßen wir es, wenn Familienthemen besprochen werden hier im Hohen Haus. Zunächst allerdings überraschend, dass ausgerechnet die Familien fernsten Parteien diesen Antrag stellten und dann eigentlich auch wieder nichts. Schließlich geht es denen mal wieder um das Verteilen von Geld anderer Leute. Ein kaltes Herz muss jeder haben, der eine Kindergrundsicherung nicht umgehend umsetzen möchte. So hört man es immer wieder aus linken Kreisen. Aber ist das wirklich so? Im Antrag geht es um Familien mit geringem Einkommen. Es geht darum, Kinderarmut zu bekämpfen, um die Übernahme von höheren Heiz- und Wohnkosten. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam auf diese Punkte schauen. Kinderarmut ist immer auch Familienarmut. Und warum sind Familienarm? Sie leiden unter hohen Steuern. Sie leiden unter hohen Steuerabgaben. Sie leiden unter hohen Mieten. Sie leiden unter hohen Energiepreisen. Das sind alles Folgen schlechter Politik. Kinderarmut in diesem Land ist nicht nur eine Schande, sie wäre auch weitestgehend vermeidbar, wenn eine familienfreundliche Politik betrieben würde. Wer hat denn nicht gebaut in dieser Stadt und damit zur Verknappung und Verteuerung von Wohnraum beigetragen? Linke und Grüne, die sich mit Händen und Füßen gegen fast jedes neue Wohnbauprojekt gestemmt haben in dieser Stadt. Und wer hat denn mit einer Geisterfahrer-Mentalität die Energiewende zurück in die Vergangenheit beschlossen? Zukunftsorientiert ist das per se nicht, was Sie immer hier vorschlagen, meine Damen und Herren. Energiekostensteigerung, die es nicht zum Preis einer Eiskugel gibt, sondern auf Kosten des wohlverdienten Familienurlaubes, kann nicht gut sein, meine Damen und Herren. Und federführend sind immer wieder die Grünen. Aber die ganzen Altparteien, so wie sie hier sitzen, so wie sie auch im Bundestag sitzen, halten die Hände, die Arme der Grünen zusammen hoch bei diesem Thema. Und die Kanzlerin, welcher Partei hat im Herbst 2015 wegen unschöner Bilder die Tore nach Deutschland sperrangelweit offenstehen lassen? Damit hat uns die CDU eine illegale Migration beschert, an deren sozialen Folgen wir noch jahrzehntelang zu knabbern haben werden. Es lief und läuft also einiges falsch in dieser Stadt als auch im Land. Und um den Zustand nicht noch weiter zu verschlechtern, lassen wir das mit der Kindergrundsicherung mal lieber sein. Nein, danke. Denn das wäre ein weiterer Versuch, vor allem leistungsloses Einkommen zu erhöhen, ohne das Einkommen derer maßgeblich zu verbessern, die für die sozialen Wohltaten des Staates hart arbeiten müssen. Und das ist nämlich der hart arbeitende Mittelstand, meine Damen und Herren. Oder, wie es der Bundesfinanzminister, unser aktueller, gerade richtig feststellt, ich zitiere mit Erlaubnis, wir müssen bei neuen Sozialleistungen nun darauf achten, dass sich Menschen nicht irgendwann fragen, ob es bei ihnen finanziell noch einen fairen Unterschied ausmacht, wenn sie arbeiten gehen oder eben nicht. Und weil Kinderarmut eben immer Familienarmut ist, müssen Familien entlastet werden. Also Steuern senken, Familiensplittung statt Ehegattensplittung, Splitting, Entschuldigung, dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Produkte des Kinder- und Familienbedarfs, Wohnungsbau muss endlich gesteigert werden, ungesteuerte Zuwanderung muss gestoppt werden, vernünftiger Energiemix statt ideologischer Energiemondpreise, zinslose Darlehen für Eltern zum Erwerb von Wohneigentum mit Verminderung der Schuldensumme bei jedem neugeborenen Kind, Landeserziehungsgeld und als große Klammer da herum Familienmainstreaming statt Gendermainstreaming. Also die Beachtung von Familieninteressen bei jeder politischen Entscheidung. Keine der über 150 familienpolitischen Leistungen durch Bund und Land hat die Familienarmut in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich senken können, sondern sie wird immer größer, die Armut. Und auch die Kindersicherung würde nichts daran ändern. Ändern wird sich nur etwas, wenn ein Umdenken stattfindet, wenn sich Arbeit wieder lohnt, wenn es einen deutlichen Anreiz gibt, lieber arbeiten zu gehen, als sich in der sozialen Hängematte gut gehen zu lassen. Eine Kindergrundsicherung ist hier genau der falsche Weg. Und sie birgt noch eine große Gefahr. Es würde ein weiterer Pull-Faktor entstehen und noch mehr Glücksritter aus bildungsfernen Ländern nach Deutschland ziehen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns also lieber die Bedingungen ändern, als an den Symptomen herumzudoktern. Und das beginnt mit so trivialen Sachen, auch wenn es eigentlich nicht trivial ist, weil es eine Selbstverständlichkeit sein sollte mit guter Bildung in Kitas, in der Schule, um es jungen Bürgern zu ermöglichen, in Zukunft unabhängig von Sozialleistungen, frei und selbstbestimmt leben zu können. Eine Kindergrundsicherung ist daher der völlig falsche Ansatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrages federführend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie sowie mitberatend an den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten Medien. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.3. Das ist die Priorität der AfD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 17. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 19 838, Berlin endlich sicherer machen. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion. Bitte schön, Herr Woldeit, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, liebe Gäste, liebe Berlinerinnen und Berliner. Wir hatten heute die Regierungserklärung des neuen Regierenden Bürgermeisters. Wir hatten die Aussprache dazu. Und vollkommen zu Recht hat das Thema innere Sicherheit innerhalb der Aussprache einen hohen Stellenwert gehabt. Unser Antrag trägt den Titel Berlin wieder sicherer machen. Und das könnte den einen oder anderen doch ein Stück weit irritieren, weil es doch Jahr für Jahr immer wieder heißt, Berlin wird jedes Jahr sicherer. Aber ist das auch so? Es wird der Mantra artig wiederholt. Auch leben wir im sichersten Deutschland aller Zeiten, sagt Frau Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Aber wie sicher ist Berlin wirklich? Und lassen Sie mich dazu mal ein paar Zahlen sprechen. Im Jahre 2022 ist der Anstieg an Straftaten noch mal um knapp 10 Prozent gestiegen. Was heißt das? Es sind 40.000 Straftaten mehr. Was heißt das in Gänze? Es sind insgesamt 520.000 Straftaten. Berlin ist Kriminalitätshauptstadt, meine Damen und Herren. Jetzt könnte man aber hoffen, wenn es so und so viele hohe Straftatbestände gibt, dass zumindest die Aufklärungsquote eine bessere sei. Aber auch hier, die Aufklärungsquote ist wieder gesunken auf unter 45 Prozent. Damit haben wir die schlechteste Aufklärungsquote. Das heißt, die Hälfte aller Straftaten im Land Berlin wird nicht gesühnt. Sie wird nichts zur Rechenschaft gezogen. Das heißt bei Einbruchsdiebstählen, dass wir eine Aufklärungsquote unter 10 Prozent haben. Das heißt, der Einbrecher für Wohnungen muss quasi keinerlei Gefahr mit sich bringen, dass er geschnappt wird. Ein unhaltbarer Zustand, meine Damen und Herren. Dazu der mangelnde Respekt vor Polizei und Rettungskräften. Ich habe es in meiner letzten Rede vorletzter Woche schon gesagt. Wir haben dazu 9.000 Angriffe auf Polizisten, über 300 Angriffe auf Rettungskräfte. Das darf nicht sein. Unsere Polizistinnen und Polizisten, unsere Rettungskräfte brauchen Anerkennung und brauchen Rückhalt durch die Politik. Ich hoffe, dass sich da jetzt etwas ändert, meine Damen und Herren. Wenn wir uns die weiteren Entwicklungen mal angucken. Es sind Zahlen, nur Zahlen. Wir haben eine Steigerung an Tötungsdelikten von 15 Prozent. Steigerung an Sexualdelikten bis hin zur Massenvergewaltigung von auch bis zu 15 Prozent. Diebstahl plus 20 Prozent. Gewaltdelikte, Rohheitsdelikte plus 15 Prozent. Einbrüche noch mal um 24 Prozent gestiegen. Und unerlaubter Aufenthalt gestiegen um 65 Prozent. Wer uns dann erzählt, Berlin sei sicher, der fühlt uns an der Nase herum, meine Damen und Herren. Und ich sage es ganz deutlich. Wir haben sechseinhalb Jahre rot-grün-rote oder rot-rot-grüne Regierungsverantwortung gehabt. Diese Jahre sind das Ergebnis dieser Zahl. Rot-rot-grün war, ist und bleibt ein Sicherheitsrisiko, meine Damen und Herren. Und jetzt gehe ich in den Koalitionsvertrag rein. Der lässt ja mitunter ein bisschen hoffnungsvoll stemmen. Wir haben heute blumige Worte gehört. Man möchte jetzt Taser anschaffen. Man möchte Bodycams anschaffen. Da geht es übrigens erst mal um die rechtssichere Verhandlung im unmittelbaren Zwangsgesetz und im allgemeinen Sicherheitshausgesetz. Und wenn wir dann Bodycams anschaffen, Frau Innensenatorin, dann nicht welche, die Stromschläge vor Ort verbringen, sondern qualitativ hochwertiges Material. Das verdienen unsere Polizisten und Polizisten mit der entsprechenden Rechtsgrundlage, meine Damen und Herren. Aber so konservativ sich die CDU im Koalitionsvertrag gibt, ob das die Steigerungen um 1.000 Stellen sind. Im Übrigen sind das Dienstposten auf dem Papier. Dahinter stehen noch keine Mitarbeiter, die auch wirklich in der Ausbildung sind und die dann kommen. Mitarbeitergewinnung wird ein wirklich schwieriges Problem werden, aber wir werden Ihnen dazu ein gutes und richtiges Konzept vorlegen. Welcher Bereich taucht im Koalitionsvertrag nicht auf von der konservativen CDU? Das Thema Abschiebungen. Und jetzt kommt es auch noch zu einer Wahrheit. 42 Prozent aller Tatverdächtigen in Berlin sind Täter nicht deutscher Herkunft. Da sind ausländerrechtliche Straftaten nicht drin. Und wenn wir 67 Prozent eine Steigerung an unerlaubten Aufenthalt haben und wir wissen, nicht nur durch die Silvesterkrawalle, dass wir ein massives Potenzial an gewaltbereiten Ausländern haben. Warum sprechen Sie es nicht beim Namen an und warum ist das Thema Abschiebungen für Sie kein Thema, meine Damen und Herren? Das ist Augenwischerei. Und ich habe es Ihnen ja schon gesagt, wir legen Ihnen Gesetzesanträge vor. Egal, ob es zum unmittelbaren Zwangsgesetz ist oder zum allgemeinen Sicherheitsordnungsgesetz ist. Und wenn wir die einzelnen Gesetzesanträge beraten, zum Taser, zur Bodycam, zum finalen Rettungsschuss, zur Schleierfahndung, zur Wiedererwachung im öffentlichen Raum und weitere, dann kommen Sie bitte nicht mit der Aussage, wir erarbeiten einen Senatsentwurf, der allgemein novelliert. Das wäre der falsche Weg. Nehmen wir als Beispiel Unterbringungsgewahrsam, der schon Thema wurde heute. Den brauchen wir jetzt unmittelbar als rechtliche Maßnahme. Sonst werden wir diesem Klimaterrorist nämlich nicht her. Das sage ich Ihnen auch ganz deutlich. Und diese Aussage, wir kriegen dann den Senatsentwurf, wie lange soll das dauern? In der letzten Koalition waren es zweieinhalb Jahre. So viel Zeit haben wir nicht. Debattieren Sie und diskutieren Sie unsere guten Gesetzesänderungsanträge und lassen Sie uns gemeinsam Berlin wieder sicherer machen, meine Damen und Herren. Danke. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Träger das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Berlin sicherer machen, das ist das Ziel der Koalition aus CDU und SPD. Bitte lassen Sie mich dazu drei Anmerkungen grundsätzlicher Art machen. Erstens. Berlin sicherer machen ist unser Ziel. Und ich füge hinzu, ohne die Freiheit des Einzelnen zu opfern. Denn was wäre Sicherheit wert, wenn sie dem Individuum die eigene Freiheit nähme? Gleichzeitig gilt aber auch, was wäre die Freiheit des Einzelnen wert, wenn sie durch Übergriffe Dritter genommen würde? Freiheit und Sicherheit sind Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Sie bedingen einander. Immanuel Kant definiert in seiner Konzeption des Gesellschaftsvertrages eine normative Ordnung, in der alle Gesellschaftsmitglieder über ihren Raum persönlicher Freiheit verfügen können, ohne Übergriffe durch andere ausgesetzt zu sein. Zugleich sind die Menschen vor staatlicher Willkür sicher, da der Staat, bitte Frau Kappbeck, hören Sie zu, das ist wichtig, da der Staat Zwang nur ausüben darf, wenn dieser zur Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit notwendig ist. So formuliert es Immanuel Kant. Und genau das ist unser Ziel, die Freiheit des Einzelnen zu schützen. Zweite Frage, die unser Handeln bestimmt, ist die Frage, ob denn die individuelle Freiheit unserer Bürger durch Übergriffe anderer derzeit bedroht ist oder gar genommen wird. Wie ist denn die Bedrohungslage in Berlin? Denken Sie an die mutige Frauenrechtlerin Sairan Ates oder den bekannten Psychologen Ahmad Mansour. Das sind Bürger, die selbst keinem anderen die Freiheit nehmen, die aber selbst wegen ihrer Überzeugung von gewalttätigen, Extremisten in ihrer Freiheit und in ihrer körperlichen Unversehrtheit bedroht werden und deswegen vom Personenschutzkommando der Polizei ständig geschützt werden müssen. Meine Damen und Herren, das sind keine Einzelfälle und das ist inakzeptabel für jeden billig und gerecht denkenden Menschen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns die neueste polizeiliche Kriminalitätsstatistik an. Straftaten werden in unvermindeter, sogar leicht gestiegener Zahl in Berlin verübt. Bei einer gleichbleibend niedrigen Aufklärungsquote einer der niedrigsten aller Bundesländer, weit unter 50 Prozent aller angezeigten Straftaten. Das ist für einen freiheitsliebenden Demokraten ein unerträglicher, völlig inakzeptabler Zustand, den wir ändern müssen, meine Damen und Herren. Drittens. Da wir die Freiheit des Einzelnen schützen wollen, diese aber in hohem Maße bedroht und beschnitten wird, wollen wir jetzt wesentliche Schritte unternehmen, um, wie es Immanuel Kant gesagt hat, Hindernisse der Freiheit zu verhindern. Die im Koalitionsvertrag dazu vorgesehenen Vereinbarungen umfassen nach meiner Zählung über 83 Maßnahmen der Prävention und auch der Repression. Wir werden das Personal stärken, fürsorglicher Dienstherr für unsere Einsatzkräfte sein, ihre Ausstattung kontinuierlich verbessern und ihre Befugnisse der Bedrohungslage anpassen. Wir werden hinsehen, wenn Fehler gemacht werden und wir werden sie abstellen. Aber wir stellen unsere Polizei, unsere Feuerwehr und unseren Verfassungsschutz nicht unter Generalverdacht, sondern wir bringen unseren Einsatzkräften Vertrauen entgegnen und begegnen ihnen stets mit großer Wertschätzung. Denn es sind unsere Einsatzkräfte, die Freiheit und Sicherheit für uns alle bewahren und die dafür täglich ihren Kopf hinhalten. Vergessen wir nie, unsere Einsatzkräfte sind Instrumente des Rechtsstaates. Wer seine Hand gegen sie erhebt, erhebt seine Hand gegen diesen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, und das werden wir niemals tolerieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Amadie das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Berlin endlich sicherer machen, das ist ohne Frage ein wichtiges Thema. Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit gehören zu den Grundsäulen einer Demokratie. Umso interessanter, dass die Forderung nun von der AfD kommt. Herr Wollert, Sie sprachen eben über Sicherheitsrisiko. Dann lassen Sie uns auch mal zurückblicken. Seit 2018, 2019 wird die AfD von Verfassungsschutz beobachtet. Besonders der rechtsextremistische Zusammenschluss der Flügel. Die vorgebliche Auflösung änderte nichts an dessen Aktivitäten. Darin war sich der Verfassungsschutz einig mit prominenten AfDlern wie Björn Höcke, der selbst seit 2020 als Rechtsextremist unter Beobachtung steht. Wir erinnern uns an seine Forderungen wie die Abschaffung der Paragraphen 86 und 130 StGB. Genau wie die NPD ist Höcke für eine Legalisierung von Volksverhetzung, Holocaustleugnung und Gewalt aufrufen. Seit 2020 wird der AfD-Landesverband auch vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet. Überhaupt waren die Jahre 2021 spannend aus Sicht der AfD. All die Querdenker, Reichsbürger und Corona-Leugner-Demos, bei denen man Interessierte rekrutiert und sich mit gleichgesinnten Gruppierungen vernetzen konnte. Wir erinnern, das waren die Demos, durch die Deutschland im internationalen Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 21 abgerutscht ist, weil es zu gewaltsamen Eingriffen auf Journalistinnen kam. Eine vorläufige neue Höhepunkt wurde im April diesen Jahres erreicht, mit der ganz offiziellen Einstufung der AfD-Jugend, kurz AJ, als rechtsextremistisch JA. Ja, freuen Sie sich dran. In der Folge prüfte die Bundesregierung die Möglichkeit, den Zugang zu vertraulichen Informationen des Abgeordneten und JA-Vorsitzenden Hannes Knauck einzuschränken, der aufgrund seiner rechtsextremen Haltung Berufsverbot bei der Bundeswehr hat. All das führte natürlich nicht dazu, dass sich die Mutterpartei distanzierte, vielmehr wurde erwogen, im Namen der JA Klage gegen die Einstufung einzureichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur es ist also die Feststellung, dass die AfD als eine verlängerte Arm der rechten Szene in Deutschland agiert. Freundschaftliche Beziehungen pflegen daher Parteimitglieder zu verfassungsfeindlichen Gruppierungen wie den Reichsbürgern und Nordkreuz, die unsere Demokratie zerstören und das Kaiserreich oder Schlimmeres wieder aufrufen, äh, auferstehen lassen wollen. Dabei suchen sie über Kontakte zum russischen Geheimdienst den Anschluss zur Putin-Regierung. Ganz vorne dabei bei dem ersten Reichsbürgerratsjahr 2022 die ehemalige AfD-Abgeordnete und inzwischen ehemalige Berliner Richterin Birgit Malzak-Winkelmann. Eng sind auch die Beziehungen zu sogenannten neuen Rechten. Diese versuchen über Propaganda und Verschwörungstheorien die demokratische Grundordnung zu untergraben, zum Beispiel über rechtsextreme Magazine wie Junge Freiheit, für die auch der Kollege Gläser Redakteur war. Der Bundesverfassungsschutz hat befunden, dass die menschenrechtswürdige, unwürdige und demokratiefeindliche Ideologien von AfD-nahen Organisationen wie der JA nicht mit Grundgesetz und Menschenwürde vereinbar sind. Dass sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen und die Öffentlichkeit zum Schutz der Demokratie über diese Bestrebungen aufgeklärt werden muss. Ich danke an dieser Stelle für die Gelegenheit, zu dieser vom Verfassungsschutz geforderte Aufklärung der Öffentlichkeit beizutragen. Frau Kollegin, ich möchte Sie einmal bitten, noch einmal näher auf den Antrag einzugehen. Ich möchte einmal festhalten, in einem Moment noch, dass der Begriff Propaganda-Opfer absolut unparlamentarisch sei und in diesem Wohnhaus nicht erwünscht ist. Sogar die AfD selbst wurde der AfD-Rechstextremismus zuweilen zu bunt. Wenn einzelne Mitglieder sich wieder einmal als öffentlich zum Totalitarismus bekannten, sich allzu sehr als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus betrachteten, kam es vereinzelt zu halbherziger Distanzierung, die weder Auswirkungen auf die Ausrichtung der Partei noch die enge Verbindung dieser Person hatte. Nun stellt sich die Frage, was ist von diesem Hintergrund von dem Antrag hier zu halten? Wie will eine Partei zur öffentlichen Sicherheit beitragen zu einer stärkeren Wertschätzung und Ausstattung der Sicherheitsbehörden, die selbst vom Verfassungsschutz als demokratiefeindlich eingestuft wird? Die gegen alles Hetz, was nicht ihrer völkischen, autokratischen, rechtsextremen Ideologie entspricht. Die mit Verschwörungstheorien, Drohungen und Gewalt agiert. Berlin endlich sicherer machen, das machen wir gerne. Dafür brauchen wir die Anträge der AfD nicht. Denn sie ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Vielen Dank. Und nun erhält der Kollege Woldeit für die AfD-Fraktion die Gelegenheit für eine Zwischenbemerkung. Ja, vielen Dank Frau Präsidentin, Frau Kollegin Achmari. Was haben Sie heute Morgen gefrühstückt? Ich weiß es nicht. Das ist ja schon mitunter zum Schmunzeln und zum Lachen, was Sie hier vortragen, ganz ehrlich. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie zum Antrag gesprochen hätten. Mit nicht einem Wort, noch nicht mal nachdem die Präsidentin vollkommen zu Recht und mit dem Hinweis der Geschäftsordnung zur Sache aufgerufen hat, hat sie mit einem Wort zum Antrag gesprochen. Also ich habe nichts vernommen, meine Kollegen auch nicht. Und ich denke, die die anderen knapp 156 Kollegen auch nicht. Das haben vielleicht nur Sie wahrgenommen. Aber zu den Vorwürfen. Wir sind eine demokratische Partei, Frau Kollegin. Wir sind gewählt in fast jedes Landesparlament, wir sind gewählt im Europaparlament und wir sind gewählt im Deutschen Bundestag. Wann immer, wann immer, wann immer sich irgendein Mitglied im Rahmen von Äußerungen falsch verhält, wird es konsequent geahndet. Wir leiten Parteiausschussverfahren ein und ähnliche. Wenn Sie natürlich, wenn Sie natürlich einen Verfassungsschutz parteipolitisch mit instrumentalisieren wollen, was mitunter ja auch passiert, verkennen Sie übrigens, Sie waren ja in der letzten Legislaturperiode noch gar nicht hier, dass wir übrigens gar nicht auf den Verfassungsschutz geschimpft haben. Im ganzen Gegenteil. Wir wollen ihn sogar stärken. Wir wollen ihn auch stärken im richtigen Kontext, in der richtigen Gefahrenlage. Sie beschwören ja immer herauf, es gebe die große Gefahr von rechts. Im Übrigen wäre es eine Gefahr von Rechtsextremisten. Nicht von rechts, weil die parlamentarische Rechte legitimer Teil eines jeden Parlaments ist, meine Damen und Herren. Das haben Sie noch nicht begriffen. Und jetzt kommen wir noch mal zu der Gefährdungslage. Wie viele Gefährder, wie viele rechtsextremistische Gefährder haben wir im Land Berlin? Im unteren einstelligen Bereich. Eins bis drei sind das. Wie viele Gefährder haben wir im linksextremistischen Spektrum gewaltbereit? Oberes zweistelliges, obere zweistellige Bereiche um die hundert. Wie viele extremistische Gefährder haben wir aus dem religiösen Fanatismus Islamismus? Da sind wir im dreistelligen Bereich. Sehen Sie, woher die Gefahr kommt und in welche Richtung der Verfassungsschutz arbeiten muss? Der Verfassungsschutz ist nicht dazu da, eine demokratisch legitimierte Partei zu wählen, die fast sechs Millionen Wähler hat. Sie ist dazu da, die Verfassungsschutz zu schützen und wahre Feinde der Verfassung zu verfolgen. Und jetzt schauen Sie sich mal an, mit welchen Kollegen Sie sich anheim machen. Mit Leuten, die sagen, Deutschland verrecke, die hinter Transparenten herlaufen, Deutschland um dieses Stück Scheiße. Und Sie sind sogar in der Bundesregierung. Und Ihr Wirtschaftsminister Habeck wird zitiert mit, mit Vaterlandsliebe konnte ich noch nie was anfangen, war nicht immer zum Kotzen. Wer Verfassungsfeind ist, das sind Sie, meine Damen und Herren, und nicht wir. Ich danke Ihnen. Für die SPD-Fraktion hat nun der, entschuldigen Sie, ich war kurz abgelenkt. Frau Ahmadi, bitteschön, Sie haben die Möglichkeit einer Erwiderung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. So viel Zeit will ich gar nicht dafür verschwenden. Ich wollte, wenn Sie schon über Berichte sprechen, dann zitieren Sie auch richtig aus den richtigen Absätzen. Der größte Gefahr für unsere innere Sicherheit und Demokratie ist Rechtsextremismus. Das steht in allen Berichten, die Sie auch mal lesen. Vielen Dank. Und nun hat für die SPD-Fraktion der Kollege Matz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, obwohl die Debatte, die jetzt sich zwischendurch hier aufgemacht hat, auch ganz spannend sein könnte, fortzusetzen, hatte ich mir trotzdem die Mühe gemacht, mich mit dem Antrag der AfD-Fraktion auseinanderzusetzen. Wobei ich da aber schon sehr, sehr schnell an eine bestimmte Grenze gekommen bin und über die möchte ich mit Ihnen sprechen. Weil es geht nicht darum, ob in Ihrem Antrag vielleicht irgendein zutreffendes Stichwort zu finden ist, bei dem man was machen könnte, sondern ich habe mir erst mal die Frage gestellt, ob Sie Ihr selbst gestelltes Thema Berlin sicherer machen, mit diesem Antrag eigentlich irgendwie treffen. Und die Antwort ist, Sie scheitern vor allem schon an dem, was Sie beim Schreiben weggelassen haben. Denn erfolgreiche Politik für eine innere Sicherheit in Berlin setzt nicht nur auf mehr Polizei und deren Möglichkeiten, sondern ganz im Sinne der Polizei setzen wir neben Repression auch immer auf Intervention und vor allem Prävention. Und wenn man diesen Dreiklang nicht stärkt und nicht zusammensieht, dann lässt man die Polizei alleine als vermeintlichen Reparaturbetrieb gesellschaftlicher Fehlentwicklung. Das ist das, was die Polizei auch überhaupt nicht schätzt, dass sie mit diesen Themen ständig konfrontiert ist. Sie will auch, dass wir neben mehr Sicherheit durch die Polizei eben auch die Prävention sehen und dass wir an den Ursachen arbeiten, so wie es zum Beispiel die Erfahrungen der letzten Monate gezeigt haben, die zu dem Gipfel gegen Jugendgewalt Anfang des Jahres geführt haben. Daher werden auch die ersten Schritte der Koalition auf dem Feld der inneren Sicherheit nicht nur die Stärkung der Polizei und die Klärung der Rechtsgrundlagen ihres Handels zum Inhalt haben. Sehr wohl gesagt natürlich auch. Das wird Inhalt sein. Sondern auch die Stärkung der Prävention in Berlin. Auch Elternarbeit und Schulsozialarbeit, außerschulische Jugendsozialarbeit, Mehrorte für Jugendliche sind Themen, die dazugehören, wenn man Berlin sicherer machen will. Deradikalisierungsangebote und Extremismusprävention braucht es genauso und gehören auch zu den Vorhaben dieser Koalition. Machen wir das nicht, dann lassen wir die Polizei allein. Und das wollen wir gerade nicht. Und vielleicht weiß ich die innenpolitischen Themen ja heute auch schon durch die Debatte zu Beginn und auch durch die Fragestunde durchgezogen haben. Auch nochmal ein Wort an die Oppositionsfraktionen von der anderen Seite. Da ich schon gesehen habe, dass Sie gegen die Koalition mit Begriffen wie Angriff auf Grundrechte hantieren wollen und das im Ausschuss zum Beispiel zum Thema machen wollen. An Sie der Appell, warten Sie doch erstmal einfach ab. Sie werden an den Details unserer Vorhaben, die wir in der kommenden Zeit vorlegen werden und die wir erst noch erarbeiten müssen, sehen, dass wir sehr rechtsstaatliche Bedingungen schaffen werden für das, was bei Bodycam, Dashcam und Co. zu regeln ist. Sehr im Detail, sehr genau regeln, zu welchem Zweck und wo und auf wessen verlangen und welchen Speicherfristen Aufzeichnungen erfolgen. Hier wird es Rechtssicherheit geben, auch für Polizistinnen und Polizisten, die das anwenden, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die dann damit zu tun haben. Auch bei dem Thema Präventivgewahrsam, was heute schon mehrmals vorkam, haben Sie doch den Entwurf noch gar nicht gesehen. Hat im Moment auch noch den Grund, dass es den tatsächlich auch noch nicht gibt, weil so schnell geht es nun auch nicht, obwohl das bestimmt nicht zwei Jahre dauert, sondern ich kann Sie da beruhigen, das wird tatsächlich relativ schnell gehen. Aber warten Sie doch einfach mal ab, wie wir dafür Sorge tragen werden, dass ein Gewahrsam keinen Sanktionscharakter hat und natürlich, die Kollegin Helm hat darauf hingewiesen, auch keinen Sanktionscharakter haben darf. Deswegen stellt sich diese Frage am Ende auch nicht für die Veränderung beim Präventivgewahrsam. Wir wollen den Kurs setzen und auch fortsetzen, durch mehr Polizeikräfte die Sicherheit zu stärken. Wir stärken die Abschnitte, aber auch die Fahrradstaffel, was viel wert ist für die Sicherheit, für die Sichtbarkeit der Polizei in der Stadt. Wir werden gleichzeitig den baulichen Zustand von Polizei in Feuerwehrgebäuden priorisieren und abarbeiten. Wir werden eine moderne Leitstellenstruktur haben. Und deswegen ist die Innenpolitik in Berlin auf einem richtigen und ausgewogenen Weg. Und dafür brauchen wir bestimmt keine Anträge der AfD, die dabei völlig vergisst, dass es auch Prävention geben muss und nicht nur die Stärkung der Polizei. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt hat für die Fraktion Die Linke der Kollege Schrader das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wird Ihnen da drüben jetzt nicht gefallen, aber ich will mal da weitermachen, wo meine liebe Kollegin Frau Ahmadi aufgehört hat. Es gab mal eine sehr interessante Erhebung in einer großen Zeitung, Welt am Sonntag, wie Sie wissen, nicht gerade bekannt für linke Propaganda. Die haben sich mal angeschaut, wie viele Ermittlungsverfahren es so gibt gegen AfD-Abgeordnete in den deutschen Parlamenten, welche mit Immunitätsaufhebung. Das sind bei ungefähr 250 Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen 24 Verfahren. Also fast jeder Zehnte. Und das ist mehr als doppelt so eine hohe Quote wie bei allen anderen Parteien. Und die Vorwürfe, um die es so geht, sind auch nicht ohne. Da geht es um Betrug, Untreue, Meineid, Steuerhinterziehung, sexuelle Nötigung, Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, Volksverhetzung. Schöne Liste, oder? Dann kam vor kurzem noch ein Fall aus Thüringen dazu. Der Abgeordnete Thorsten Schupon wurde jetzt in zweiter Instanz verurteilt wegen Verfolgung Unschuldiger. Der Mann ist Polizist. Dann gibt es noch den Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt, der beschäftigt einen mehrfach verurteilten rechtsextremen Gewalttäter als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und wenn man will, kann man die Liste jetzt glaube ich auch noch weiter fortsetzen. Aber wenn man sich das so anschaut, dann ist ja eins klar. Es scheint doch irgendwie eine Personengruppe zu geben, die mehr Unsicherheit verbreitet in diesem Land als andere. Und das sind AfD-Abgeordnete. Und da sind die die Letzten, die hier von Sicherheit sprechen sollten. Sie vergiften das politische Klima draußen. Sie vergiften das politische Klima hier drin. Und da können Sie sich noch so angestrengter hinstellen, Herr Woldeit, und Seriosität vortäuschen. Sie machen dieses Land unsicherer, und das merken die Menschen auch. Und Ihr Antrag. Was ist das überhaupt für ein billiger Antrag? Da sind einfach so ein paar Punkte hingerotzt worden. Der Senat soll mal dies und das und jenes herzaubern, Gesetze ändern, ohne dass Sie da reinschreiben, was genau geändert werden soll. Also wenn Sie sich irgendwas, neue Befugnisse, Änderungen wünschen, dann setzen Sie sich doch hin und schreiben einen Gesetzentwurf. Sind Sie zu faul, um sich Gedanken zu machen über die Details oder was? Und dann fordern Sie die Anhebung von der Besoldung auf Bundesniveau. Sie fordern mehr Stellen, ganz viele, mehr Investitionen, mehr von allem. Ja. Der Senat war immerhin noch so ehrlich und schreibt dazu, es gibt einen Finanzierungsvorbehalt. Ja. Also kommt es wahrscheinlich gar nicht. Oder Berlin muss es sich irgendwo anders vom Mund absparen. Aber Sie schreiben einfach nur in Ihre Begründung rein, fiskalische Erwägungen haben, im Zusammenhang mit der inneren Sicherheit in den Hintergrund zu treten. Ja. Was kümmert die AfD denn die Finanzen? Wo soll das denn alles herkommen, das Geld? Wo soll das herkommen, das Personal? Verwenden Sie keine Anstrengung darauf, darauf Antworten zu geben. Ja. Deutsche Gründlichkeit ist das nicht. Das ist vollkommen unseriös. Peinlich. In der Grundschule würde man Sie dafür nachsitzen lassen. Bestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Woldeit? Nein. Und das kennen wir ja schon von Ihnen hier. Auf der Bühne schwingen Sie große Reden, aber wenn es dann mal wirklich in die parlamentarische Kleinarbeit geht, dann kommt der Totalausfall. Das ist auch völlig klar, was Sie wollen. Mit möglichst wenig Aufwand hier möglichst viel populistisches Sicherheitsgesülze loszuwerden. Das ist das eigentliche Ziel dieses Antrags. Und deswegen dürfen Sie sich auch nicht beschweren, wenn wir das hier nicht ordentlich ernsthaft diskutieren können. Und weil ich noch ein paar Sekunden habe, wollte ich noch ein paar Worte an die CDU-Fraktion richten. Herr Dregger, weil Sie hier statt klare Worte gegen die AfD zu finden, haben Sie nicht einmal gemacht, haben Sie hier herumphilosophiert. Sie waren diejenigen, die CDU, Sie waren diejenigen, die im Wahlkampf AfD-Methoden kopiert haben mit der Vornamensdebatte. Und Sie müssen sich mal dauerhaft entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen. Und wenn Sie sich hier entschieden gegen die AfD positionieren würden, dann können Sie auch mal ganz schnell Ihre Brandmauer nach rechts wieder aufbauen, die Sie selber wieder eingerissen haben. Da wird Ihnen kein Emanuel Kant helfen. Das müssen Sie ganz alleine machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für innerer Sicherheit und Ordnung sowie an den Hauptausschuss. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Die Fraktion der CDU hat auf die Anmeldung einer Priorität verzichtet. Wir kommen daher zur laufenden Nummer 3.5. Das ist die Priorität der Fraktion der SPD mit dem Tagesordnungspunkt 4. Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses Drucksache 19 995 zur Vorlage zur Beschlussfassung Drucksache 19 962. Gesetze über die Kostenbeteiligungsfreiheit für die Jahrgangsstufe 3 in der ergänzenden Förderung und Betreuung. Der Dringlichkeit haben Sie bereits eingangs zugestimmt. Ich eröffne die zweite Lesung der Gesetzesvorlage. Ich rufe auf die Überschrift, die Einleitung sowie die Artikel 1 bis 4 der Gesetzesvorlage und schlage vor, die Beratung der Einzelbestimmungen miteinander zu verbinden. Widerspruch höre ich dazu nicht. In der Beratung beginnt die Fraktion der SPD. Herr Kollege Hopp, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als SPD-Fraktion freuen uns sehr darüber, dass wir nun die Hortbetreuung für die Klassenstufe 3 abschaffen. Das ist ein guter Tag für Berlin. Ich bin in meiner letzten Rede vor zwei Wochen bereits darauf eingegangen und möchte hier die Gelegenheit noch einmal nutzen, um die große Bedeutung der gebührenfreien Bildung hervorzuheben. Deutschland ist, wie Sie wissen, unter allen OECD-Ländern das Land mit der größten Abhängigkeit zwischen Bildungserfolg und der sozialen Herkunft der Kinder. Der Geldbeutel der Eltern entscheidet also in unserem Land maßgeblich über Bildungschancen und damit über den weiteren Lebensweg von Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig ist aber das Recht auf Bildung ein Menschenrecht und damit unsere staatliche Pflicht. Unser Berliner Schulgesetz formuliert eindeutig, dass jeder junge Mensch ein Recht auf gleichen Zugang zu allen öffentlichen Schulen hat. Deshalb haben wir als Landespolitik die Verpflichtung, das Recht auf Bildung nicht nur als rechtlich gegeben anzuerkennen, sondern fortschreitend dafür zu arbeiten, dieses Recht auf der Grundlage der Chancengleichheit in allen Bereichen konsequent umzusetzen. In einer Gesellschaft, in der die Chancen aber so unterschiedlich verteilt sind, heißt das für uns, dass wir das Bildungssystem nach dem Anspruch ausrichten müssen, möglichst allen vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Für uns als Sozialdemokratie bedeutet das mit voller Überzeugung, wir kämpfen für ein für alle offenes, inklusives und chancengerechtes Bildungssystem. Das heißt für uns unter anderem, dass Schulen in herausfordernder Lage zusätzliche Mittel erhalten, dass geflüchtete Kinder Zugang zu schnellen Beschulungen im Regelsystem erhalten sollen, dass Lehrkräfte gerecht über Bezirke und unsere Stadt verteilt und gesteuert werden sollen, dass wir jegliche Bildungshürden im System abbauen und die gemeinsame, bruchlose und ganzheitliche Bildung fördern. Und hier reiht sich eben auch die Zielsetzung ein, dass Bildung für alle gebührenfrei sein sollte. Wir wissen, dass Gebühren als Bildungshemmnis, als Hürde wirken und damit Segregationsprozesse fördern und ungleiche Bildungschancen verfestigen. Wir wollen diese Hürden einreißen. In den letzten Jahren haben wir deshalb die Kita-Gebühren abgeschafft. Wir stellen das Schülerticket kostenlos zur Verfügung. Das Schulmittagessen ist gebührenfrei. Für Schulbücher in der Grundschule und für die Hortbetreuung in den Klassen 1 und 2 müssen Eltern nicht in den Geldbeutel greifen. Und heute gehen wir den nächsten Schritt eines langen Weges und erweitern die Gebührenfreiheit auf die Klassenstufe 3. Ich habe es das letzte Mal hier schon ausgeführt. Die Ausweitung der Kostenbeteiligungsfreiheit auf die dritte Klassenstufe ist nicht nur aus bildungspolitischer und sozialer Perspektive sinnvoll, sondern auch aus Sicht der Familienpolitik, der Gleichstellungspolitik, der Integrations-, Arbeits- und Wirtschaftspolitik. Die gebührenfreie Bildung ist für uns als SPD ein fortschreitender Auftrag und mit dem heutigen Tag ist dieser Auftrag auch noch nicht abgeschlossen. Wir haben uns in den Koalitionsverhandlungen 21, anders als Kollegin Brichtzi von der Linkspartei hier vor zwei Wochen behauptet hat, dafür eingesetzt, dass das Hortjahr 4 gebührenfrei wird. Gescheitert ist das nicht an uns und auch nicht an der Linkspartei. Gescheitert ist das an den Grünen. Und an diesem Punkt kommen wir eigentlich zur wichtigsten Zielsetzung neben der Ausweitung der Gebührenfreiheit, nämlich die Wahrung und der Schutz der kostenlosen Bildung. Die Gebührenfreiheit kostet uns viel Geld, aber sie ist jeden Euro wert. Wer die Gebührenfreiheit in Frage stellt – und das ist aus Fraktionen in diesem Haus in den letzten Jahren zunehmend geschehen – argumentiert und handelt gegen Bildungsgerechtigkeit und das Wohl unserer Stadt und unserer Familien. Wir alle wissen, unter anderen Koalitionsbedingungen wäre die gebührenfreie Bildung in Berlin schon längst in Gefahr. Für uns als SPD ist die Gebührenfreiheit ein hart erkämpfter Schatz. Für andere hier ist sie eine begehrte Schatztruhe, die gelehrt werden soll. Deshalb ist völlig klar, die Sozialdemokratie ist der Garant dafür, dass Bildung auch in Zukunft gebührenfrei bleibt. Einige glauben hier, dass die ewige Kritikschallplatte von 27 Jahren sozialdemokratischer Bildungspolitik uns in irgendeiner Weise trifft. Den Zahn möchte ich hier auch einmal ziehen. Wir sind mächtig stolz auf das, was wir in diesen Jahren erreicht haben. Sind wir deshalb fertig mit der Arbeit am Bildungssystem? Nein, das sind wir nicht. Ist noch eine Menge zu tun? Ja, natürlich. War dieser Weg, den wir als Sozialdemokratie in der Bildung gegangen sind, wichtig für diese Stadt, seine Familie und seine SchülerInnen? Absolut. Werden wir uns als SPD weiter für die gebührenfreie Bildung einsetzen. Darauf können Sie sich verlassen. Ein Blick in den Koalitionsvertrag zeigt Ihnen auch, dass es auch in den kommenden drei Jahren weitergeht mit den großen Linien sozialdemokratischer Bildungspolitik. Und deswegen machen Sie sich darauf gefasst, nach 27 Jahren Bildungspolitik der SPD weiter zu zählen. Dankeschön. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Burkhard Eulitz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben heute keine Premiere, kein einzigartiges Phänomen. Diese Koalition hat auch jetzt noch keine bildungs- und familienpolitische Agenda, gar keine Agenda, die sie hier zur Debatte stellt. Sie brauchen immer noch rot-grün-rote Arbeit und wir hören die gleichen Reden jetzt zum zweiten Mal. Fakt ist, es ist ein guter Gesetzentwurf, dem wir selbstverständlich auch zustimmen werden. Rot-grün-rote Politik haben wir in den letzten sechs Jahren immer gern zugestimmt. Und Rath ist jetzt gerade zwar nicht da, aber er sollte mal aufhören, immer hier Märchen zu erzählen. Das glaubt ihm niemand mehr, Kinder aus der Armut zu helfen. Das wollen hier viele und das ist nicht exklusiv bei der SPD angesiedelt. Und wenn wir schon mal bei der Schule sind, beim Ganztag. Die Senatorin hat in den letzten Tagen viel über den Fachkräftemangel bei den Lehrkräften gesprochen. Richtig, aber allein über Lehrkräfte zu sprechen, das klingt ganz nach der alten Flurschule mit einer Lehrkraft frontal und die lieben Kleinen gehen zum Mittag zu Mama nach Hause. Aber die Realität ist eine andere. Die inklusive Berliner Schule ist längst multiprofessionell aufgestellt. Wo bleibt eigentlich das Konzept und die Unterstützung für diese Teams? Wo ist eigentlich die Beschreibung des Fachkräftemangels und deren Lösung bei den Erzieherinnen und Erziehern? Ohne die gibt es kein EFIP, kein Ganztag. Da nützt auch dann eine Kostenfreiheit nichts. Wo ist die Diskussion um die Verbesserung des Personalschlüssels im Ganztag bei den Erzieherinnen und Erziehern? Da steht nichts dazu im Koalitionsvertrag. Wo ist Ihre Solidarität und Wertschätzung für Sie? Wo sind die Lösungen des Fachkräftemangels bei den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern? Für die pädagogischen Unterrichtshilfen, für die SchulhelferInnen, die BetreuerInnen und all die anderen, die in unseren Schulen im Ganztag, in dem Kinder den größten Teil ihres Tages verbringen, arbeiten? Ohne sie funktioniert die Berliner Schule jenseits des Gymnasiums nicht. Stattdessen handelt die Senatorin widersprüchlich und nimmt den Mund ziemlich voll. Die fairere Verteilung von Lehrkräften wird gestoppt. Es werden uninhaltbare Versprechungen zur Absenkung von Unterrichtsverpflichtungen gemacht. Sie tun so, als ob sich die Einführung von dualen Studienangeboten die Vereinfachung der Anerkennung von ausländischen Studienabschlüssen mit einem Fingerschnipsen umsetzen ließen. Das ist nicht ehrlich. Entlasten Sie schnell die Schulen, indem Sie die Regelungen für die PKB und Honorarmittel entbürokratisieren, damit sich die Schulen schnell und einfach zusätzliches Personal erschließen können. Das ist eine wirklich eigenständige Schule. Und prüfen Sie nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, so wie wir es heute in der Fragerunde bei allen sämtlichen Senatsverwaltungen gehört haben. Sie prüfen, Sie prüfen, Sie prüfen, tun Sie. Wo sind die Ideen von Schwarz-Rot zur Entlastung der Schulen? Schauen Sie gern noch einmal inhaltlich auf die von Ihnen so wertgeschätzten freien Schulen, die auch ohne Noten und Druck Kinder und Jugendliche zum Lernen motivieren. Führen Sie einen bildungspolitischen Diskurs zur Entrümpelung der Rahmenlehrpläne. Schaffen Sie ein paar überflüssige Klassenarbeiten ab. Beim Gymnasium ist die Abschaffung des MSA ja auch ausschließlich mit der Entlastung der Lehrkräfte begründet. Die anderen Schularten danken Ihnen sicher auch, wenn Sie selbst bestimmen können, wie viele Leistungskontrollen Sie für notwendig halten. Eine Förderprognose kann auch ganz ohne Noten geschrieben werden. Der Ganztag steht vor großen qualitativen und personellen Herausforderungen. Da ist Schwarz-Rot ohne Antworten. Wir werden sie Ihnen liefern. Und nur kostenlos hilft nicht, wenn die Qualität nicht stimmt. Aber das sage ich Ihnen auch schon seit Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank und für die CDU-Fraktion hat nun die Kollegin Khaled Bari das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich diesmal mit einer eher heiteren Note beginnen. Wir haben das Gesetz über die Kostenbeteiligung für die Jahrgangsstufe 3 in der ergänzenden Förderung und Betreuung rechtzeitig vor der Sommerpause eingebracht. Und wir haben heute die zweite Lesung. Zugegeben, die Materie ist sicherlich ein bisschen einfacher als beim Umstellen des Heizens. Und wir sind eben nicht im Bundestag und auch nicht in einer Dreierkoalition. Auch deshalb tun wir uns leichter. Nun aber zurück zur Ernsthaftigkeit und der der Materie angemessenen Seriosität. Wir gehen mit der Gesetzesänderung einen weiteren Schritt hin zur Gleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern der offenen und gebundenen Ganztagsgrundschule. Und wir beenden sukzessive die Bedarfsprüfung für die ergänzende Förderung und Betreuung. Ein für meine Fraktion ganz wesentliches Merkmal, das mit dem Wegfall dieser Bedarfsprüfung einhergeht, ist die Entlastung der Jugendämter. Damit bauen wir Bürokratie ab, ermöglichen Freiräume und schaffen Kapazitäten für vieles andere Wichtige. Aus der Schwerpunktsetzung meines Vortrags aus der ersten Lesung dieses Gesetzes möchte ich aufgrund der Wichtigkeit wirklich zwei Punkte explizit nochmals aufgreifen. Zum einen wird es eine nicht unwesentliche pädagogische Verbesserung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, speziell in der Jahrgangsstufe 3 und der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, im Besonderen der Unterstufe, zum Schuljahresbeginn und andererseits zugleich eine wirtschaftliche Entlastung bzw. der Eltern und der Personensorgeberechtigten geben, wenn die Ausweitung der Kostenbeteiligungsfreiheit greift. Nicht zu vergessen das inkludierte Schul- und Ferienzeitmodell, was ebenfalls eine Vergünstigung darstellt. Zum Zweiten kann ich nicht umhin nochmals mit ganz großem Nachdruck auf das nach wie vor bestehende, ad hoc nicht zu schließende und sich bei steigendem Bedarf noch vergrößernde Defizit auf Seiten der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und der pädagogischen Assistenten hinzuweisen. Hier müssen und werden wir ganz gezielt ansetzen, weil es schlicht und einfach nicht genügt, ein Gesetz zu verabschieden, die Umsetzung der Verwaltung aufzubürden und die Schulen quasi im Regen stehen zu lassen. Wir müssen also zügig, so zügig wie möglich die menschlichen Ressourcen bereitstellen. An der Stelle sind die Schulverwaltung und die Wissenschaftsverwaltung selbstverständlich gefragt. Dieser gemeinsamen, wichtigen Aufgabe sind sich allerdings beide bewusst und gehen bereits die ersten richtigen Schritte. Lassen Sie mich hier konstatieren, alle Hochschulen und andere Ausbildungsstätten für diese Begriffsgruppe, die wirklich zu wenig vorhanden ist, ganz gleich ob staatlich, konfessionell ausgerichtet oder von Treinträgern der Jugendhilfe, müssen wir so fördern und unterstützen, dass die Anzahl an pädagogischem Fachpersonal selbstverständlich im erheblichen Maße gesteigert wird. Wir brauchen diese ausgebildeten und qualifizierten Kräfte, wenn wir unseren Anspruch an besten Unterricht und entsprechender außerunterrichtlicher Förderung und Betreuung gerecht werden wollen. Hier gilt es, über Kostenbefreiung auch für die Studierenden mit dem Bund in entsprechende Verhandlungen zu treten. Ich hoffe, mir mit Ihnen allen einig zu sein, für eine bessere schulische Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler im Land Berlin müssen und werden wir bei weitem erfolgreicher sein, als in den letzten Jahren es der Fall war. In Zeiten der großen finanziellen Anspannung investieren wir in die Zukunft und in die junge Generation für eine übergreifende Bildungsgerechtigkeit, von der wir heute sehr, sehr viel schon gehört haben. Mit dieser Gesetzesänderung begeben wir uns auf einen erfolgversprechenden, in die Zukunft weisenden Weg. Wir gelangen hin zu einer kontinuierlichen Fort- und Weiterentwicklung der Berliner Schule, von Tag zu Tag. Unterstützen Sie uns dabei und stimmen Sie für unseren Gesetzesvorschlag für die Schülerinnen und Schüler in Berlin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Linksfraktion hat die Kollegin Britschi jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute beschließen wir gemeinsam, dass die Kostenfreiheit des Hortes auf die Klassenstufe 3 ausgeweitet wird. Und gut, dass Schwarz-Rot die gute Bildungspolitik von Rot-Grün-Rot umsetzt. Neben dem längeren gemeinsamen Lernen ist auch der Zugang zum Ganztag zentral. Das haben wir besprochen, weil der Bildungserfolg nicht länger von der sozialen Herkunft abhängen soll. Und zwar für alle Kinder. Und deswegen brauchen auch alle Kinder einen vollwertigen Schulplatz mit Ganztagsangebot. Und es kann wirklich nicht sein, dass noch 1.600 geflüchtete Kinder auf einen Schulplatz warten muss. Das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Das ist ein Recht auf Teilhabe und Bildungschancen auch für geflüchtete Kinder. Und Ralt Salé hat es heute früh gesagt, Herr Hopp hat es auch noch einmal ausgeführt, dass die Kostenfreiheit des Bildungssystems wichtig ist. Nur dafür hat sich die SPD leider den falschen Koalitionspartner ausgesucht. Und das sieht man daran, dass abgesehen von der Kostenfreiheit des Hortes Klasse 3 kein weiterer Schritt vereinbart ist im Koalitionsvertrag. Und wenn man jetzt noch einmal aufzählt, was wir alles unter Rot-Grün-Rot gemeinsam gemacht haben in den sechs Jahren. Ja, die Bedarfsprüfung für den Hort abgeschafft von Klasse 1 bis Klasse 6. Wir haben die Kostenfreiheit für den Hort in Klasse 1 bis 3 beschlossen, um die Zugangshürden zu senken. Das kostenfreie Mittagessen, die Lernmittelfreiheit in der Grundschule wieder eingeführt. Das kostenfreie Schülerenticket gemeinsam auf den Weg gebracht, damit Mobilität auch nicht vom Geldbeutel abhängt. All das ist völlig klar kostenfreie Bildung, mildert die soziale Ungleichheit. Und das zwingt, die letzte Studie zwingt uns einfach zum Handeln, damit mehr Kinder auch Kita und Hort besuchen können, unabhängig davon, wie das Einkommen der Eltern aussieht. Rot-Grün-Rot hat 2021 die Ausweitung der Kostenfreiheit für den Hort in der Klassenstufe 3 vereinbart und ausfinanziert. Und heute liegt uns der Gesetzentwurf vor. Und da muss ich, Herr Hopp, dann auch doch noch mal korrigieren. Das stimmt zwar, dass die grüne Spitze, dass das nicht das leidenschaftlichste Thema war für die grüne Spitze, die Kostenfreiheit im Hort Klasse 3 und 4. Wir haben uns aber darauf vereinbart. Und dass die 4 nicht gekommen ist, das lag daran, dass nicht genügend Budget zur Verfügung stand. Und das ist eben sehr schade, dass hier die SPD nicht noch was dazugeben konnte. Und das meinte ich damit, dass uns das leider nicht gelungen ist, die 4 auch mit zu beschließen. Und aus meiner Sicht ist doch völlig klar, muss die 4, 5 und 6 kommen, wenn wir den kostenfreien Hort haben wollen. Da müssen wir natürlich weitere Schritte und einen Stufenplan vereinbaren. Und der fehlt. Und diese Chance wurde jetzt verpasst. Im Koalitionsvertrag sind, wie gesagt, keine weiteren Schritte vereinbart. Das ist wirklich bitter für die Familien, die darauf angewiesen sind. Die natürlich fragen, was ist denn mit der 4, mit der 5, mit der 6? Und möglicherweise melden dann Familien ihre Kinder dann auch nach der Klassenstufe 3 dann wieder vom Hort ab. Und das wäre ja kontraproduktiv. Bezüglich der Qualität hatte ich ja auch das letzte Mal schon gesagt, dass da kein Lichtblick zu erkennen ist, keine Verbesserung des Personalschlüsses, keine Standards für Räumlichkeiten und Ausstattung im Ganztag, keine Ausbildungsoffensive für die ErzieherInnen. Und das ist natürlich wichtig, weil wir die ErzieherInnen halten wollen. Und da muss ich doch noch mal ein Wort sagen, auch angesichts des Personalmangels. Es braucht natürlich eine Steuerung bei der Einstellung von ErzieherInnen und Lehrkräften. Das ist völlig klar, dass die Schulen, die es besonders schwer haben, die keine Bewerbung vorliegen haben, jetzt natürlich ein Riesenproblem haben mit der aktuellen Entscheidung der Bildungssenatorin und die Personalausstattung weiter auseinanderdriften wird. Und die Senatorin hat heute in der Fragestunde gesagt, sie wird jetzt erst mal prüfen, aber sie hat die Entscheidung ja schon rückgängig gemacht, die Entscheidung der Steuerung, die Bestand, ohne adäquat sozusagen zu wissen, wie es weitergeht. Und das ist natürlich verantwortungslos. Das geht so nicht. Wir müssen die Schulen unterstützen, die sich nicht selber mit Personal versorgen können. Und das müssen wir dann auch noch mal diskutieren. Also ich finde es gut, dass wir heute gemeinsam, übrigens alle Fraktionen, diesen Gesetzentwurf für die Kostenfreiheit für den Hort in Klasse 3 beschließen, den Rot-Grün-Rot ja vereinbart hatte. Schlecht ist, dass Schwarz-Rot es nicht für nötig hält, weitere Schritte zu gehen, die nötig sind. Und damit ist das eben auch ein Stillstand, der bitter ist für die Familien und für die Kinder in Berlin. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Tabor das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Berliner Familien. Als familienfreundliche Partei und als vierfacher Vater begrüßen wir das vorgelegte Gesetz ausdrücklich. Es hilft Familien in zweierlei Hinsicht. Sie werden finanziell entlastet und ihre Wahlmöglichkeit wird vergrößert. Lasse ich mein Kind im Hort betreuen oder eben nicht? Habe ich die Möglichkeit, es selber zu Hause zu betreuen? Finanzielle Aspekte spielen somit keine Rolle mehr. Und das ist sehr zu begrüßen. Und genau diese Punkte ziehen sich durch die AfD-Parteiprogramme. Über ein Family-Mainstreaming wollen wir erreichen, dass die Politik in unserem Land Familien in den Mittelpunkt stellt. Und das stimmt. Jegliches Handeln soll auf die Auswirkungen für Familien untersucht werden. Die AfD setzt sich für strukturelle und finanzielle Verbesserungen für Familien ein. Während Linke und Grüne versuchen, das natürliche Familienbild madig zu machen, um wahlweise hunderte Geschlechter oder immer neuere Opfergruppen in den Vordergrund zu schieben, stehen wir unverändert den traditionellen Familienwerten positiv gegenüber. Dazu gehört auch, dass sich Familien frei entfalten können und Entscheidungen mündig nach ihren individuellen Lebensumständen treffen können. Mit einem weiteren Jahr der kostenfreien Hortbetreuung wird den Eltern das ermöglicht. Deshalb begrüßen wir, wie gesagt, diesen Vorschlag. Kostenfreie Kitas, kostenloses Schulmittagessen, Gratisfahrten für Berliner Schüler, kostenlose Bibliotheksbesuche. Jetzt noch das dritte kostenlose Hortjahr an den Grundschulen entlasten die Berliner Familien. Zwei Dinge gibt es dennoch, über die wir sprechen sollten. Erstens, Frau Kalabari hat es zum Glück schon erwähnt, und damit scheint es auch wirklich auf dem Schirm zu sein, wo kommt das ganze Personal her für die zusätzlichen zu betreuenden Kinder. Der Hort muss ja schließlich weiterhin ein Ort sein und vor allem auch bleiben, der den Kindern auch einen sportlichen und bildungstechnischen Mehrwert bietet. Zweitens, aus unserer Sicht ist die frühkindliche Bildung in Berlin mittlerweile wirklich gut aufgestellt. Das kann man an dieser Stelle mal positiv erwähnen. Mit etwas Anstrengung und Leistungsbereitschaft kann nun aus unserer Sicht jedes Kind seine Chancen nutzen, um später ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Damit müssen seitens allerdings der Linksfront hier im Abgeordnetenhaus endlich mal der Schrei nach Ungerechtigkeit, Chancenungleichheit und Diskriminierung aufhören. Und zu Frau Brichtzi, Ihnen geht das ja mittlerweile nicht weit genug. Vierte, fünfte, sechste Klasse soll auch noch dazugehören mit der Hortbetreuung. Auch wenn ich momentan noch vier kleine Kinder habe, möchte ich trotzdem, dass sie irgendwann mal selbstständig sind und auch selbstständig nach Hause fahren können und nicht bis zur sechsten Klasse im Hort betreut werden. Wir müssen den Kindern auch mal zumuten, dass sie selbstständig nach Hause gehen, sich vielleicht selbstständig mal ein Essen kochen und selbstständig Hausaufgaben machen, wenn die Eltern beruflich noch unterwegs sind. Das muss auch möglich sein in der heutigen Zeit. Von daher freue ich mich über die Diskussion, wenn es mal um das vierte, fünfte und sechste Hortjahr geht. Jetzt sind wir auf jeden Fall dafür. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu der Vorlage zur Beschlussfassung auf Drucksache 190962, Gesetz über die Kostenbeteiligungsfreiheit für die Jahrgangsstufe 3. In der ergänzenden Förderung und Betreuung empfiehlt der Hauptausschuss einstimmig mit allen Fraktionen die Annahme mit Änderungen. Wer die Gesetzesvorlage gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 190995 mit Änderungen annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Gesetzesvorlage so einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 4 war Priorität der Fraktion der SPD unter der Nummer 3.5. Tagesordnungspunkt 5 steht auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 6 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Grüne unter der Nummer 3.1. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7. Bestätigung des Beschlusses Nummer 2022-2242 zur Einsetzung eines parlamentarischen Ehrenrats. In der 22. Plenarsitzung am 1. Dezember 2022 wurde ein parlamentarischer Ehrenrat eingesetzt. Infolge der Wahlwiederholung vom 12. Februar 2023 bedarf es einer erneuten Einsetzung des Gremiums. Wer den am 1. Dezember 2022 erfolgten Beschluss bestätigen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Damit ist der Beschluss einstimmig bestätigt und der parlamentarische Ehrenrat erneut eingesetzt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, Drucksache 190872, Wahl eines Mitglieds des Stiftungsrats, der Stiftung OPA in Berlin. Nach dem Gesetz über die Stiftung OPA in Berlin wählt das Abgeordnetenhaus auf Vorschlag des Senats vier Mitglieder des Stiftungsrates, welche von der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung berufen werden. In der 77. Plenarsitzung der 18. Wahlperiode wurde unter anderem Frau Patricia Schlesinger gewählt. Frau Patricia Schlesinger hat um ihre Abberufung aus dem Gremium gebeten. Der Senat schlägt als Nachfolger Herrn Dr. Raphael Graf von und zu Hösenbrüch vor. Die Fraktionen haben sich auf eine Wahl mittels einfacher Abstimmung durch Handaufheben verständigt. Wer den Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist Herr Dr. Ralf Graf von und zu Hösenbrüch gewählt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9a. Drucksache 19 0909. Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Die Wiedereinsetzung des Untersuchungsausschusses erfolgte in der 28. Plenarsitzung am 23. März 2023. Es bedarf noch der Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder. Die Vorschläge der Fraktionen für diese Wahl können Sie der Tischvorlage entnehmen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Wahl durch einfache Abstimmung und getrennt nach Personen durchzuführen. Wir beginnen mit den Vorschlägen der Fraktion der CDU. Zunächst die Mitglieder und dann die stellvertretenden Mitglieder. Herr Abgeordneter Scott Körber als Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist Herr Abgeordneter Körber gewählt. Herr Abgeordneter Stefan Lenz als Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind wiederum alle Fraktionen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist der Abgeordnete Lenz gewählt. Herr Abgeordneter Stefan Standfuß als ordentliches Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch Herr Standfuß als ordentliches Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Alexander Herrmann als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Herrmann als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Dr. Timo Hussein als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Dr. Hussein als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Dr. Robin Juncker als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Dr. Juncker als stellvertretendes Mitglied gewählt. Dann machen wir weiter mit den Vorschlägen der Fraktion der SPD. Frau Abgeordnete Wiebke Neumann als Mitglied. Wer die von mir genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen und Linksfraktion. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Neumann damit gewählt. Herrn Abgeordneten Orkan Özdemir als Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90 Grüne, Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Özdemir damit als Mitglied gewählt. Frau Abgeordnete Derja Czakla als stellvertretendes Mitglied. Wer die von mir genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 Grüne und Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Czakla damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Marcel Hopp als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind erneut die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne und Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Hopp damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Und dann kommen wir zu den Vorschlägen der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Herr Abgeordneter Vasily Franco als Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion Gegenstimmen. Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist damit der Abgeordnete Franco gewählt. Herrn Abgeordneten André Schulz als Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90 Grüne, Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Schulze damit als Mitglied gewählt. Frau Abgeordnete Dr. Baha-Haganipur als stellvertretendes Mitglied. Wer die von mir genannte zu wählen wünscht, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist Frau Dr. Baha-Haganipur damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Frau Abgeordnete Susanna Kahlefeld, ebenfalls als stellvertretendes Mitglied. Wer die von mir genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Bündnis 90 Grüne und Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist auch die Abgeordnete Kahlefeld als stellvertretendes Mitglied gewählt. Es folgen die Vorschläge der Fraktion Die Linke. Herr Abgeordneter Niklas Schrader als ordentliches Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Schrader damit als ordentliches Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Damiano Volgoglio als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Volgoglio damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Dann stimmen wir noch über die Vorschläge der AfD-Fraktion ab. Herr Abgeordneter Robert Eschricht als Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Grüne und der Linksfraktion. Gibt es Enthaltungen? Ist der Abgeordnete Eschricht damit nicht gewählt? Herrn Abgeordneten Antonin Brusek als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei einer Gegenstimme Enthaltungen? Bei Enthaltungen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Grüne und der Linksfraktion ist der Abgeordnete Brusek damit gewählt. Damit sind wir bei Tagesordnungspunkt 9b. Das ist die Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzes des Untersuchungsausschusses. Gemäß Beschluss des Ältestenrates steht der Vorsitz der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen schlägt Herrn Abgeordneten Vasily Franco als Vorsitzenden vor. Wer Herrn Abgeordneten Franco zum Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion? Damit ist Herr Abgeordneter Franco zum Ausschussvorsitzenden gewählt. Gemäß des Beschlusses des Ältestenrates stünde der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion vor. Da das ordentliche Mitglied der AfD-Fraktion nicht gewählt worden ist, entfällt damit auch die Abstimmung über den stellvertretenden Vorsitzenden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10, das ist die Drucksache 190915, Wahl der Mitglieder der G10-Kommission des Landes Berlin. Nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar 2023 bedarf es einer Neuwahl auch der Mitglieder der G10-Kommission. Auch hierzu können Sie die Wahlvorschläge der Fraktionen der Tischvorlage entnehmen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Wahl durch einfache Abstimmung und getrennt nach Personen durchzuführen. Wir beginnen wieder mit den Vorschlägen der Fraktion der CDU, Herrn Abgeordneten Stephan Lenz als Vorsitzender. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne, die Linksfraktion und Teile der AfD-Fraktion. Und offenbar die gesamte AfD-Fraktion. Nun gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen, damit ist der Abgeordnete Lenz zum Vorsitzenden der G10-Kommission gewählt. Herrn Abgeordneten Stephan Hensch als stellvertretenden Vorsitzenden. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Hensch zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Herrn Abgeordneten Burkhard Dregger als Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Dregger zum Beisitzer gewählt. Herrn Abgeordneten Stephan Standfuß als stellvertretenden Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind erneut alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Standfuß als stellvertretender Beisitzer gewählt. Es folgen die Vorschläge der Fraktion der SPD. Frau Abgeordnete Melanie Kühnemann-Gruno als Beisitzerin. Wer die von mir Genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grün und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Bei Enthaltungen von Teilen der AfD-Fraktion ist damit die Abgeordnete Kühnemann-Gruno als Beisitzerin gewählt. Herr Abgeordneter Jan Lehmann als stellvertretender Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei einer Gegenstimme und Enthaltungen? Bei Enthaltung der restlichen AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Lehmann damit gewählt. Wir fahren fort mit den Vorschlägen der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Frau Abgeordnete June Tomiak als Beisitzerin. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 Grüne und der Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei einer Gegenstimme Enthaltungen? Bei Enthaltungen der restlichen AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Tomiak damit als Beisitzerin gewählt. Herrn Abgeordneten Vasily Franco als stellvertretender Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Franco damit gewählt. Dann kommen wir zu den Vorschlägen der Fraktion Die Linke. Herrn Abgeordneten Niklas Schrader als Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Schrader als Beisitzer gewählt. Frau Abgeordnete Anne Helm als stellvertretende Beisitzerin. Wer die von mir Genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 Grüne und die Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Helm damit als stellvertretende Beisitzerin gewählt. Dann stimmen wir noch ab über die Vorschläge der AfD-Fraktion. Herrn Abgeordneten Ronald Gläser als Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Grüne und der Linksfraktion ist der Abgeordnete Gläser damit nicht gewählt. Herrn Abgeordneten Karsten Woldeit als stellvertretenden Beisitzer. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Grüne und der Linksfraktion ist der Abgeordnete Woldeit damit nicht gewählt. Ich rufe wie eingangs beschlossen vorgezogen auf den Tagesordnungspunkt 14, Drucksache 190973. Wahl der Mitglieder des Ausschusses für Verfassungsschutz nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar 2023. In der letzten Plenarsitzung am 11. Mai 2023 erfolgte die Einsetzung des Ausschusses für Verfassungsschutz. Es bedarf noch der Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder. Die Wahlvorschläge der Fraktionen können Sie wiederum der Tischvorlage entnehmen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, auch diese Wahl durch einfache Abstimmung und getrennt nach Personen durchzuführen. Wir beginnen wiederum mit den Vorschlägen der Fraktion der CDU. Herr Abgeordneter Dr. Timur Hossein als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist Herr Dr. Hossein gewählt. Herrn Abgeordneten Stefan Lenz als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch der Abgeordnete Lenz als Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Stefan Standfuß als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Standfuß als Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Kurt Wansner ebenfalls als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch der Abgeordnete Wansner gewählt. Herr Abgeordneter Burkhard Dregger als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Dregger als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Christopher Förster als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90-Grüne-Links-Fraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Förster damit gewählt. Herrn Abgeordneten Alexander Herrmann als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Herrmann als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Dr. Robin Juncker als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Dr. Juncker als stellvertretendes Mitglied gewählt. Wir machen weiter mit den Vorschlägen der Fraktion der SPD. Herrn Abgeordneten Jan Lehmann als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Lehmann damit als Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Martin Matz als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Matz als ordentliches Mitglied gewählt. Frau Abgeordnete Sebahat Adli als stellvertretendes Mitglied. Wer die von mir Genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und Linksfraktion. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Adli damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Dennis Buchner als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Abgeordnete Buchner als stellvertretendes Mitglied gewählt. Es folgen die Vorschläge der Fraktion Bündnis 90, Grüne. Herrn Abgeordneten Ario Ebrahimpur-Mürzai als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Mürzai damit als Mitglied gewählt. Frau Abgeordnete June Tomiak als Mitglied. Wer die von mir Genannte zu wählen wünscht, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und der Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei einer Gegenstimme? Enthaltungen? Bei Enthaltungen des Rest der AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Tomiak damit als Mitglied gewählt. Frau Abgeordnete Golaleh Amadi als stellvertretendes Mitglied. Wer die von mir Genannte zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist die Abgeordnete Amadi damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Vasily Franco als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Franco damit als stellvertretendes Mitglied gewählt. Wir sind bei den Vorschlägen der Fraktion Die Linke. Herrn Abgeordneten Niklas Schrader als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90, Grüne und Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei Enthaltungen der AfD-Fraktion ist der Abgeordnete Schrader damit als ordentlichen Mitglied gewählt. Herrn Abgeordneten Ferhat Kotschak als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Bündnis 90, Grüne und die Linksfraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der AfD-Fraktion. Enthaltungen? Bei Enthaltungen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion. Damit ist der Abgeordnete Kotschak gewählt. Dann stimmen wir noch ab über die Vorschläge der AfD-Fraktion. Herrn Abgeordneten Ronald Gläser als Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90, Grüne und der Linksfraktion. Damit ist der Abgeordnete Gläser nicht gewählt. Herrn Abgeordneten Karsten Woldeit als stellvertretendes Mitglied. Wer den von mir Genannten zu wählen wünscht, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90, Grüne und der Linksfraktion. Damit ist der Abgeordnete Woldeit nicht gewählt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Antrag der AfD-Fraktion, Wahl von zwei Mitgliedern des Präsidiums des Abgeordnetenhauses. Die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion für dieses Gremium haben in den letzten Sitzungen keine Mehrheit gefunden. Die AfD-Fraktion schlägt erneut zur Wahl vor Herrn Abgeordneten Dr. Hugh Bronson und Herrn Abgeordneten Martin Trefzer. Die Wahl erfolgt auf Antrag der AfD-Fraktion geheim. Ich darf Ihnen das übliche Wahlverfahren erläutern. Abgeordnete, deren Namen mit A bis K beginnen, wählen bitte von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite. Abgeordnete, deren Namen mit L bis Z beginnen, nutzen die rechte Seite. Jedem Abgeordneten wird nach Namensaufruf und vor Eintritt in die Wahlkabine der Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel sieht für beide Vorschläge die Möglichkeit vor, jeweils Ja, Nein oder Enthaltung anzukreuzen. Für jeden Vorschlag darf nur ein Feld angekreuzt werden. Stimmzettel ohne ein Kreuz oder mit mehreren Kreuzen für einen Vorschlag, anders als durch ein Kreuz gekennzeichnet oder mit zusätzlichen Bemerkungen oder Kennzeichnungen, sind ungültig. Die Stimmzettel dürfen nur in den Wahlkabinen und nur mit den darin bereitgestellten Stiften ausgefüllt werden. Die Stimmzettel sind noch in der Wahlkabine einmal zu falten und in den Umschlag zu legen. Abgeordnete, die ihren Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine kennzeichnen oder in den Umschlag legen, sind nach § 74 Absatz 2 der Geschäftsordnung zurückzuweisen. Der Umschlag ist erst dann in die Wahlurne zu legen, wenn die Stimmabgabe von einer Beisitzerin oder einem Beisitzer vermerkt worden ist. Bitte geben Sie dazu Ihren Namen an und warten, bis Ihr Name auf der Liste abgehakt worden ist. Ich weise darauf hin, dass die Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen ausgerichtet sein dürfen. Alle Plätze direkt hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum bitte ich jetzt, freizumachen. Ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen und ich bitte die Beisitzerinnen und Beisitzer, ihre vorgesehenen Plätze einzunehmen, mit dem Namensaufruf zu beginnen und die Stimmzettel auszugeben. Ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen und die Stimmzettel auszugeben. Ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen. Ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen. Ich bitte den Saaldienst, die sie in Berichteten sarebaut. Ich bitte den Raenas Bourke, der ist lebend, wie ein Kreuzdesettel ausgestaltet. Ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen. Ich bitte den Saalvez hindsight, was für beidelébten я jetzt auch erstellen. Ich bitte den Saaldienst aber vollgelistig unterliegt, auch fast Marshalltawa 토izetwertehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt geht es? Ja, wunderbar. Wir fangen an. Herr Alexander Bertram, Herr Stephan Lenz, Herr Gunnar Lindemann, Frau Tamara Lüttke, Herr Frank Luhmann, Frau Daniela Billig, Herr Lars Boccian, Frau Tuba Boskurt, Frau Kerstin Brauner, Herr Martin Matz, Frau Bettina Meissner, Herr Heiko Melzer, Herr Sven Mayer. Frau Elke Breitenbach. Frau Dr. Christine Brinker, Herr Dr. Hugh Bronson, Herr Antoni Brusik, Herr Per Mockstümer, Herr Dr. Ersin Nass, Herr Reinhard Naumann, Frau Laura Neugebauer. Frau Sandra Brunner. Frau Franziska Brütti, Herr Dennis Buchner, Frau Stefanie Bung. Frau Wiebke Neumann, Frau Aldona Maria Nimczyk, Herr Ockhan Özdemir, Herr Diyan Omar. Frau Schmidt, Herr Diyan Omar. Frau Schmidt, Herr Diyan Omar. Herr Andreas Otto. Herr Prof. Dr. Martin Petzold, Herr Mike Penn, Frau Katharina Pirot-Manelli, Frau Marianne Bokert-Eulitz, Frau Derya Czalar, Herr Tom-Jan Philipp Cziewinski, Frau Dr. Ina Cziborra, Herr Michael Dietmann, Herr Bokert-Dregger, Herr Lars Düsterhöft, Herr Ario Ibrahim Puhl-Mirzai, Frau Öka Ratzivil, Herr Lars Rauchfuß, Herr Sven Rissmann, Herr Christian Ronneburg, Herr Raed Saleh, Herr Dr. Martin Sattelkau, Herr Lukas Schaal, Herr Carsten Schatz, Frau Elif Eralb, Herr Robert Essricht, Herr Stefan Evers, Herr Christopher Förster, Herr Vassili Franco, Herr Alexander Freier-Winterwerb, Herr Dani Freimark, Frau Olga Gauks, Frau Klara Schädlich, Herr Sebastian Scheel, Herr Olaf Schenk, Herr Niklas Schenker, Herr Sebastian Schlüsselburg, Frau Kathrin Schmidt-Berger, Frau Ines Schmidt, Frau Dr. Manuela Schmidt, Frau Silke Gebel, Herr Andreas Geisel, Frau Katalin Gennburg, Frau Iris Gertig, Frau Franziska Giffey, Herr Ronald Gläser, Herr Christian Goini, Frau Mirjam Gollm, Herr Christian Greff, Herr Werner Sebastian Graf, Herr Adrian Grasse, Herr Niklas Grasseld, Herr Stefan Schmidt, Frau Julia Schneider, Herr Torsten Schneider, Herr Tino Schopf, Herr Niklas Schrader, Frau Katina Schubert, Herr Matthias Schulz, Herr André Schulze, Frau Katharina Günther Wünsch, Herr Ari Thuriel Hack, Frau Dr. Baha Hangarnipur, Herr Frank Christian Hansel, Herr Stefan Hensch, Frau Oda Hassepass, Herr Dennis Hausstein, Herr Sven Heinemann, Herr Tobias Schulze, Herr Julian Schwarze, Frau Cornelia Seibelt, Frau Kathrin Seidel, Frau Katharina Senge, Herr Roman Simon, Frau Iris Spranger, Herr Stefan Standfuß, Frau Anne Helm, Herr Alexander Herrmann, Herr Marcel Hopp, Herr Dr. Timo Hussain, Frau Bettina Jarasch, Herr Dr. Robin Juntke, Frau Dr. Susanna Karlefeld, Frau Antje Kappek, Herr Dirk Stettner, Herr Jörg Ströter, Herr Tommi Tabor, Herr Dr. Dr. Stefan Taschner, Frau Jun Tomiak, Herr Martin Trefzer, Herr Carsten Obelode, Frau Lilja Usik, Frau Sandra Kalatbari, Frau Hendrike Klein, Frau Lisa Bettina Knack, Herr Ferrat Kotschak, Frau Bettina König, Herr Scott Körber, Herr Dr. Matthias Kollatz, Herr Johannes Kraft, Herr Damiano Vajoglio, Herr Mark Wallender, Frau Dr. Petra Wandrei, Frau Linda Vierecke, Frau Kathrin Walen, Herr Sebastian Walter, Herr Kurt Wanzner, Herr Christoph Wabler, Herr Kai Wegner, Frau Dr. Claudia Wein, Herr Thorsten Weiß, Herr Daniel Wesener, Herr Rolf Wiedenhaupt, Herr Björn Wohlat, Frau Tonka Wojan, Herr Carsten Woldeit, Herr Louis Krüger, Frau Melanie Küdemann-Grunow, Herr Taylan Kurt, Frau Dunja Wolf, Herr Christian Zander, Herr Stefan Ziller, Herr Steffen Zillig. Diesel, Frau Dr. congratulations. Vielen Dank. 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 Bis 17.20 Uhr. ... 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 Ich darf Ihnen die Ergebnisse der Wahl von zwei Mitgliedern des Präsidiums des Abgeordnetenhauses bekannt geben. Drucksache 19-936 auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion entfielen folgende Stimmen. Für den Abgeordneten Dr. Hugh Bronson wurden 150 gültige Stimmen abgegeben. 16 davon waren Ja-Stimmen, 128 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Damit ist Herr Dr. Bronson nicht gewählt. Und auf den Abgeordneten Martin Trefzer empfehlen ebenfalls 150 gültige Stimmen. Davon waren 15 Ja-Stimmen, 129 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Damit ist auch Herr Abgeordneter Martin Trefzer nicht gewählt. Tagesordnungspunkt 12 steht auf der Konsensliste. Und ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 13, das ist die Drucksache 19-945, die Wahl des Richterwahlausschusses. Nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar 2023 sind auch die Mitglieder des Richterwahlausschusses neu zu wählen. Gemäß § 88 Absatz 1 Satz 1 des Berliner Richtergesetzes erfolgt die Wahl geheim. Ein Muster des Stimmzettels mit den Wahlvorschlägen liegt Ihnen als Tischvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Die Fraktionen haben sich auf eine verbundene Wahl verständigt, wobei die Wahl der Vorschläge der Fraktionen nach Einzelpersonen und die Wahl der Vorschläge der Standesvertretungen gemeinsam durchgeführt wird. Ich darf Ihnen also nochmals das Wahlverfahren erläutern. Abgeordnete, deren Namen mit A bis K beginnt, wählen bitte von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite und Abgeordnete, deren Namen mit L bis Z beginnt, nutzen bitte die rechte Seite. Jedem Abgeordneten wird nach Namensaufruf und vor Eintritt in die Wahlkabine der zweiseitige Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel sieht für alle von den Fraktionen vorgeschlagenen Personen und für die Vorschläge der Standesvertretungen jeweils die Möglichkeit vor, Ja, Nein oder Enthaltung anzukreuzen. Für jeden Vorschlag darf nur ein Feld angekreuzt werden. Stimmzettel ohne ein Kreuz, mit mehreren Kreuzen für einen Vorschlag, anders durch als ein Kreuz gekennzeichnet oder mit zusätzlichen Bemerkungen oder Kennzeichnungen sind ungültig. Die Stimmzettel dürfen nur in den Wahlkabinen und nur mit den darin bereitgestellten Stiften ausgefüllt werden. Die Stimmzettel sind noch in der Wahlkabine zweimal zu falten und in den Umschlag zu leben. Abgeordnete, die ihren Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine kennzeichnen oder erst dort in den Umschlag legen, sind nach § 74 Absatz 2 der Geschäftsordnung zurückzuweisen. Der Umschlag ist erst dann in die Wahlurne zu legen, wenn die Stimmabgabe von einer Beisitzerin oder einem Beisitzer vermerkt worden ist. Bitte geben Sie dazu Ihren Namen an und warten, bis Ihr Name auf der Liste abgehakt worden ist. Ich weise darauf hin, dass die zahlreichen Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen ausgerichtet werden dürfen und dass die Plätze hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum dann bitte wieder freigemacht werden. Ich bitte den Saaldienst, dann erneut die vorgesehenen Tische aufzustellen und die Beisitzerinnen und Beisitzer ihre vorgesehenen Plätze einzunehmen. Vielen Dank. 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 Herr Okan Özdemir, Herr Gian Omar, Herr Andreas Otto, Herr Prof. Dr. Martin Petzoldt, Herr Mike Penn, Frau Katharina Pirot-Manelli. Frau Sandra Brunner, Frau Franziska Britzi, Herr Dennis Buchner, Frau Stefanie Bung, Frau Marianne Burkhardt-Eulitz, Frau Derya Czala, Herr Tom-Jan Philipp Cziewinski, Frau Dr. Ina Cziborra. Frau Derya Czala. Frau Derya Czala. Vielen Dank. 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 Für die CDU-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jahres eigentlich passiert ist, vielleicht auch, weil es da gar nichts zu merken gab. Es kam eben nicht zu dem großen Blackout, wie es sich vielleicht hier rechts außen wohl gewünscht hätte, als die letzten Atomkraftwerke endlich vom Netz gegangen sind, sondern alles lief weiter wie bisher, total unspektakulär. Und es ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich, denn laut den Daten des Statistischen Bundesamtes betrug der Anteil von Atomstrom zum Ende der Laufzeit gerade mal 6 Prozent an Bruttostromerzeugung in Deutschland. Und zur Wärmeversorgung tragen diese AKWs überhaupt nichts bei. Und auch lassen sich AKWs nicht so einfach an- und ausschalten, wie Sie es heute mit Ihrem Änderungsantrag suggerieren. Diesen Strom, diese 6 Prozent, können wir bei dem nötigen Willen in kurzer Zeit durch Erneuerbare ersetzen, zum Beispiel durch Wind. Das hilft dann nicht nur dem Klima, sondern auch unserem Geldbeutel. Denn Strom aus Erneuerbaren, Strom aus Wind, ist mehr als fünfmal billiger als Ihr Atomstrom. Und vor allem, er produziert nicht für Tausende von Jahren strahlenden Müll. Des Weiteren fordern Sie dann auch noch, man soll Nord Stream 1 und 2 reparieren und auch das Öl-Embargo aufnehmen. Denn konkret heißt es doch nichts anderes, Sie wollen wieder Erdgas und Erdöl aus Russland beziehen und dabei uns erneut abhängig machen und erneut das Regime Putin alimentieren. Und das alles nur für scheinbar billiges Öl und Gas. Ist das wirklich Ihr Ernst? Die energiepolitische Wende, die Sie in diesem Antrag fordern, liebe AfD, ist rückwärtsgewandt und menschenverachtend. Sie sorgt für Ihre Energiepreise und treibt den Klimawandel weiter voran. Da machen wir nicht mit. Die energiepolitische Wende, die nötig ist, ist schon lange im Gange und wurde in den letzten Jahren insbesondere von uns Grünen hier im Bund als auch im Land erfolgreich vorangetrieben. Mit den Erneuerbaren machen wir uns unabhängig von Energieträger, Importen und sorgen dafür auch noch für bezahlbaren Strom und Wärme. Das ist nicht nur klimafreundlich, sondern auch sozial gerecht und genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Deswegen legen wir diesen Antrag natürlich ab. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Ströter das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Kollegen haben ja eben schon gesagt, was von dem Antrag zu halten ist, nichts, um nicht zu sagen, gar nichts. Und ich verstehe auch gar nicht, warum Sie im Parlament, wir haben hier noch wichtige Aufgaben, immer mit Dingen belasten, die ja nicht höher hören. Stellen Sie im Bundestag den Antrag und nicht hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir haben ehrlich gesagt dafür in Wirklichkeit gar keine Zeit. Allerdings ist die Energieversorgungssicherheit für uns alle, insbesondere für die Wirtschaft, viel zu wichtig, um hier einen Punkt zu setzen. Deshalb will ich meine Redezeit dazu nutzen, ein paar klarstellende Worte zu sagen. Es gibt überhaupt keinen Anlass, von einem Scheitern der Energiewende zu sprechen. Es sei denn, man leugnet den Klimawandel. Das ist ja Ihre Position. Es passiert im Omni gerade sehr viel. Wir haben auf Bundes- und Landesebene vermischendene Klimaschutz- und Energiewendegesetze beschlossen, die bereits umgesetzt werden. Wir handeln sowohl im Bund als auch im Land. In Berlin haben wir 2017 die Braunkohleverstromung beendet. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätte es das ja noch weitergegeben. Wir haben in Berlin gezeigt, dass die Versorgungssicherheit trotzdem gegeben ist. Wir wollen mit Augenmaß auch die Beendigung der Steinkohlennutzung haben, und zwar spätestens bis 2030. Auch da hat sich die Position nicht verändert. Und weil es sinnvoll und technisch möglich ist, wollen wir Innovationen anwenden, um Arbeitsplätze abzusichern. Deshalb dürfen wir vom Ziel der Klimaneutralität in keiner Weise abweichen. Ein ganz wichtiges Thema ist in dem Zusammenhang die Versorgungssicherheit. Und dazu gehört die Absicherung der Ölraffinie in Schwedt. Und das macht mir in der Tat Sorge. Und da wende ich mich auch an die Kollegen von den Grünen hier, mal beim Bundeswirtschaftsminister, da noch mal nachzuschauen, ob das alles so läuft für die Zukunft und neue Ausrichtung PCK Schwedt. Es muss schnell Klarheit geschaffen werden. Hier ist Habeck in der Pflicht. Die Raffinerie versorgt nicht nur Brandenburg, sondern sie ist auch für Berlin von unverzichtbarem Wert. Derzeit ist die Auslastung in keiner Weise sichergestellt. Da muss Tempo rein. Und deshalb erwarte ich, dass der Bundesenergie- und Wirtschaftsminister das in den Griff bekommt. Sonst wird es auf Dauer hier in Berlin zu Problemen kommen. Ansonsten ist es so, dass mithilfe, das hat der Kollege Taschenheim gesagt, der Energiewende, die wir machen, viele neue Arbeitsplätze entstehen. Das tut uns gut. Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist wichtig und richtig. Und das wird auch in Berlin eine große Rolle spielen. Wir haben jetzt das Programm beschlossen, 5 Milliarden im ersten Schub, weitere 5 Milliarden im zweiten Schub reinzugeben. Für Klimaneutralität ist ein Riesenprojekt dieser Koalition. Und ich glaube, Sie werden am Ende der Wahlperiode sehen, dass in den dreieinhalb Jahren sehr viel passieren wird mit unserer gemeinsamen Politik und sicherlich ohne die Vorschläge der AfD. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat der Kollege Schill das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, zu dem Antrag an sich ist schon was gesagt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, die AfD springt hinter den fahrenden Zug. Selbst ihre eigene Partei am 11.11.2021 haben Sie im Bundestag eine Debatte dazu angezettelt. Die ist genauso ausgegangen, wie es wahrscheinlich heute hier ausgehen wird. Also ich verstehe nicht, warum Sie die Zeit so verschlafen haben und jetzt erst in die Puschen kommen, meine verehrten Kollegen von der AfD. Sie schreiben über Ihren Antrag. Sie wollen sichere, günstige Energie. Wer über günstige Energie spricht, der muss über die Preisbildung am Strommarkt sprechen. Darüber sprechen Sie aber in keiner Weise. Der muss über das Merit-Order-Prinzip sprechen, darüber, wie sich Stromangebot und Strombedarf zusammenfinden. Und dass es eben nicht so ist, dass sich hier einen Gleichgewichtspreis findet, in dem das Angebot sich in eine neue Überschneidung bringt, sondern dass eben der letzte Stromproduzent, der für das Angebot gebraucht wird, der macht den Preis. Und da ist es doch ganz interessant, wenn man dieses Prinzip mal verinnerlicht hätte, zu schauen, wer sind denn die Preistreiber am Strommarkt? Wer sind denn die, die teure Preise bilden? Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, mal die Studie des Fraunhofer-Institutes von 2021, also relativ neu sich anzuschauen. Die kommen zum Schluss, Windenergie 4 bis 8 Cent auf die Kilowattstunde, Kohle 10 bis 20 Cent auf die Kilowattstunde, Gas 12 bis 28 Cent auf die Kilowattstunde. Ihr Konzept, mehr Gas und mehr Kohle, macht den Strom nur teurer. Das sollten Sie sich mal in Ihr Stammbuch schreiben. Das ist keine Milch mehr. Sie könnten sich mal mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen, und dann würden Sie auch wissen, wo die Probleme liegen. Wir brauchen einen Ausstieg aus dem Merit-Order-Prinzip. Wir brauchen eine vernünftige Grundkontingente für die Haushalte, damit sie nicht die Reichen zwar bevorteilt werden, zum Beispiel auch durch den Strompreisdeckel, der jetzt gerade eingeführt wird. Und wir brauchen eine Fortführung des Preisdeckels und eine Abschöpfung von Übergewinnen in Deutschland. Das ist, was wir brauchen, aber nicht Ihren Antrag und das, was Sie hier vorgelegt haben. Und kommen wir noch mal zum Thema Sicherheit. Da suggerieren Sie ja auch, als würde man mit der Rückkehr in die Atomenergie eine sichere Stromversorgung herstellen können. Ich darf Ihren Blick nach Frankreich berichten. Im letzten Jahr sind von den 56 Kraftwerken, die es dort gibt, 29 stillgelegt gewesen, weil sie zu wenig Wasser hatten, weil sie Sonderwartungsarbeiten machen mussten. Also dort von sicherer Versorgung zu sprechen, die waren kurz vorm Brownout oder kurz vorm Blackout. Und die Exporte oder die Exporte aus Deutschland nach Frankreich haben dort die Stromversorgung gesichert. Und das war vor allen Dingen Export von guter und grüner Energie, Kollegen. Das heißt, für die Stromerzeugung und günstigen Strom brauchen wir mehr erneuerbare Energie und nicht weniger. Und ein zweites, Sie sprechen ja auch von der Deindustrialisierung. Ich darf Ihnen mal auch mit auf den Weg geben. Wir sind gerade in einer Zeit, in der geht es um Dekarbonisierung in der Industrie. Es gibt Gründe, warum nach Magdeburg Intel kommt mit einem großen Werk. Es gibt Gründe, warum in Dresden sich Infineon eine neue Waferfabrik aufmacht. Und es gibt auch Gründe, warum Tesla nach Grüne Heide gekommen ist. Und das ist eben ein dekarbonisierter, erneuerbarer, gut zugänglicher Strom. Weil in der Regelzone, in der Berlin ist von 50 Hertz, haben wir ein sehr gutes und sehr groß ausgebautes Angebot an erneuerbaren Energien. Und das sollte auch so bleiben. Es gibt Themen, die soll man in der Tat noch mal besprechen. Da geht es um Energienetze. Es geht um Energiespeicherung. Aber da lese ich bei Ihnen nichts. Deswegen gehe ich darauf nicht ein. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir werden den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Und nun hat Herr Kollege Hansel die Gelegenheit für eine Zwischenbemerkung. Ja, vielen Dank, Herr ehemaliger Senator. Finde ich schon interessant, was Sie den Menschen hier auftischen. Das ist mir schon klar mit den Preisen, dass das das Teuerste ist dann mit dem Gas, das Sie gesagt haben. Aber glauben Sie denn im Ernst, dass wir mit Wind die Industrienationen Deutschland durchschleppen? Mit sechs Cent? Wenn wir nichts anderes haben? Was erzählen Sie denn den Leuten? Machen Sie doch mal mit Wind sechs Cent. Dann bricht das Land zusammen. Ohne Gas und Kohle geht es nicht. Das wissen Sie ganz genau. Mit Wind alleine gehen Sie bitte. Dann lesen Sie noch mal ein bisschen hinterher. Als Senator hätte ich das für mich erwartet, dass wir so viel vorgesetzt bekommen. Und das Zweite ist Atomenergie. Kernenergie. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir jetzt hier noch mal wollen, dass quasi diese großen Dinger kommen. Lesen Sie Zeitungen, lesen Sie Wirtschaftswoche, lesen Sie sich, befassen Sie sich mit den neuen Technologien. Es gibt mittlerweile Ideen aus Amerika. Übrigens auch ein deutsches System, Dual Flutreaktoren der neuesten Generation. Das sind Kleinkraftwerke. Westinghouse bietet es einen für eine Milliarde. Dezentral. Damit kriegen Sie 500.000 Häuser bei Gemeinden geklärt. Darum geht es um die neue Technologie. Und an die Kollegen der CDU. Sie wissen es ganz genau. Die oppositionelle CDU im Bund sagt nichts anderes. Sparen jedes Mal. Neulich war ich vor zwei Wochen in der Stiftung Soziale Marktwirtschaft. Da hat nichts anderes gesagt. Wir brauchen die Revitalisierung der Atomkraft. Nichts anderes sagen wir. Und insofern finde ich das lustig. Und wenn Sie von Frankreich reden, natürlich, die Franzosen haben doch den ganzen Schwachsinn mitgemacht, den wir hier machen. Ja, dass da die Hälfte kaputt gegangen ist, Verschleiß, was Sie jetzt machen. Aber in Finnland ist vor zwei Wochen, gerade zwei Tage nach unserem Atomausstieg, das modernste, größte Kraftwerk in Europa gemacht werden. Gucken Sie sich meinetwegen im ZDF die Sendung an zum Atomabschalten. Da hat sogar die Mainstream-Presse gesagt, was wir hier tun in Deutschland, ist völlig irrsinnig. Machen Sie nochmal drüber nach. Das nächste Mal lesen Sie ein bisschen mehr. Und vielleicht bereichern Sie uns dann ein bisschen in der Hau. Vielen Dank. Und ich frage den Kollegen Scheel, ob er wünscht, eine Widerrede zu halten. Das ist nicht der Fall. Weitere Wortmeldungen liegen damit nicht vor. Vorgeschlagen wird Überweisung des Antrags und Änderungsantrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 19. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 19-911, filmfreundliche Hauptstadt, Bagatelldreharbeiten, genehmigungsfrei machen. Die Fraktionen haben vereinbart, diesen Antrag heute zu vertagen. Widerspruch höre ich auch dazu nicht. Dann verfahren wir so. Der Antrag zu Tagesordnungspunkt 20 wurde wie eingangs mitgeteilt zurückgezogen. Die Tagesordnungspunkte 21 bis 23 stehen auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 24 war Priorität der Fraktion Die Linke unter der Nummer 3.2. Tagesordnungspunkte 25 und 26 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 27, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-988. Sicherheit durch multiprofessionelle Kriseninterventionsteams, Durchführung eines Modellprojekts. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrages federführend an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung sowie mitberatend an den Ausschuss für Gesundheit und Pflege. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Die Tagesordnungspunkte 28 bis 30 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 19-992, Etablierung einer zeitgemäßen und innovativen Prüfungskultur in der gymnasialen Oberstufe. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Krüger, bitteschön, Sie haben das Wort. Herr Kollege Krüger, Die Senatorin ist nicht da. Ich würde trotzdem die Rede halten. Es wird auch alles aufgezeichnet. Insofern kann die Senatorin das dann auch anhören. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Mit diesem Antrag wollen wir denjenigen eine Stimme geben, die sich unter dem Stichwort Potsdamer Erklärung für ein zukunftsfähiges Abitur einsetzen. Wer sind diese Stimmen? Das sind der LandesschülerInnenausschuss Berlin, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Schule im Aufbruch, der Schulverbund Blick über den Zaun, Kreidestaub, die Dortenvereinigung Deutschland, das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur, die Stiftung Bildung, Schule muss anders und viele weitere, darunter auch etliche Schulen. Kurzum, alle von denen wir sonst immer Rat holen wollen, wie wir unser Bildungssystem verbessern können. Worum geht es Ihnen? Sie wünschen sich eine Oberstufe, in der mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet werden kann. Ein paar Beispiele. Es soll digital gelernt werden können, also unter Nutzung digitaler Medien. Es soll interdisziplinär gelernt werden können, also in Verbindung unterschiedlicher Fächer. Es soll im Team gelernt werden können. Es soll projektorientiert gelernt werden können. Kurz gesagt, es soll so gelernt werden können, wie wir es auch später im Leben erwarten. Wichtig dabei, es soll keinen Zwang geben. Lediglich die Möglichkeit, auf eigenes Bestreben hin, von traditionellen Formen des Lehrens, Lernens und Testens abzuweichen. Dazu bedarf es entsprechender Lern- und Prüfungsformate und einer flexibilisierten Oberstufe, die individuelle Lernzeit und Bildungswege ermöglicht. Genau diese flexibilisierte Oberstufe ist in Gefahr. Am 16. März 2023 hat die KMK in der Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung eine stärkere Angleichung der strukturellen Rahmenbedingungen für die gymnasiale Oberstufe beschlossen. Sie will damit der Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts nachkommen, die Regelungen in den Ländern zu vereinheitlichen, um die Vergleichbarkeit der Abiturnoten zu sichern. Gerade die Qualität des Berliner Abiturs wurde ja immer wieder angezweifelt. An dieser Stelle liebe Grüße nach Bayern. Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit gehen jedoch immer zu Lasten von Innovationen und Reformansätzen. Und genau die brauchen wir. In einer veränderten Arbeitswelt, in einer digitalen Realität, in einem Berlin mit einer sehr heterogenen SchülerInnschaft, müssen wir wegkommen von einer traditionellen Prüfungskultur. Weg von einer Praxis, bei der in einem für alle SchülerInnen gleichwerts gesetzten Zeitraum einzeln und handschriftlich Wissen reproduziert wird. Stattdessen brauchen wir Kommunikation, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken. Das sind die entscheidenden Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Sie spielen in der traditionellen und aktuellen Berliner Prüfungskultur aber leider keine große Rolle. Im Gegenteil, klassische Prüfungsformate fokussieren meist auf musterhaftes Auswendiglernen. Wenn SchülerInnen während einer Prüfung kommunizieren und kooperieren, dann sind das Täuschungshandlungen. Und für Kreativität und kritisches Denken fehlt in den 90-minütigen Klausuren schlicht die Zeit und der Freiraum. Das sind alles keine Neuigkeiten. Die Bildungswissenschaft predigt es uns seit Jahren. Und für alle, die jetzt sagen, ja, ja, die Bildungswissenschaft in ihren Universitäten fernab der schulischen Realität, nein, das ist keine abgehobene Debatte im Elfenbeinturm. Sie findet auch in der Schulpraxis Widerhall. Viele Schulleitungen haben ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass eine traditionelle Prüfungskultur und Benotungspraxis zu einer starken psychischen Belastung von SchülerInnen führen. Kein Wunder, wenn laut dem Institut für eine zeitgemäße Prüfungskultur SchülerInnen im Schnitt in 32 von 40 Schulwochen mindestens eine Arbeit schreiben. Die Eltern hier im Raum wissen, wovon ich spreche. Was muss nun also getan werden? Wir müssen den Schulen, die genau diese Veränderungen in ihren Prüfungskulturen vorantreiben wollen, den notwendigen Freiraum verschaffen. Im aktuell laufenden Berliner Schulversuch zum hybriden Lernen werden erste Innovationen bei Prüfungen erprobt. Das Otto-Nage-Gymnasium beispielsweise beschäftigt sich mit der Frage, wie das Abitur am Computer geschrieben werden könnte. Diese Entwicklungen dürfen nicht ausgebremst werden. Leider hat die Forderung der Potsdamerklärung nach einer Innovationsklausel in der KMK keine Mehrheit gefunden. Da muss ich selbstkritisch sagen, dass auch unsere grünen Kultusministerinnen sich nicht durchsetzen konnten. Jetzt stehen wir als Land Berlin in der Verantwortung, all den oben genannten Stimmen Gehör zu verschaffen und Achtung, das Beste für Berlin herauszuholen. Daher fordere ich den Senat auf. Daher bitte ich Sie, Frau Senatorin, fernab von jeder Parteipolitik, bei der Umsetzung des aktuellen Beschlusses der Kultusministerin-Konferenz zur Vereinbarung der Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung in einem engen Dialog mit der Schulpraxis, die Berliner Verordnung über die gymnasiale Oberstufe unter Nutzung aller rechtlichen Spielräume für Schulen im Sinne einer zeitgemäßen und innovativen Prüfungskultur anzupassen. Sie haben es in der Hand, ein starres Prüfungssystem ohne Ablaufdatum oder mit einer innovativen Prüfungskultur zurück in die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion hat nun Kollegin Khaled Badi das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Etablierung einer zeitgemäßen und innovativen Prüfungskultur in der gymnasialen Oberstufe, so lautet die Überschrift Ihres Antrags. Sie beantragen nicht, Sie fordern den Senat dazu auf, etwas zu tun, was keinesfalls der Senat, ist der eine amorse Masse, sondern in jedem Fall die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erledigen soll. Erstaunlich ist, dass Sie nicht schon in der vorherigen Koalition auf die Idee gekommen sind, sondern jetzt auf den Oppositionsplätzen, Bildungspolitik, meinen vorantreiben zu müssen. Aber zurück zu Ihrer Forderung, den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16. März 2023 sofort umsetzen zu wollen. Was meinen Sie tatsächlich mit der Forderung, ich zitiere mit Einverständnis der Präsidentin, unter Nutzung aller rechtlichen Spielräume für Schulen im Sinne einer zeitgemäßen und innovativen Prüfungskultur anzupassen? Was wollen Sie denn tatsächlich? Soll jede Schule, obwohl sie zu einem allgemein verbindlichen Abschluss nicht nur im Land Berlin, sondern bundesweit zu führen hat, ganz individuell rechtliche Spielräume ausnutzen? Wollen Sie die bundesweite Anerkennung des Abiturs in Frage stellen oder aushebeln? Wollen Sie diese Anerkennung wirklich aufs Spiel setzen? Was wollen Sie wirklich? Ihre Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen hilft nicht weiter. Rechtlich einwandfreie Präzision wäre unseres Erachtens zielführender. Ich kann einigen Ihrer Hinweise durchaus etwas abgewinnen. So muss selbstverständlich eine permanente Evaluation und Anpassung der Prüfungskultur erfolgen. Was Ihre Formulierung betrifft, die da lautet, ich zitiere erneut mit Erlaubnis der Präsidentin, Es ist sicherzustellen, dass Modell- und Schulversuche weiterhin als Erprobungsräume weitgehender Innovationen von Prüfungsformaten an Berliner Schulen erhalten bleiben, heißt für mich persönlich alles und irgendwie gar nichts. An unseren Schulen wurde so viel versucht und den Pädagogen dabei so viel Zeit genommen, dass der Qualitätsstandard in den letzten Jahren immer mehr gelitten hat. Das wurde nicht zuletzt mal wieder an der in der vorangegangenen Woche veröffentlichten Studie, der IGLU-Studie, deutlich sichtbar. Mit Experimenten an unseren Schulen werden wir uns vorerst zurückhalten. Wie Ihnen nicht entgangen sein dürfte, haben wir seit 27. April eine neue Bildungssenatorin mit Katharina Günther Wünsch. Also seit nunmehr 28 Tagen. Mit heutigem Datum ist sie auch seit 20 Tagen Vorsitzende der Kultusministerkonferenz der Länder und sich ihrer Pflichten und zahlreichen Aufgaben ganz sicher bewusst. Ich verkneife mir mal mehr das Wort Forderung, weil dieser Begriff letztendlich sich durch ihr ganzes Politikfeld zieht. Mit unklar definierten Formulierungen, formulierten Umsetzungsvorschlägen sollten Sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Vertrauen Sie doch mal der neuen Senatorin, vielleicht mir auch ein wenig als Ausschussvorsitzenden, dass wir alle gemeinsam mit dieser Koalition in der Berliner Bildungspolitik eher in ein ruhiges Fahrwasser kommen und die Berliner Schulen und insbesondere auch die Gymnasium in eine angemessene Position bringen werden. Ziel war es und ist es, Schule im Land Berlin ein klein bisschen mehr, als in den letzten Jahren und Jahrzehnten vom Kopf auf die Füße zu stellen. Lassen Sie uns dies gemeinsam tun. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Richtzi das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sonst reden wir ja derzeit sehr viel über die grundsätzlichen Voraussetzungen für gute Bildung, also Schulplätze und das pädagogische Personal. Und deswegen fand ich das, ehrlich gesagt, ganz erfrischend, dass die Grünen hier heute einen Antrag einbringen über die moderne Prüfungskultur. Weil ich finde tatsächlich, dass sich an Schule Dinge verändern müssen. Und wenn jetzt ohnehin die Verordnungen an die neue Oberstufen- und Abiturprüfungsvereinbarung angepasst werden müssen, darauf hat sich die KMK ja auch vereinbart. Finde ich das, ehrlich gesagt, eine ganz spannende Idee, dass man auch mal über moderne Prüfungsformate spricht, wie Portfolios, Forschungsberichte, praktische Produkte, Kolloquien oder Multimedia-Präsentationen. Und auch überlegt oder zumindest mal prüft, weil das hat ja Frau Günther Wünsch gesagt, sie prüft sehr viel, auch mal zu prüfen, ob wir nicht eine rechtliche Grundlage auch dafür schaffen können. Denn die Lebenswelten und beruflichen Anforderungen haben sich komplett verändert. Und natürlich muss sich auch die Schule, die Lern- und die Prüfungskultur mitentwickeln und modernisieren, um SchülerInnen zu begeistern und zu motivieren, statt abzuschrecken und zu frustrieren. Und da fand ich die Potsdamer Erklärung von vielen BildungsakteurInnen von 2023, jetzt Anfang des Jahres, ganz interessant, dass sich auch viele SchülerInnen wünschen, dass sie interdisziplinäre und projektorientierte auch arbeiten und lernen wollen und eben die Lerninhalte auch lernen wollen, die sie später im Beruf oder in der Lebensrealität auch tatsächlich brauchen. Und ich finde, diese Idee ist ja etwas, was uns auch als BildungspolitikerInnen eint. Im Team arbeiten, selbstständig zu lernen, kreativ und vernetzt zu denken, komplexe Problemlösungskompetenzen auch sich anzueignen, digitale Mündigkeit, das sind alles Dinge, die wir ja voranbringen wollen. Also das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, finde ich, dass man das in den Mittelpunkt stellt und dass sich das auch verändert hat. Deswegen begrüßen wir als Linke darum die Debatte, wie sich diese modernen Prüfungsformate etablieren lassen, weil natürlich braucht es einheitliche Bewertungsmaßstäbe und natürlich müssen die PädagogInnen und die SchülerInnen auch daran beteiligt werden, solche Ideen und so einen Prozess mitzuentwickeln und mitzudiskutieren. Ich möchte noch auf ein anderes Problem aufmerksam machen. Die neue Oberstufen- und Abiturprüfungsvereinbarung bringt auch die Herausforderung mit sich, dass an den Oberstufen, insbesondere an den ISS- und Gemeinschaftsschulen, weil es gibt eben nicht nur die Gymnasien, dass dort eben auch zukünftig 40 Kurse angeboten werden müssen. Bis jetzt sind es 34. Und das hat natürlich einen entsprechenden Lehrkräftebedarf dann auch zufolge, den wir abdecken müssen und die an anderer Stelle natürlich fehlen. Und wir wollen ja nicht nur die Oberstufe machen, wir wollen Berufsorientierung machen, wir wollen soziales Lernen, SchülerInnenfahrten und so weiter. Sie wissen das alles. Das heißt, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Wir brauchen hier auch eine Steuerung, weil insbesondere an Grundschulen, ISS- und Gemeinschaftsschulen insbesondere in schwieriger Lage eine schwierige Personalausstattung ist. Und hier wollen wir keine Schule allein lassen. Das ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Das wissen Sie als Linkes in der Ansicht, dass wir eine Ausbildungsoffensive brauchen und dass wir jetzt in den Hochschulverträgen bedarfsdeckend ausbilden müssen. Das ist wichtig. Das müssen wir jetzt tun, damit wir dann 2029 dann auch die entsprechenden Absolventinnen haben. Und daran werden wir die Koalition auch messen. Also Fazit, wenn wir die Oberstufen- und Abiturprüfungsvereinbarungen jetzt sowieso anpassen, wenn die Verwaltung das macht, sind wir da offen für moderne Prüfungsformate, damit SchülerInnen gerne lernen und auch Dinge fürs spätere Berufsleben mitnehmen. Das finden wir wichtig. Aber das darf eben nicht auf dem Rücken der Schulen in schwieriger Lage mit geringer Personalausstattung geschehen. Hier braucht es Steuerung, hier braucht es eine Ausbildungsoffensive und wir müssen endlich bedarfsdeckend ausbilden. Danke. Vielen Dank. Und nun hat der Kollege Hopf für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank an die Grünen für diesen Antrag, mit dem sie fordern, auf Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 16. März 2023, Zitat, zeitgemäße und innovative Prüfungen abseits der schriftlichen Klausurformaten in der Gündersaal-Oberstufe zu ermöglichen. Ich finde die Debatte erstmal wichtig. Sie führen hier im Antrag aus, E-Portfolios, Forschungsberichte, praktische Produkte, Kolloquien oder auch Multimedia-Präsentationen als alternative Prüfungsformate in die Berliner Verordnung zu implementieren. Grundsätzlich sind wir als SPD-Fraktion auch offen darüber, zu sprechen, inwieweit aktuelle Klausurformate in der gymnasialen Oberstufe noch zeitgemäß sind und wie wir diese sinnvoll verbessern können. Neben dem beschleunigten Wandel von Gesellschaft und Arbeitswelt, womit Sie Ihren Antrag hier vor allem begründen, liegt für uns vor allem die Kompetenzorientierung des Unterrichts im Vordergrund, denn diese muss sich folgerichtig auch in den Prüfungsformaten widerspiegeln. Mit den Anforderungsbereichen 1, 2 und 3 wird das auch in Klausuren versucht abzubilden, aber wir geben zu, da ist noch Luft nach oben. Allerdings ist hierbei zu bemerken, dass wir uns tatsächlich in einem Spannungsfeld bewegen, welches eine Öffnung zu neuen Prüfungsformaten, wie Sie sie aufgelistet haben, zumindest herausfordernd macht. Das möchte ich schon noch mal sagen an dieser Stelle, wo wir uns gut überlegen müssen, welche neuen Prüfungsformate wirklich sinnvoll etablierbar sind. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich den Anspruch und die Verpflichtung haben, dass Abschlussprüfungen vergleichbar sein sollen. Und eine Vergleichbarkeit bei gleichzeitig diversen, unterschiedlichsten Prüfungsformaten herzustellen, ist schwer und kann in der Folge auch zu ungerechteren Bewertungen führen. Und das wollen wir natürlich alle vermeiden. Deshalb begrüßen wir es auch sehr, dass im aktuellen Schulversuch hybrides Lehren und Lernen an 22 Schulen aktuell alternative Formate von Prüfungen erprobt werden und dass die Senatsverwaltung für Bildung eine Arbeitsgruppe unter Miteinbeziehung schulischer Vertretungen zu diesem Thema beauftragen wird. Wir glauben, das ist der richtige Weg, zu einem tragbaren Konzept zu kommen. Ich glaube, dass wir aber das eigentliche Problem und die eigentliche Herausforderung hier noch nicht sehen, alle miteinander. Ich glaube, dass wir noch nicht im erforderlichen Maße die Tragweite von künstlicher Intelligenz, von Open AI verstanden haben und darüber im Klaren sind, welche massiven Auswirkungen künstliche Intelligenz und neue Anwendungen wie ChatGPT auf unsere Art zu lernen, zu denken, zu handeln und zu arbeiten haben werden. Auch Unterricht- und Prüfungsformate werden jetzt schon, aber künftig noch viel mehr massiv davon beeinflusst werden und auch in ihrer Sinnhaftigkeit grundsätzlich infrage gestellt. Und unter dieser Brille sind insbesondere die von Ihnen, liebe Grüne, aufgeführten alternativen Prüfungsformate, die ja vor allem in Eigenverantwortung bearbeitet werden sollen, noch mal ganz anders zu betrachten. Mit dieser neuen Technologie und ihren Auswirkungen auf Bildung und Schule müssen wir uns, muss sich auch die KMK meines Erachtens viel stärker beschäftigen. Und auch wenn der genannte KMK-Beschluss gerade mal zwei Monate her ist, ist meine Vermutung, dass er fast schon überholt sein könnte. Und deswegen ist das für uns ein Grund, tatsächlich SPD-seitig einen großen Redebedarf anzumelden. Den Antrag in der jetzigen Form können wir so noch nicht mittragen. Ich freue mich aber sehr auf die Beratung im Ausschuss und gemeinsam an der Zusammenarbeit zu einer wirklich sinnvollen und auch zeitgemäßen neuen Prüfungskultur. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Tabor. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Berliner, die im Antrag der Grünen aufgestellte Forderung, alternative Prüfungsformen zu stärken, ist überflüssig, weil es diese Möglichkeiten bereits gibt. Darüber hinaus fordern Sie ganz explizit, die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz zu unterlaufen. Diese Forderung lehnen wir ab und damit auch Ihren Antrag. Um eine stärkere Vergleichbarkeit beim Abitur zu erreichen, hat die KMK eine Vereinbarung zur Gestaltung der gemeinsamen Oberstufe und der Abiturprüfung getroffen. Das ist auch richtig so. Die AfD hat sich zwar immer für den Bildungsföderalismus und gegen ein bundesweites Zentralabitur ausgesprochen. Was aber sinnvoll ist, ist der logische Schritt davor. Die Harmonisierung von Leistungsanforderungen, die Anzahl von Leistungskursen und Klausuren. Der Antrag der Grünen unterläuft diese gemeinsame Strategie und ist ein weiterer Versuch, schulische Leistungsanforderungen zu tilgen. Meine Damen und Herren, Wissen allein schafft noch keine Bildung. Und doch kann sich die Bildung nur durch den Erwerb von Wissen, nur durch die Aneignung konkreter Inhalte ausformen. Mit Prüfungen können wir nur bedingt messen, wie gebildet ein Mensch ist. Und doch kommen schulische Bildungsprozesse nicht ohne Prüfung und Feedbackgespräche zum Lernstand aus. Lehrkräfte benutzen Beurteilung zur Verbesserung der Lernerfolge. Wenn Schüler am Montag gesagt bekommen, dass sie am Freitag einen Test schreiben sollen, dann lernen sie dafür. In der Regel, selbst wenn er ausfallen sollte, hat es dennoch einen Mehrwert gehabt für die Schüler. Wir brauchen Leistungsanforderungen und wir brauchen entsprechend auch Prüfungen und Leistungsbeurteilungen. Lernen braucht Lernfeedback, auch durch Noten. Natürlich gibt es Prüfungsängste und Angst vor dem Zeugnis, aber man tut Schülern keinen Gefallen. Wenn man Prüfungen und Noten abschafft, Herausforderungen zu begegnen, diese zu meistern, lässt Schüler wachsen. Man hilft Schülern, indem man sie auf Prüfungen vorbereitet. Man hilft ihnen aber nicht, indem man die Prüfungen einfach abschafft. Wenn kluge Köpfe von Leistung sprechen, schwadronieren Grüne sofort von schwarzer Pädagogik. Tatsächlich verhält es sich aber so, die grüne Bildungspolitik gleicht dem Rasenmäherprinzip, welches jedes Problem ihrer Kinder beseitigen soll. Diese Rasenmäher-Eltern, die ihren Kindern jede Herausforderung aus dem Weg räumen wollen, sind die Ursache, oder oft die Ursache, warum junge Erwachsene immer mehr die notwendige Lebenstüchtigkeit verloren geht. Die Fehler dieser Eltern wollen die Grünen nun zur allgemeinen Schulpolitik machen. Prüfungen sollen gestrichen werden. Jeder, der sein Kind liebt, wird sich aber trotzdem gegen diesen grünen Quatsch stellen und Nein sagen. Es hat einfach seinen Grund, warum es Prüfungen gibt, die benotet werden. Das Land Berlin bietet schulrechtlich einen Handlungsspielraum im Bereich der Leistungsüberprüfung und Lernerfolgskontrollen. Letztere sind weder in der Primärstufe noch in den Sekundarstufen eins oder zwei abschließend vorgegeben, sodass hier innovative Formate gewählt werden können. Wir wünschen uns, dass das Lernen in Projekten wie zum Beispiel bei Schülerwettbewerben bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt werden kann. Art und Umfang von alternativen Prüfungsformaten sind aber nur begrenzt. Geometrische Formen während einer Matheprüfung bunt auszumalen statt zu berechnen, reichen eben weder für die Berufswelt noch fürs Studium aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrages an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie. Widerspruch würde ich nicht, dann verfahren wir so. Und wir kehren jetzt noch einmal zurück zu Tagesordnungspunkt 13, Drucksache 19-945, Wahl des Richterwahlausschusses. Wie mitgeteilt, musste der Wahlgang aufgrund eines Fehlers auf dem Wahlzettel abgebrochen werden. Die Wahl wird daher erneut durchgeführt. Sie erhalten Umschläge mit einem neuen, korrekten Wahlzettel und einer anderen Farbe. Ich bitte den Saaldienst, erneut die vorgesehenen Tische aufzustellen. Ich weise darauf hin, dass die Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen ausgerichtet werden dürfen. Alle Plätze direkt hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum bitte ich jetzt, frei zu machen. Ich bitte die BeisitzerInnen, ihre vorgesehenen Plätze einzunehmen, mit dem Namensaufruf zu beginnen und die Stimmzettel auszugeben. Ich bitte die BeisitzerInnen, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ich bitte die BeisitzerInnen, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ich bitte die BeisitzerInnen, damit wir in den Wahlgang starten können. Ich bitte die BeisitzerInnen, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ich bitte die BeisitzerInnen, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ich bitte die BeisitzerInnen, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Ich bitte die BeisitzerInnen, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Frau Gollali Ahmadi, Herr Togut Althog, Frau Sebahat Adli, Frau Janett Auricht, Frau Sevim Aydin, Herr Frank Balzer, Frau Franziska Becker, Herr Alexander Bertram, Herr Harald Latsch, Frau Dr. Maja Lasic, Herr Dr. Klaus Lederer, Herr Jan Lehmann, Herr Stephan Lenz, Herr Gunnar Lindemann, Frau Tamara Lüttke, Herr Frank Luhmann, Herr Martin Matz, Frau Bettina Meissner, Herr Heiko Melzer, Herr Sven Mayer, Herr Peer Mock-Stümer, Herr Dr. Ersin Nass, Herr Reinhard Naumann, Frau Laura Neugebauer, Frau Daniela Billig, Herr Lars Boccian, Frau Tuba Boskoth, Frau Kerstin Brauner, Frau Elke Breitenbach, Frau Dr. Christine Brinker, Herr Dr. Hugh Bronson, Herr Antonin Brusek. Frau Wilke Neumann, Frau Aldona Maria Nier, Herr Lehmann, Herr Paul Mader, Herr Dr. Herr Okan Özdemir, Herr Gian Omar, Herr Andreas Otto, Herr Prof. Dr. Martin Petzold, Herr Mike Penn, Frau Katharina Pirot-Manelli, Frau Sandra Brunner, Frau Franziska Brützi, Herr Dennis Buchner, Frau Stefanie Bung, Frau Marianne Burkhardt-Eulitz, Frau Derya Czala, Herr Tom-Jan Philipp Czewinski, Frau Dr. Ina Ciborra, Frau Okan Özdemir, Herr Lars Rauchfuß, Herr Sven Rissmann, Herr Christian Ronneburg, Herr Raid Saleh, Herr Dr. Martin Sattelkau, Herr Lukas Schaal, Herr Carsten Schatz, Herr Bichael Dietmann, Herr Bukat Dregger, Herr Lars Düsterhöft, Herr Ario Ibrahimipur-Mizai, Frau Elif Eralb, Herr Robert Eschricht, Herr Stefan Evers, Herr Christopher Förster, Herr Herr Sattelkau, Herr Milano, Herr Viperperperperperperet Thanos Freit dizendo fISSاء 크 Vielen Dank. 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 Herr Thorsten Schneider, Herr Tino Schopf. Frau Franziska Giffey, Herr Ronald Gläser, Herr Christian Goini, Frau Mirjam Gollm. Vielen Dank. Herr Christian Greff, Herr Werner Sebastian Graf, Herr Adrian Grasse, Herr Niklas Grasse, Herr Niklas Grasse, Herr Niklas Schrader, Frau Katina Schubert, Herr Matthias Schulz, Herr André Schulze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Katze. Frau Katze. Frau Katze. Herr Hansel, Herr Julian Hansel, Herr Kornel, Herr Julian Hansel, Herr Hansel, Herr Hansel, Herr Jan Hansel, Herr Tobias Schulze, Herr Julian Schwarz, Herr Julian Schwarz, Herr Kornelia Seibeld, Frau Katrin Seidel. Vielen Dank. Herr Stephan Hentsch, Frau Uda Hassepass, Herr Dennis Haustein, Herr Sven Heinemann. Frau Katharina Senge, Herr Roman Simon, Frau Iris Spranger, Herr Stephan Standfuß. Frau Katharina Senge, Herr Hansch, Herr Hansch, Herr Hansch, Herr Hansch. Herr Dirk Stettner, Herr Jörg Ströter, Herr Tommy Tabor, Herr Dr. Stefan Taschner. Frau Anne Helm, Herr Alexander Herrmann, Herr Marcel Hopp, Herr Timur Husein. Frau Jun Tomiak, Herr Martin Trefzer. Herr Carsten Obelode, Frau Lilia Usig. Frau Bettina Jarasch, Herr Dr. Robin Juntke, Frau Dr. Susanna Kahlefeld, Frau Antje Kappek. Frau Bin Kammert, Herr Junia Usig. Frau Dr. Herr Damiano Valloujo, Herr Marc Wallender, Frau Dr. Petra Wandrei, Frau Linda Vierecke. Frau Dr. Kathrin Wahlen, Herr Sebastian Walter, Herr Kurt Wansner, Herr Christoph Wabler. Frau Sandra Kaladbari, Frau Hendrike Klein, Frau Elisabethina Knack, Herr Ferrat Kotschak. Herr Kai Wegner, Frau Dr. Claudia Wein, Herr Thorsten Weiß, Herr Daniel Wesener. Herr Rolf Wiedenhaupt, Herr Björn Wohlat, Frau Tonka Wojan, Herr Carsten Woldeit. Frau Bettina König, Herr Scott Körber, Herr Dr. Matthias Kollatz, Herr Johannes Kraft, Herr Louis Krüger, Frau Melanie Kühnemann-Grunow, Herr Thailan Kurt, Frau Dunja Wolf, Herr Christian Zander, Herr Stefan Ziller, Herr Steffen Zillig. Herr Berlin knows Dermat Шahle, Herr Denkong, Herrkeeping, Herr Storz, Herr Präsident, Herr Stolz, Herr thi h medium-recent. Herrирован, Herr Präsident, Herr Dr., Herr Präsident, Herrуститьum, Herr complete惹, R champion. Herr confirmates Dermat Xiaoetta, Herrident Luther der Sultanah, Frau Stolz, Herrering, Herr doubling GALEN- Montanaidi der Vielen Dank. 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 Und ich kann das Wahlergebnis für den Richterwahlausschuss bekannt geben. Oh ja. Wahl des Richterwahlausschusses, das ist die Drucksache 19.945. Abgegeben wurden 150 Stimmen. Auf den Wahlvorschlag der CDU empfiehlen als Mitglieder Herr Abgeordneter Alexander Herrmann. Gültige abgegebene Stimmen 150, keine ungültig. Ja-Stimmen 137, Nein-Stimmen 8, Enthaltungen 5. Damit ist Herr Abgeordneter Herrmann gewählt. Auf Herrn Abgeordneten Sven Rissmann 150 gültige Stimmen, 136 mal Ja, 8 mal Nein, 6 Enthaltungen. Auch Herr Rissmann ist damit gewählt. Und auf Herrn Dr. Marc Schüffner auch 150 gültige Stimmen, 135 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen damit gewählt. Als stellvertretende Mitglieder wurden Herr Abgeordneter Dr. Timo Hussein gewählt. 150 gültige Stimmen, davon 137 mal Ja, 7 mal Nein, 6 Enthaltungen. Auch gewählt Herr Abgeordneter Dr. Robin Junke, 150 gültige Stimmen, davon 139 Ja, 8 Nein, 3 Enthaltungen. Und Herr Abgeordneter Dr. Ersin Nass, 150 gültige Stimmen, 139 mal Ja, 6 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Dann kommen wir zum Wahlvorschlag der Fraktion der SPD. Als Mitglied Herr Abgeordneter Jan Lehmann, 150 gültige Stimmen, 131 Ja, 11 Nein, 8 Enthaltungen gewählt. Und Herr Horst Beckmann, 150 gültige Stimmen, 133 mal Ja, 8 Nein, 9 Enthaltungen damit gewählt. Als stellvertretende Mitglieder für die SPD-Fraktion Frau Abgeordnete Sebat Adle, 150 gültige Stimmen, 132 mal Ja, 8 Nein, 10 Enthaltungen gewählt. Und Frau Abgeordnete Melanie Kühnemann-Grunow, 150 gültige Stimmen, davon 131 mal Ja, 10 Nein und 9 Enthaltungen gewählt. Auf den Wahlvorschlag der CDU, Entschuldigung, der Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied Herr Benedikt Lux, 148 gültige Stimmen, 2 ungültige Stimmen, 122 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen damit gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied Herr Abgeordneter Christoph Wappler, 148 gültige und 2 ungültige Stimmen, 125 Ja, 15 Nein und 8 Enthaltungen damit gewählt. Wir kommen zum Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke. Frau Dr. Anna Lutschak als Mitglied, 148 gültige und 2 ungültige Stimmen, 120 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen damit gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied der Abgeordnete Damiano Walgulio, 148 gültige und 2 ungültige Stimmen, davon 120 Ja, 20 Nein und 8 Enthaltungen damit gewählt. Dann kommen wir zum Wahlvorschlag der AfD-Fraktion als Mitglied, Herrn Abgeordneter Mark Wallender, 147 gültige Stimmen, 3 ungültige Stimmen, 18 Ja-Stimmen, 124 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen damit nicht gewählt. Und als stellvertretendes Mitglied der Abgeordnete Antonin Brusek auch 147 gültige und 3 ungültige Stimmen, 19 Ja-Stimmen, 122 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen damit nicht gewählt. Der Stimmzettel für die Personen aus den Vorschlagslisten der Standesvertretungen wurde wie folgt abgestimmt. Hier gab es 142 gültige und 8 ungültige Stimmen, 133 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen. Damit sind auch die Personen aus den Vorschlagslisten der Standesvertretungen entsprechend in den Richterwahlausschuss gewählt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 32. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19 993. unzumutbare Zustände im Krankenhaus des Maßregelvollzugs beenden, Platzmangel beheben, Arbeitsbedingungen verbessern und Masterplan sofort umsetzen. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Vorgeschlagen wird hier die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Gesundheit und Pflege und mitberatend an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz sowie an den Hauptausschuss. Verbraucherschutzwiderspruch höre ich dazu nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 32a. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19 996, Berliner Semesterticket retten. Der Dringlichkeit hatten Sie bereits eingangs zugestimmt. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke und hier der Abgeordnete Schulze. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die besten Debatten kommen immer zum Schluss. Ich sehe Ihnen die Vorfreude förmlich ins Gesicht geschrieben. Studierende waren und sind eine der einkommensschwächsten Gruppen in unserer Stadt und sie fallen leider viel zu oft durch alle Raster der sozialen Abfederung. Seit Anfang der 2000er Jahre gibt es nach langen Verhandlungen Semestertickets im Solidarmodell. Solidarmodell heißt, alle bezahlen und alle dürfen fahren. Das Geld dafür wird mit der Rückmeldegebühr eingezogen, ähnlich wie ein Firmenticket. Gut funktionierende Semestertickets wurden immer als Vorbild für eine solidarische Finanzierung des ÖPNV gesehen, etwa als Vorbild für eine Nahverkehrsumlage. Die Berliner Semestertickets waren mit fast 200.000 festen Zahlerinnen auch immer planbare und sichere Einnahmen für die Verkehrsunternehmen. Selbst in der Corona-Krise standen diese Einnahmen in vollem Umfang zur Verfügung und zwar auch dann, als alle anderen sich abgemeldet haben vom ÖPNV. Aber nicht nur für die Verkehrsunternehmen, sondern vor allem für die Studierenden ist ein preisgünstiger Nahverkehr wichtig. Erst recht, wenn die Kosten für Lebensmittel, Mieten oder Energie explodieren. Und wir hatten ja letztes Jahr ein 9-Euro-Ticket bundesweit. Wir hatten auf Berliner Ebene ein 29-Euro-Ticket und ein 9-Euro-Sozial-Ticket bis heute. Aber die Studierenden wurden immer wieder vergessen. Es gab keine Angebote seitens des VBB, die in diese neuen Preisstrukturen passen. Heute zahlen Studierende in einem verpflichtenden Modell, das sie zwangsweise bezahlen müssen, auch die, die gar nicht damit fahren, immer noch fast 33 Euro pro Monat. Wie erklären Sie denn Studierenden, dass sie zwangsweise mehr zahlen, als die Leute, die zukünftig freiwillig ein 29-Euro-Ticket kaufen sollen? Die Studierenden fordern, dass es auch für sie Entlastungsmaßnahmen gibt, dass auch für sie der Preis gesenkt wird. Und das fordern Sie, ehrlich gesagt, vollkommen zu Recht. Und was macht der Senat, was macht der VBB? Er würde am liebsten noch Preissteigerungen in den Verhandlungen durchsetzen und auf Kosten der Studierenden Mindereinnahmen an anderer Stelle kompensieren. Weil die können sich nicht wehren, die haben Zwangsverträge. Und in sechs Tagen laufen nun die Verträge für Hochschulen mit 80.000 Studierenden aus. In sechs Tagen. Es gab seit April kein neues Angebot des VBB. Das Angebot ist schon vom letzten Herbst, das irgendwie unterschriftsfähig wäre. Und die HTW hat nun das Ende bereits für das Wintersemester angekündigt. Eine Hochschule ist also schon raus. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Förster aus der CDU-Fraktion zulassen möchten. Aber bitte schön. Aber nur, wenn die Uhr anhält. Herr Schulze, ich frage für den Kollegen. Was haben Sie in den letzten sechs Jahren eigentlich gemacht? Haben Sie regiert? Oder was erzählen Sie uns denn heute? Sie hätten das alles längst umsetzen können. Also erzählen Sie doch gerne, was Sie gemacht haben. Und stellen Sie hier nicht irgendwelche hypothetischen Fragen. Also wir haben das Semesterticket noch mal zur Vertragsreife gebracht. Sonst gäbe es hier schon jetzt nichts mehr. Weil schon im letzten Herbst war das Problem das Gleiche. Und jetzt gibt es ein Semesterticket noch. Jetzt sind Sie dran. Sorry, Sie wollten das so. Augen auf bei der Berufswahl. Seit Monaten weisen wir, weisen die Studierenden auf diese Fristen hin. Und jetzt wird hier sehenden Auges das 20 Jahre laufende Berliner Semesterticket aufgegeben. Wir fordern den neuen Senat auf, den Studierendenschaften ein sofort unterschriftsfähiges Angebot zu unterbreiten. Das ist die einzige Chance, um das Semesterticket zu retten. Und zwar eins, das zum geplanten 29-Euro-Ticket passt und preislich den Abstand nach unten dazu wahrt. Ja, Frau Dr. Schreiner und Frau Dr. Tschiborra, Sie sind nun sozusagen gerade erst im Amt und haben gleich dieses schöne Problem auf dem Tisch. Aber es ist jetzt Ihr Problem. Ich kann Sie nur auffordern, retten Sie dieses sozial-ökologische Modellprojekt. Und machen Sie sich Gedanken darüber, wie es in Zukunft damit weitergehen soll. Wie können zum Beispiel die Mittel des 49-Euro-Tickets für günstige Semestertickets in Berlin eingesetzt werden? Das ist eine große Frage. Oder wenn Sie es nicht schaffen, das Semesterticket noch fürs Wintersemester zu retten, dann öffnen Sie das Sozial- oder das Azubi-Ticket für Studierende. Auch das ist eine Option. Damit eine der einkommensschwächsten Gruppen der Stadt einen kostengünstigen ÖPNV hat. Die Studierenden sind die Zukunft. Bisher haben Sie den ÖPNV Berlins gestützt, auch in harten Zeiten. Und Sie haben den ÖPNV geliebt, ob Sie nun knutschend nachts in der U2 saßen oder ob Sie morgens verkatert in der S1 saßen. Sie haben den ÖPNV geliebt. Und Sie einfach zu vergessen und nichts für Sie zu tun und Sie sozusagen dem normalen Preisangebot und Ticketangebot zu überlassen, das sollten wir nicht tun. Tun Sie was. Sie haben noch eine Woche. Reden Sie mit den Studierendenschaften. Bieten Sie Lösungen an. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Wir fordern Sie mit unserem Antrag dazu auf und hoffen, dass Sie dem nachkommen. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Kraft das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Lieber Herr Schulze, das ist jetzt das zweite Mal heute, dass Sie uns mit einem recht ungewöhnlichen Vorgang hier konfrontieren und versuchen, Schuldige zu suchen für Dinge, Schuldige zu suchen für Dinge, die eigentlich in der Zeit lagen, wo Sie regiert haben. Denn, und das gehört zur Wahrheit dazu, Entschuldigung, das gehört zur Wahrheit dazu, die Studentenschaft, die Sie angesprochen haben, hat sich bereits im Dezember an die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz gewandt. Und es gab keine Antworten darauf. Es gab keine Lösung. Und jetzt haben Sie es ein zweites Mal getan, am 7. Mai. Am 7. Mai haben Sie sich an die Senatsverwaltung gewandt, mit der Bitte, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, ich muss Ihnen das nicht erzählen. Also Sie wissen es hoffentlich, das, was dort gefordert wird, wird zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von 50 Millionen Euro bedeuten, wenn man nämlich eine Absenkung macht auf 9 Euro. Sie wissen, dass man 50 Millionen Euro nicht einfach mal hier so rausreicht. Sie wissen, es braucht dafür einen Senatsbeschluss und Sie wissen, es braucht mit großer Wahrscheinlichkeit einen Nachtragshaushalt. Und das soll in den nächsten paar Tagen funktionieren. Also mit Verlaub, das, was Sie hier machen, ist ein reiner Schaufensteranstalt. Herr Kollege Kraft, darf ich Sie auch kurz unterbrechen und fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulze zulassen? Ja. Bitte sehr. Dankeschön, Herr Kollege. Also Sie sind ja jetzt dran und Sie haben einen Koalitionsvertrag abgeschlossen. Und meine Frage ist, haben Sie denn bei den Verhandlungen zu Ihrer Koalition für den Vertrag eine Lösung für das Semesterticket auch mit entsprechenden Finanzmitteln vorgesehen oder haben Sie ihn nicht vorgesehen? Vielen Dank für die Frage, Herr Schulze. Ich antworte gerne auf eine andere. Nein, Quatsch. Ich sage gleich was dazu. Das steht hier nämlich noch auf meinem Zettel. Aber kommen wir mal zu den Fakten. Kommen wir mal zu den Fakten. Sie haben gesagt, und so steht es in Ihrem Antrag drin, die Senatsverwaltung soll ein Angebot unterbreiten. Also Sie kennen sich ja relativ gut aus, ist meine Vermutung, aber in dem Fall ja wohl nicht. Sie wissen, es sind bilaterale Verträge zwischen der Studentenschaft und dem VBB. Was soll denn die Senatsverwaltung jetzt wem wo ein Angebot unterbreiten? Dem VBB, der Studentenschaft? Also es funktioniert doch nicht. Der Senat ist überhaupt nicht in der Lage, da auch nur irgendwelche Angebote zu machen. Und jetzt gucken wir uns mal die Fakten weiter an. Das Semesterticket kostet nicht 33 Euro, sondern 32,05 Euro. Und zwar inklusive der Mitnahme eines Fahrrades. Das Ausbildungsticket, was Sie angesprochen haben, kostet 66 Euro mit Mitnahme eines Fahrrades. Ein Deutschlandticket, aktuell 49 Euro plus Fahrradmitnahme in Berlin, sind 64 Euro. Und wenn Sie sich damit beschäftigt haben, was das eigentliche Problem der Studentenschaft ist, dann haben die Angst davor, und zwar berechtigte Angst, dass von dem von Ihnen viel gelobten und auch von mir geschätzten Sozialprinzip möglicherweise abgewichen werden muss, weil der Preisabstand zwischen regulären Angeboten und dem Semesterticket nicht mehr da ist und damit das Sozialprinzip nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Das ist deren Befürchtung. Da gibt es aber übrigens inzwischen Untersuchungen seitens der Senatsverwaltung, die ergeben haben, dass dieser Preisabstand aufgrund der Dinge, die ich Ihnen gerade genannt habe, durchaus noch da ist und erhalten werden kann. Also das Semesterticket muss nicht zwangsläufig abgeschafft werden, so wie Sie es hier aufschreiben. Und das läuft aus, das läuft in dem Moment, es läuft aus in dem Moment, wo es keinen Vertrag zwischen, also keinen bilateralen Vertrag zwischen der Studentenschaft und dem VBB gibt. Das liegt übrigens in Ermessen jeder einzelnen Hochschule beziehungsweise der Studentenschaft. So und jetzt haben Sie gefragt, völlig richtig, was wollen wir denn machen? Und Sie haben das 29-Euro-Ticket angesprochen. Selbstverständlich wird dieses 29-Euro-Ticket, so es dann kommt, auch für Studenten gelten. Und damit stellen sich die Studenten selbstverständlich besser. Wollen wir denn, es ist denn Ihr Anliegen, mit viel Bürokratie und viel Aufwand irgendwelche Parallelstrukturen zu schaffen, die auch noch deutlich mehr Geld kosten, wenn es doch gleichzeitig, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, da sind Sie ja auch nicht an der Regierung beteiligt zum Glück, auf Bundesebene tatsächlich gerade darüber nachgedacht wird, auf Basis des 49-Euro-Tickets ein Semesterticket für ganz Deutschland zu machen. Und dann können wir darüber reden, ob man, dann kann man darüber reden, ob man das möglicherweise subventioniert durch Mittel aus dem Landeshaushalt. Hätte übrigens einen Riesenvorteil gegenüber dem, was Sie vorschlagen. Sie könnten tatsächlich auch die Preisreduzierung durch den Rahmenvertrag mit der VBB dort durchsetzen. Also, wir unterstützen dieses Vorhaben mit dem 29-Euro-Ticket und, also für Studenten und auch für die Subventionierung. Das ist die beste Lösung. Sie ist am kostengünstigsten, sie hat den größten Leistungsumfang und sie ist unkompliziert. Insofern führt Ihr Antrag nicht nur deshalb ins Leere, weil er viel zu spät kommt, sondern ist auch inhaltlich falsch. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Assepas das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Also, das wundert mich jetzt echt ein bisschen, was Herr Kraft hier gerade gesagt hat, weil für 29 Euro das A-B-Ticket waren die 300 Millionen locker zu haben, aber die 36 Millionen, die jetzt für dieses Semesterticket noch eingeplant werden müssen, die sind nicht aus dem Haushalt zu bewerkstelligen. Das finde ich seltsam. Und Sie wissen auch, dass... So, aber jetzt mit meiner eigentlichen Sache. Wir wissen, uns fehlen die Lehrerinnen, uns fehlen die Ingenieurinnen, uns fehlen die Ärztinnen, die ITlerinnen. Die Liste ist lang, Fachkräftemangel ist groß. Wir brauchen die Studierenden. Und wo bleibt die Solidarität mit Ihnen? Wo bleibt die konkrete Unterstützung? Die Studierenden sind unsere Zukunft. Sie werden die Klimakatastrophe lösen müssen. Sie werden unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Welt voranbringen. Geben wir Ihnen also die besten Voraussetzungen dafür. Frau Kollegin, ich darf auch Sie fragen. Es gibt zwei Anfragen für Zwischenfragen. Nein, gerade nicht. Gut ausgebildete Fachkräfte haben einen hohen gesellschaftlichen Wert. In Dänemark werden die jungen Menschen sogar dafür bezahlt, dass sie studieren. Und in Berlin soll es schon am Semesterticket scheitern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Vielen Studierenden in Berlin, und wir haben es gerade schon von Herrn Schulze gehört, geht es schlecht. Sie haben finanzielle Sorgen. Und auch wenn der nächste Sommer vermutlich sehr heiß und trocken wird, steht den Studenten das Wasser schon zum Hals. Die Lebensmittel sind 20 Prozent teurer geworden. Die Preise für WG-Zimmer in unserer Hauptstadt sind deutlich gestiegen. Wir haben es gerade gehört, durchschnittlich 640 Euro betragen die durchschnittlichen Wohnkosten in Berlin. Also 80 Prozent der Studierenden sind von schwierigen Wohnsituationen betroffen. Und ein zentrales WG-Zimmer in der Innenstadt ist meist gar nicht zu finden. Umso wichtiger, dass sie wenigstens eine günstige Mobilität zur Verfügung haben. Und zwar einfach, einheitlich und deutschlandweit. Und deshalb fordern wir Grünen, dass den Studierenden schnellstmöglich zu diesem Wintersemester auf Basis des Deutschlandtickets eine dauerhafte Vergünstigung angeboten wird. Sofort in Berlin und Brandenburg und demnächst dann auch für alle Studierenden in Deutschland. Dafür gibt es bereits einen guten Vorschlag, der sogar kostenneutral wäre. Die Landesregierung und die Bundesregierung müssen das schnell gemeinsam auf den Weg bringen. Denn die Einführung des Deutschlandtickets ist eine Revolution. Eine Revolution für die Mobilität. Und liebe CDU, liebe SPD, lassen Sie die Studierenden jetzt nicht im Stich. Die Dringlichkeit, siehe Fristen, für das kommende Wintersemester besteht akut. Die Grünen werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Revolution auch weitergetragen wird zum Schutz der Schwächsten. Und zwar Vergünstigungen auf Basis des Deutschlandtickets für Mitnahme für Kinder, für Familien. Stichwort Sozialticket deutschlandweit. Wir sind hier erst am Anfang. Berlin sollte hier zukunftsweisende Impulse setzen. Und deshalb fordern wir ein 29-Euro-Ticket für alle Studierenden. Einfach, einheitlich und deutschlandweit. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat dann der Kollege Schopf das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Semesterticket wird von der Studierendenschaft einer Hochschule direkt mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ausgehandelt. Die daraus resultierende Vereinbarung setzt ein zustimmendes Votum der Studierenden an den betreffenden Hochschulen voraus. Das Berliner Semesterticket existiert an 39 Hochschulen in Berlin. Und von Ihnen haben bereits 31 Hochschulen Verträge für das kommende Wintersemester 2023-2024 unterschrieben. Das heißt, acht Hochschulen, acht Hochschulen haben demnach aktuell noch keine Verträge für das kommende Wintersemester. Die letzten Verhandlungen zwischen der Studierendenschaft der HWR und dem VWB, das haben Sie der Presse entnehmen können, sind am Dienstag gescheitert. Seit dem 1. Mai gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat. Für Studierende hätte es bedeutet, dass sie zusätzlich zum Semesterticket das Deutschlandticket erwerben müssten, sofern sie bundesweit reisen wollten. Eine Mehrbeleistung, die bereits korrigiert wurde. Auf der Verkehrsministerkonferenz am 23. März wurde das Semesterticket Upgrade beschlossen. Und damit haben die Studierenden die Möglichkeit, die Differenz von 13,95 Euro im Monat zu zahlen und so das Semesterticket zu einem Deutschlandticket aufzuwerten. Die zuständige Senatsverwaltung hat diese App-basierte Option Ende April für Berlin vorgeschlagen und hierzu eine Umsetzung zum 1. Juni in Aussicht gestellt. Um das Preisniveau für die Studierenden während der Pandemie stabil zu halten, hatten wir mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 eine finanzielle Brückenlösung geschaffen. Und mit dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 17. September 2021 wurde dieses Moratorium über das Wintersemester 2021-2022 hinaus verlängert. Und für das laufende Sommersemester 2023 kam ein einmaliger Zuschuss des Landes in Höhe von 75 Euro pro Student hinzu. Und dieser einmalige Zuschuss, der entfällt nun zum Wintersemester. Und ich stimme Ihnen zu, Herr Schulzer. Wir brauchen eine faire Lösung beim Semesterticket. Und deshalb wird sich diese Koalition für die Einführung eines bundesweit gültigen, solidarischen Semestertickets als Teil des Deutschlandtickets stark machen. Und auf Bundesebene ist ja bereits Bewegung in der Sache drin. Denn so hat die Amtschefkommission der Kultur, der Kultusministerkonferenz am 28. April ebenfalls für eine bundesweite Ermäßigung auf das Deutschlandticket sich ausgesprochen. Und die KMK-Präsidentin, die ist nunmehr aufgefordert, sich gegenüber dem Bundesministerium für Bildung, Verkehr und Finanzen für eine spürbare Vergünstigung des Deutschlandtickets durch Bundesmittel zugunsten der Studierenden einzusetzen. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, es tut sich was. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene uns für eine entsprechende Lösung im Sinne der Studierenden stark machen. Und ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat dann der Kollege Wiedenhaupt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die ganze Runde hier ist geführt worden bisher von den verkehrspolitischen Sprechern, weil man das Wort Ticket im Antrag hat. Aber eigentlich ist es ein bildungspolitisches Thema. Wir reden seit Jahren über Fachkräftemangel. Wir reden darüber, weil die schulischen Leistungen, das hat unsere Fraktionsvorsitzende ja heute Morgen in der Aussprache gesagt, so schlecht sind, dass wir nicht genügend Ausbildungsplätze besetzen können. Wir reden aber auch darüber, dass die Bedingungen für Studentinnen und Studenten so schlecht sind, dass viele erst gar nicht diesen Weg wählen oder vorher abbrechen. Und dazu gehören natürlich noch mehr als beim Thema Verkehr die Fehler im Wohnungsbau, weil Studentinnen und Studenten in Berlin sich kaum mehr eine Wohnung leisten können. Aber wir sehen auch, dass die Bedingungen für eine Fortbewegung, für eine Mobilität ein wichtiges Thema sind in diesem Bereich. Und man kann grundsätzlich verschiedener Meinung sein, ob ein Zwangsmodell, ob dieses sogenannte solidarische Modell verpflichtend für alle Studentinnen und Studenten richtig ist. Das heißt, es müssen ja auch diejenigen zahlen, die sagen, ich fahre gar nicht mit dem ÖPNV, ich fahre nur Fahrrad oder ich fahre nur Auto. Aber wenn wir mit den Betroffenen reden, hören wir zumindest mehrheitlich, dass Studenten sich für ein günstiges Ticket einsetzen und sich das wünschen. Und dann gehört dazu, dass wir das nur bekommen, wenn wir einen solchen Mengenrabatt bekommen, indem wir alle Studentinnen und Studenten verpflichten zu sagen, okay, wir tragen solidarisch ein solches Thema mit. Und deshalb sind wir grundsätzlich auch dafür, wobei auch gerade auf den letzten Redner eingehend, wir auch klar sagen, wir haben einmal für 75 Euro das subventioniert, aber auf Dauer wollen wir das nicht. Bei der Umsetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, sehen wir das allerdings anders als Sie. Wir müssen auch nicht alarmistisch jetzt sagen, wir müssen ein Semesterticket retten, sondern wir müssen sehen, dass durch das 49-Euro-Ticket eine völlig andere Struktur in Deutschland entstanden ist. Und deshalb glauben wir, dass Ihr Antrag zu kurz gesprungen ist. Was wir brauchen, ist eine bundeseinheitliche Lösung, die auf dieses 49-Euro-Deutschland-Ticket aufsetzt. Und zwar schon zum kommenden Wintersemester, Herbst-Wintersemester. Und da teilen wir Ihre Kritik übrigens auch am jetzigen Senat. Wir lesen, dass in Bayern bereits es so weit fortgeschritten ist, dass man problemlos zum Herbst- und Wintersemester einen solchen Upgrade zum 49-Euro-Ticket einführen kann, nämlich für 29 Euro für Studentinnen und Studenten. Und das hätte man hier im Senat auch schon mal angehen können. Insofern sagen wir hier klar, es muss jetzt gehandelt werden. Wir möchten, dass dieser Senat in Anwendung eines 49-Euro-Tickets Studentinnen und Studenten zum Herbst-Wintersemester und nicht zu irgendwann ein solches Angebot macht und hoffen, dass wir das bundeseinheitlich hinbekommen. Darüber freuen wir uns dann jetzt über die Aussprache im Ausschuss. Aber Ausschuss-Aussprache ist das eine, Schnelligkeit ist das andere. Wir sagen, es muss jetzt gehandelt werden. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wir die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr und mitberatend an die Ausschüsse für Wissenschaft und Forschung und den Hauptausschuss. Widerspruch höre ich dazu nicht. Dann verfahren wir so. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung. Wir treffen uns wieder zur nächsten Plenarsitzung am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 10 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Allen einen schönen Feierabend.